Der Narr liest Das Zeichen der Vier Eine Sherlock-Holmes-Kriminalgeschichte von Sir Arthur Conan Doyle Erstes Kapitel Beobachtung und Schlussfolgerung Durch seinen Scharfsinn und seine unermüdliche Tatkraft erfüllte mich Sherlock Holmes stets von Neuem mit Bewunderung. Wenn er jedoch das Rätsel gelöst hatte, so schienen alle Geistesfrische von ihm gewichen, und mein Freund versank in völlige Apathie. Ihn in diesem Zustand zu sehen, war für mich äußerst peinlich, aber noch unleidlicher erschien mir das Mittel, welches er anwandte, um seinen Trübsinn zu verscheuchen. Auch heute, als wir im Zimmer beisammensaßen, langte Sherlock Holmes die Flasche von der Ecke des Kaminsimses herunter und nahm die Induktionsspritze aus dem sauberen Lederetui. Mit seinen weißen, länglichen Fingern stellte er die seine Nadel ein und schob seine linke Manschette zurück. Eine kleine Weile ruhten seine Augen gedankenvoll an den zahllosen Narben und Punkten, mit denen sein Handgelenk und der sehnige Vorderarm über und über bedeckt waren. Endlich bohrte er die scharfe Spitze in die Haut, drückte den kleinen Kolben nieder und sank mit einem Seufzer innigsten Wohlbehagens in seinen samtenden Lehnstuhl zurück. Seit vielen Monaten hatte ich diesen Hergang täglich dreimal mit angesehen, ohne mich jedoch damit auszusöhnen. Im Gegenteil, Tag für Tag steigerte sich mein Verdruss bei dem Anblick, und in der Nacht ließ mir der Gedanke keine Ruhe, dass ich zu feige war, dagegen einzuschreiten. So oft ich mir aber vornahm, meine Seele von der Last zu befreien, immer wieder erschien mir mein Gefährte mit der kühlen, nachlässigen Miene als der letzte Mensch, dem gegenüber man sich Freiheiten herausnehmen dürfe. Seine großen Fähigkeiten, die ganze Art seines Auftretens, die vielen Fälle, in denen er seine außerordentliche Begabung schon vor mir betätigt hatte, das alles machte mich ihm gegenüber ängstlich und zurückhaltend. Aber an diesem Nachmittag fühlte ich plötzlich, dass ich es nicht länger aushalten könne. Der starke Wein, den ich beim Frühstück genossen, mochte mir wohl zu Kopfe gestiegen sein. Vielleicht hatte mich auch Holmes umständliche Manier ganz besonders gereizt. »Was ist denn heute an der Reihe?«, fragte ich kühn entschlossen. »Morphium oder Kokain?« Er hob die Augen langsam von dem alten Folianten, den er aufgeschlagen hatte. »Kokain,« sagte er, »eine Lösung von sieben Prozent. Wünschen Sie es zu versuchen, Dr. Watson.« »Wahrhaftig nicht,« antwortete ich ziemlich barsch. »Ich habe die Folgen des afghanischen Feldzugs noch nicht verwunden und kann meiner Konstitution dergleichen nicht zumuten.« Er lächelte über meine Heftigkeit. »Vielleicht haben Sie recht, der physische Einfluß ist vermutlich kein guter. Ich finde aber die Wirkung auf den Geist so vorzüglich anregend und klärend, dass alles andere dagegen von geringem Belang ist.« »Aber überlegen Sie doch,« mahnte ich eindringlich, »berechnen Sie die Kosten, mag auch Ihre Hirntätigkeit belebt und erregt werden, so ist es doch ein wieder natürlicher krankhafter Vorgang, der einen gesteigerten Stoffwechsel bedingt und zuletzt dauernde Schwäche zurücklassen kann. »Auch wissen Sie ja selbst, welche düstere Reaktion Sie jedes Mal befällt. Wahrlich, das Spiel kommt Sie hoch zu stehen. Um eines flüchtigen Vergnügens willen setzen Sie sich dem Verlust der hervorragenden Fähigkeiten aus, mit denen Sie begabt sind. »Ich sage Ihnen das nicht nur als wohlmeinender Kamerad, sondern als Arzt. Da ich mich in dieser Eigenschaft gewissermaßen für Ihre Gesundheit verantwortlich fühle, bedenken Sie das wohl.« Er schien nicht beleidigt. Seine Ellenbogen auf die Armlehnen des Stuhls stützend, legte er die Fingerspitzen gegeneinander, wie jemand, der sich zu einem Gespräch anschickt. »Mein Geist,« sagte er, »empört sich gegen den Stillstand. Geben Sie mir ein Problem, eine Arbeit, die schwierigste Geheimschrift zu entziffern, den verwickeltsten Fall zu enträtseln. Dann bin ich im richtigen Fahrwasser und kann jedes künstliche Reizmittel entbehren. Aber ich verabscheue das nackte Einerlei des Daseins. Mich verlangt nach geistiger Aufregung. Das ist auch die Ursache, weshalb ich mir einen eigenen besonderen Beruf erwählt oder vielmehr geschaffen habe, denn ich bin der Einzige meiner Art in der Welt.« »Der einzige nicht angestellte Detektiv?« fragte ich mit ungläubiger Miene. »Der einzige nicht angestellte, beratende Detektiv,« entgegnete er. »Ich bin die letzte und sicherste Instanz im Detektivfach. Wenn Gregson oder Lestrade oder Ethel Jones auf dem Trocknen sind, was beiläufig gesagt ihr normaler Zustand ist, so wird mir der Fall vorgelegt. Ich untersuche die Tatsachen als Kenner und gebe den Ausspruch des Spezialisten. Mein Name erscheint in keiner Zeitung. Ich beanspruche keinerlei Anerkennung. Die Arbeit an sich, das Vergnügen, ein angemessenes Feld für meine besondere Gabe der Beobachtung und Schlussfolgerung zu finden, ist mein höchster Lohn. Übrigens bin ich nicht ganz unbekannt. Meine kleinen Schriften werden sogar jetzt ins Französisch übertragen.« »Ihre Schriften?« »Oh, wussten Sie es nicht?« rief er lachend. »Sie behandeln lauter technische Gegenstände. Hier zum Beispiel eine Abhandlung über die Verschiedenheit der Tabaksache. Ich zähle da hundertundvierzig Sorten auf, Rauchtabak, Zigarren und Zigaretten, deren Asche sich unterscheiden lässt, wie sie aus den beigedruckten farbigen Tafeln ersehen.« »Aber die Schlussfolgerung lässt mich wissen, dass Sie dort ein Telegramm aufgegeben haben.« »Richtig? Beides trifft zu«, rief ich. »Aber wie in aller Welt haben Sie das herausgebracht? Der Gedanke kam mir ganz plötzlich, und ich habe keiner Seele etwas davon gesagt.« »Das ist lächerlich einfach«, sagte er, vergnügt über mein Erstaunen, »und erklärt sich eigentlich von selbst. Es kann jedoch dazu dienen, die Grenzen der Beobachtung und der Schlussfolgerung festzustellen.« »Die Beobachtung sagt nur, dass ein kleiner Klumpen rötlicher Erde an ihrer Fußsohle klebt. Nun wird aber gerade beim Postamt in der Wigmorstraße das Pflaster ausgebessert, und dabei ist die aufgeworfene Erde vor den Eingang zu liegen gekommen. Diese Erde hat eine absonderliche rötliche Färbung, wie sie, soviel ich weiß, sonst nirgends in der Umgebung vorkommt. Das ist die Beobachtung. Das Übrige ist die Schlussfolgerung.« »Und wie folgerten Sie das Telegramm?« »Ja, nun, ich wusste natürlich, dass Sie keinen Brief geschrieben hatten, da ich den ganzen Morgen Ihnen gegenüber gesessen habe. In Ihrem offenen Pult dort liegt auch noch ein Vorrat von Briefmarken und Postkarten. Wozu könnten Sie also auf die Post gegangen sein, außer um eine Depesche abzugeben? Räumt man alle Faktoren fort, so muss der, welcher übrig bleibt, den wahren Sachverhalt zeigen.« »In diesem Fall trifft das zu«, erwiderte ich nach einigem Bedenken. »Die Lösung war allerdings höchst einfach. Ich möchte jedoch Ihre Theorie einmal einer strengeren Probe unterwerfen, wenn Sie das nicht unbescheiden finden?« »Im Gegenteil«, versetzte er, »es wäre mir sehr lieb, wenn Sie mir irgendein Problem zum Erforschen geben. Brauche ich heute keine zweite Dosis Kokain zu nehmen.« »Ich habe Sie einmal behaupten hören, dass der Mensch den Gegenständen, welche er im täglichen Gebrauch hält, fast ausnahmslos den Stempel seiner Persönlichkeit aufdrückt, sodass ein geübter Beobachter an den Sachen den Charakter ihres Eigentümers zu erkennen vermag. »Nun habe ich hier eine Uhr, die mir noch nicht lange gehört. Würden Sie wohl die Güte haben, mir Ihre Meinung über die Eigenschaften und Gewohnheiten des früheren Besitzers zu sagen?« Ich reichte ihm die Uhr nicht ohne ein Gefühl innerer Belustigung. Die Aufgabe war nach meinem Bedünken unlösbar. Ich wollte ihm damit nur eine kleine Leere geben wegen des allzu anmaßenden Tones, den er zuweilen annahm. Er wog die Uhr in der Hand, blickte scharf auf das Zifferblatt, öffnete das Gehäuse und untersuchte das Werk, erst mit bloßen Augen, dann durch ein starkes Vergrößerungsglas. Als er endlich mit entmutigtem Gesicht die Uhr wieder zuschnappte und mir zurückgab, konnte ich mich kaum eines Lächelns enthalten. »Da gibt's nur wenige Anhaltspunkte,« bemerkte er. »Die Uhr ist neuerdings gereinigt, was mich um die besten Merkmale bringt.« »Ganz recht,« erwiderte ich. »Sie wurde gereinigt, ehe man sie mir sandte.« Holmes brauchte diesen schwachen Vorwand offenbar nur, um seine Niederlage zu verdecken. Was für Anhaltspunkte hätte er denn bei einer nicht gereinigten Uhr finden können? »Die Untersuchung ist zwar unbefriedigend, jedoch nicht ganz erfolglos,« fuhr er fort, während er mit glanzlosen Augen träumerisch nach der Stubendecke starrte. »Irre ich mich, wenn ich sage, dass die Uhr ihrem älteren Bruder gehört hat, der sie von ihrem Vater erbte.« »Sie schließen ohne Zweifel aus dem HW auf dem Deckel?« »Ganz recht. Das W bedeutet ihren eigenen Namen. Das Datum reicht beinahe fünfzig Jahre zurück, und das Monogramm ist so alt wie die Uhr.« »Sie ist also für die vorige Generation gemacht worden. Wertsachen pflegen, auf den ältesten Sohn überzugehen, der auch meistens den Namen seines Vaters trägt. Da Ihr Vater, soviel ich weiß, seit vielen Jahren tot ist, hat Ihr ältester Bruder die Uhr seitdem in Händen gehabt.« »Soweit richtig,« sagte ich. »Und was wissen Sie sonst noch?« Er war sehr liederlich in seinen Gewohnheiten, liederlich und nachlässig. Er kam in den Besitz eines schönen Vermögens, brachte jedoch alles durch und lebte in Dürftigkeit. Zuweilen verbesserte sich seine Lage auf kurze Zeit, bis er endlich dem Trunk verfiel. »Das ist alles, was ich ersehen kann.« Ich sprang heftig erregt vom Stuhl auf und ging im Zimmer auf und ab. »Das ist Ihre unwürdig, Holmes,« rief ich, um meiner Erbitterung Luft zu machen. »So etwas hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Sie haben Erkundigungen eingezogen über die Geschichte meines unglücklichen Bruders und geben jetzt vor, Ihre Kenntnis auf irgendeine abenteuerliche Weise erlangt zu haben. Sie können mir unmöglich zumuten, dass ich glauben soll, Sie hätten dies alles aus der alten Uhr gelesen. Ihr Benehmen ist höchst rücksichtslos und streift gerade herausgesagt an Gaukelei.« »Entschuldigen Sie mich bitte, lieber Doktor,« erwiderte er freundlich. »Ich habe die Sache nur als ein abstraktes Problem angesehen und darüber vergessen, dass dieselbe Sie persönlich angeht und Ihnen peinlich sein könnte. Ich versichere Sie, ehe Sie mir die Uhr reichten, wusste ich nicht einmal, dass Sie einen Bruder hatten.« »Aber wie in aller Welt sind Sie denn zu diesen Tatsachen gekommen, die durchaus richtig sind, in allen Einzelheiten?« »Wirklich? Nun, das ist zum Teil nichts als Glück. Ich hielt mich an die Wahrscheinlichkeit und erwartete durchaus nicht, es so genau zu treffen.« »Aber Sie haben doch nicht bloß auf gut Glück geraten?« »Nein, nein, ich rate nie. Das ist eine widerwärtige Gewohnheit.« »Das ist eine widerwärtige Gewohnheit, die jede logische Fähigkeit zerstört. Die Sache erscheint nur sonderbar, weil Sie weder meinem Gedankengang folgen, noch die kleinen Anzeichen beobachten, die zu großen Schlussfolgerungen führen können. Wie bin ich zum Beispiel zu der Ansicht gelangt, dass Ihr Bruder nachlässig war, betrachten Sie einmal den Deckel der Uhr genau. Sie werden bemerken, dass er nicht allein unten an zwei Stellen eingedrückt ist, sondern auch voller Schrammen und Kratzer, eine Folge der Gewohnheit, andere harte Gegenstände wie Münzen oder Schlüssel in derselben Tasche zu tragen. Wer aber eine so kostbare Uhr auf solche Weise behandelt, muss ein nachlässiger Mensch sein. Um das zu erkennen, bedarf es keinen großen Scharfsinns. Ebenso wenig ist es ein weither geholter Schluss, dass der Erbe eines so wertvollen Gegenstandes auch im Übrigen in ziemlich guter Lage ist. Ich nickte, um zu zeigen, dass ich seiner Auseinandersetzung folgte. »Die Pfandverleiher in England pflegen bekanntlich bei versetzten Uhren, die Nummer des Pfandzettels auf der Innenseite des Gehäuses einzukratzen«, fuhr Holmes fort. »Nun sind nicht weniger als vier solcher Nummern durch mein Glas erkennbar. Ein Beweis, dass Ihr Bruder oft in Verlegenheit war, doch muß er dazwischen in seinen Verhältnissen emporgekommen sein, sonst hätte er das Pfand nicht wieder einlösen können. Betrachten Sie nun noch den inneren Deckel der Uhr. Sehen Sie die tausend Schrammen rund um das Schlüsselloch? Spuren, wo der Schlüssel ausgeglitten ist? Bei der Uhr eines nüchternen Mannes kommen solche Kratzer nicht vor. Auf der Uhr eines Trinkers findet man sie regelmäßig. Er zieht sie nachts auf und hinterlässt diesen Beweis von der Unsicherheit seiner Hand. Wo ist denn alledem ein Geheimnis? »Es ist so klar wie der Tag«, antwortete ich. »Verzeihen Sie, dass ich Ihnen Unrecht tat. Ich hätte mehr Vertrauen in Ihre wunderbare Begabung setzen sollen. Darf ich Sie fragen, ob Sie gegenwärtig in Ihrem Beruf irgendeinen Fall zu enträtseln haben?« »Keinen. Daher das Kokain. Ich kann nicht leben ohne Kopfarbeit.« »Was soll man auch sonst tun? Hier am Fenster stehen. Die Welt sieht gar zu grässlich, trübselig und abstoßend aus. Sehen Sie nur, wie der gelbe Nebel herabsinkt und sich auf die schwärzlichen Häuser lagert. Wie hoffnungslos, elend und brosaisch erscheint alles. Was nützen dem Menschen seine Gaben, Doktor, wenn er kein Feld hat, sie in Anwendung zu bringen? Das Verbrechen ist alltäglich, das Dasein ist alltäglich. Und nur für die alltägliche Fähigkeiten gibt es etwas zu tun auf der Welt.« Ich wollte eben den Mund zu einer Entgegnung öffnen, als es rasch an die Tür klopfte und unsere Hauswirtin eintrat. »Eine junge Dame wünscht Sie zu sprechen, Herr Holmes,« sagt sie, meinem Gefährten eine Karte reichend. »Miss Mary Morstan,« las er. »Hm. Der Name ist mir nicht bekannt. Bitten Sie, dass Fräulein sich heraufzubemühen, Frau Hudson. Gehen Sie nicht fort, Doktor. Es wäre mir wirklich lieber. Sie blieben hier.« Zweites Kapitel Ein rätselhafter Fall Frau Morstan, eine blonde junge Dame, betrat das Zimmer mit festem Schritt und äußerlich ruhiger Haltung. Sie war klein und zierlich, geschmackvoll gekleidet, und trug tadellose Handschuhe. Dennoch ließ der Anzug in seiner Schmucklosigkeit und Einfachheit auf Beschränktheit in den Mitteln schließen. Ihr dunkelgrünes Wollenkleid hatte weder Besatz noch sonstige Verzierungen, und ihre kleine Kopfbedeckung von derselben matten Farbe war nur an der Seite durch einen winzigen weißen Federstutz gehoben. Zwar besaß sie weder regelmäßige Züge noch schöne Formen, doch war der Ausdruck des Gesichts höchst liebenswürdig und anziehend. Aus ihren großen blauen Augen sprach Geist und Leben. Ich hatte die Frauen vieler Nationen in drei verschiedenen Weltteilen gesehen, aber niemals war mir ein Gesicht vorgekommen, in welchem sich so deutlich eine empfängliche, edle Natur ausprägte. Es entging mir nicht, daß, als sie den Sitz annahm, den Holmes ihr darbot, ihre Lippe zitterte und ihre Hand bebte. In ihrem ganzen Wesen sprach sich eine tiefe, innere Erregung aus. »Ich komme zu Ihnen, Herr Holmes«, sagte sie, »weil Sie der Dame, in deren Familie ich lebe, Frau Cecilie Forrester, einmal behilflich gewesen sind, eine kleine häusliche Verwicklung aufzuklären. Die Güte und Geschicklichkeit, welche Sie damals bewiesen, hat großen Eindruck auf Sie gemacht.« »Frau Cecilie Forrester«, wiederholte er nachdenklich, »ja, ja, ich erinnere mich. Ich hatte Gelegenheit, ihr einen kleinen Gefallen zu tun, es war eine höchst einfache Sache.« »Sie hielt sie damals durchaus nicht dafür. Von meinem Fall werden Sie indessen schwerlich dasselbe sagen. Ich kann mir kaum etwas vorstellen, das noch sonderbarer und unerklärlicher wäre, als die Lage, in der ich mich eben jetzt befinde.« Holmes rieb sich die Hände, seine Augen glänzten. Er saß weit vorgebeugt da. Aus seinen scharf geschnittenen, falkenartigen Zügen sprach die gespannteste Aufmerksamkeit. »Teilen Sie mir Ihren Fall mit«, sagte er in kurzem Geschäftston. Ich befand mich in peinlicher Verlegenheit. »Sie werden entschuldigen«, murmelte ich, mich von meinem Platz erhebend. Allein zu meiner Überraschung machte die junge Dame eine Bewegung wie um mich zurückzuhalten. »Wenn Ihr Freund die Güte hätte zu bleiben«, rief sie, »so könnte er mir einen unschätzbaren Dienst leisten.« Ich sank in meinen Stuhl zurück. »Die Tatsachen«, fuhr sie fort, »sind kurz folgende. Mein Vater war Offizier in einem indischen Regiment und schickte mich als kleines Kind in die Heimat. Meine Mutter war gestorben, und da ich keine Verwandten in England hatte, ward ich in einer guten Pension in Edinburgh untergebracht, wo ich bis zu meinem siebzehnten Jahre blieb. Im Jahre 1878 erhielt mein Vater als ältester Hauptmann seines Regiments einen zwölfmonatlichen Urlaub und kehrte heim. Er telegrafierte mir von London aus, dass er dort glücklich angekommen sei, und gab mir Langham Hotel als seine Adresse an, wo ich ihn sogleich aufsuchen sollte. Die Botschaft war, wie ich mich erinnere, voller Liebe und Güte. Ich folgte seiner Anweisung, erfuhr jedoch im Langham Hotel, dass Hauptmann Morstan zwar da selbst abgestiegen, aber am vorigen Abend ausgegangen und nicht wiedergekommen sei. Ich wartete den ganzen Tag, ohne Nachricht zu erhalten. Am Abend riet mir der Hoteldirektor, mich in Verbindung mit der Polizei zu setzen. Wir machten nun Anzeigen in allen Zeitungen. Allein unsere Nachforschungen blieben ohne Erfolg. Von jenem Tage an bis heute hat man nie mehr ein Wort von meinem unglücklichen Vater gehört. Er kam in die Heimat mit sehnsüchtigem Herzen. Er hoffte, Frieden und Behagen zu finden, stattdessen…« Sie brach ab. Schluchzen erstickte ihre Stimme. »Das Datum?« fragte Holmes, sein Notizbuch öffnend. »Er verschwand am 3. Dezember 1878, vor fast zehn Jahren.« Sein Gepäck war im Hotel geblieben. Er verschaffte uns aber keinen Aufschluss. Außer Kleidern und Büchern fand sich nur eine ansehnliche Sammlung von Seltenheiten von den Andamanen-Inseln vor. Mein Vater war einer der kommandierenden Offiziere des Wachpostens der dortigen Verbrecherkolonie gewesen. »Hatte er irgendeinen Freund in der Stadt?« »Nur einen unseres Wissens. Major Scholto von seinem Regiment, dem 34. der Bombay-Infanterie. Der Major hatte kurz zuvor den Abschied genommen und wohnte in Ober-Nordwood. Natürlich setzten wir uns mit ihm in Verbindung. Aber er wußte nicht einmal, dass sein früherer Kamerad in England sei.« »Ein sonderbarer Fall,« bemerkte Holmes. »Das Seltsamste muß ich Ihnen erst noch mitteilen. Vor ungefähr sechs Jahren oder, um ganz genau zu berichten, am 4. Mai 1882 erschien in der Times eine Aufforderung an Fräulein Mary Morstan, ihre Adresse anzugeben, mit dem bemerken, daß es nicht ohne Nutzen für sie sein würde. Weder Name noch Ort waren beigefügt. Ich hatte gerade zu der Zeit die Stelle als Erzieherin im Hause der Forresters angetreten, und auf ihren Rat ließ ich meine Adresse in die Zeitung drucken. Noch am selben Tage kam mit der Post eine kleine Pappschachtel für mich an, welche eine sehr große, glänzende Perle enthielt. Kein geschriebenes Wort war beigefügt. Seitdem ist mir jedes Jahr am gleichen Datum eine solche Schachtel mit einer Perle zugekommen, immer ohne irgendwelchen Aufschluss über den Absender. Die Perlen sind nach dem Urteil eines Kenners von seltener Gattung und bedeutendem Wert. Sie können sich selbst überzeugen, daß sie schön sind.« Sie öffnete eine flache Schachtel, in der sechs der schönsten Perlen lagen, die ich je gesehen hatte. »Ihre Mitteilung ist höchst interessant«, sagte Holmes. »Hat sich sonst noch etwas ereignet?« »Ja, und zwar erst heute. Deshalb bin ich hier. Diesen Morgen erhielt ich einen Brief. Bitte lesen Sie.« »Besten Dank. Auch das Kuvert, wenn ich bitten darf.« Poststempel London, SW-Datum, 17. Juli. Auf der Ecke der Abdruck eines Manns-Daumens, vermutlich des Briefträgers. Papier von der besten Sorte, Kuvert desgleichen. Der Mann ist wählerisch, in Schreibmaterialien keine Anrede. »Stellen Sie sich heute Abend um sieben Uhr vor dem Lyceum-Theater ein. Wenn Sie Misstrauen hegen, bringen Sie zwei Freunde mit. Es ist Ihnen Unrecht geschehen, und Sie sollen Ihr Recht haben. Bringen Sie niemand von der Polizei. Tun Sie das. So ist alles vergebens. Ihr unbekannter Freund.« »Wahrhaftig. Ein interessantes kleines Geheimnis. Was gedenken Sie zu tun, Fräulein Morstan?« »Darüber wollte ich Ihren Rat hören.« »Nun, dann werden wir sicherlich hingehen.« »Sie und ich und...« »Jawohl, Dr. Watson ist gerade der richtige Mann.« »Der Brief sagt zwei Freunde. Wir haben schon früher einmal zusammengearbeitet, er und ich.« »Würde er aber auch mitkommen wollen?«, fragte sie mit bittender Gebärde. »Ich werde stolz und glücklich sein, wenn ich mich nützlich machen kann,« rief ich lebhaft. »Sie sind beide sehr gütig,« erwiderte sie. »Ich habe ein zurückgezogenes Leben geführt und wüßte keinen Freund, an den ich mich wenden könne. Wird es früh genug sein, wenn ich um sechs Uhr hier bin?« »Kommen Sie ja nicht später,« sagte Holmes. »Noch eine Frage. Ist dies die nämliche Handschrift wie auf den Adressen der Perlenschachteln?« »Sehen Sie selbst,« antwortete sie ihm ein halbes Dutzend Papierschnitzel vorzeigend. »Sie sind ja eine wahre Musterklientin. Sie haben das richtige Verständnis, das ist schön.« Er breitete die Zettel auf dem Tisch aus, und sein rascher, scharfer Blick wanderte von einem zum anderen. »Der Schreiber hat seine Hand verstellt, ausgenommen bei dem Brief. Darüber kann kein Zweifel bestehen.« »Sehen Sie, wie das griechische E überall durchbrechen will, und hier den Schnörkel am Schluss.« »Sie stammen unzweifelhaft von derselben Person.« »Ich möchte keine falschen Hoffnungen erregen, Fräulein Morstan, aber...« »Besteht irgendeine Ähnlichkeit zwischen dieser Handschrift und derjenigen Ihres Vaters?« »Nicht die geringste.« »Das dachte ich mir wohl. Also um sechs Uhr werden wir es erwarten. Erlauben Sie mir, die Papiere zu behalten. Ich kann vielleicht vorher noch etwas in der Sache tun. Es ist erst halb vier.« »Auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen,« sagte die junge Dame in heiterem Ton, steckte die Perlschachtel wieder ein und eilte mit freundlichem Gruße davon. Vom Fenster aus sah ich sie schnellen Schrittes die Straße hinuntergehen, bis das graue Hütchen mit der weißen Feder nur noch ein Punkt in der dunklen Menschenmenge war. »Ein höchst anziehendes Mädchen,« sagte ich zu meinem Gefährtengewand. Holmes hatte seine Pfeife wieder angezündet und sich mit halbgeschlossenen Augen in den Stuhl zurückgelehnt. »So,« sagte er langsam, »ist sie mir nicht aufgefallen?« »Sie sind wirklich ein Automat, eine Rechenmaschine,« rief ich. »Zu Zeiten ist gar kein menschliches Leben in ihnen.« »Man darf sein Urteil nie von persönlichen Eigenschaften beeinflussen lassen,« entgegnete er mit mattem Lächeln. »Das ist von der größten Wichtigkeit.« »Für mich ist ein Klient nichts als eine Figur, ein Faktor in einem Problem. Gefühle sind dem klaren Denken feindlich. Der Schein trügt nur zu oft. Das liebreizendste Frauenzimmer, das mir vorgekommen ist, wurde gehängt, weil sie drei kleine Kinder um ihrer Lebensversicherung willen vergiftet hatte. Und der allerabstoßendste Mann meiner Bekanntschaft ist ein Menschenfreund, der beinahe eine Viertelmillion für die armen Londons verwendet hat.« »In diesem Fall indessen«, »ich mache niemals Ausnahmen.« »Eine Ausnahme stößt die Regel um.« »Haben Sie jemals versucht, den Charakter aus der Handschrift zu bestimmen?« »Wie urteilen Sie über diesen Menschen nach seinem Geschreibsel?« »Es ist leserlich und regelrecht. Ein Geschäftsmann. Nicht ohne Charakterstärke, sollte ich meinen.« Holmes schüttelte den Kopf. »Sehen Sie seine langen Buchstaben an. Sie erheben sich kaum über die kleinen. Dieses D könnte ein A sein und das S ein L. Bei charaktervollen Menschen unterscheiden sich die langen Buchstaben immer. Mögen Sie sonst noch so unleserlich schreiben? Aus diesen Anfangsbuchstaben spricht Selbstbewusstsein, und die Ks verraten Schwanken und Unsicherheit.« »Jetzt gehe ich aus. Ich habe noch einige Erkundigungen einzuziehen.« »In einer Stunde bin ich wieder da.« Ich saß am Fenster, ein Buch in der Hand, aber lesen konnte ich nicht. Meine Gedanken waren noch ganz und gar von unserem Besuch eingenommen. Ihr Lächeln, die tiefenvollen Töne ihrer Stimme, das sonderbare Geheimnis, das über ihrem Leben schwebte, beschäftigte mich. Wenn sie, als ihr Vater verschwand, 17 Jahre alt war, so musste sie jetzt 27 sein, ein angenehmes Alter, wenn die Jugend ihre Selbstüberhebung abgeworfen hat, und etwas durch die Erfahrung ernüchtert ist.« Lange saß ich da und sann, bis so gefährliche Gedanken mir in den Kopf kamen, daß ich eiligst an meinen Schreibtisch ging und mich in die neueste Abhandlung der Pathologie vertiefte. Wie konnte ich, ein Militärarzt mit einem schwachen Arm und noch schwächerem Bankdepot, es wagen, an solche Dinge auch nur zu denken? Sie war eine Figur, ein Faktor, sonst nichts für mich. Wenn mein Geschick düster war, so ziemte es sich wahrlich besser, der Zukunft wie ein Mann entgegenzugehen, statt zu versuchen, sie durch fantastische Irrlichter aufzuhellen. Drittes Kapitel »Ich habe nur ein Faktum entdeckt, das mich auf eine Vermutung führt, welche viel für sich hat. Alle Einzelheiten schienen mir noch. Ich habe nämlich eben die Register der Times durchgesehen und dabei gefunden, daß Major Scholto von Obernorwood, ehemals im 34. Regiment der Bombay-Infanterie, am 28. April 1882 gestorben ist.« »Ich muss wohl sehr schwer von Begriff sein, Holmes, denn ich sehe durchaus nicht, wie das mit dem Fall zusammenhängen kann.« »Nicht. Das wundert mich. Betrachten Sie es einmal von folgendem Gesichtspunkt. Hauptmann Morstan verschwindet. Die einzige Person in London, die er aufgesucht haben könnte, ist Major Scholto. Aber der Major leugnet, etwas von seiner Anwesenheit in London gewusst zu haben. Vier Jahre später stirbt Scholto. Eine Woche nach seinem Tode erhält Hauptmann Morstens Tochter ein wertvolles Geschenk. Die Sendung wiederholt sich von Jahr zu Jahr. Und jetzt kommt noch ein Brief, welcher ausspricht, daß ihr Unrecht geschehen ist. Welches andere Unrecht kann damit gemeint sein, als daß man ihr den Vater geraubt hat? Warum sollten die Geschenke unmittelbar nach Scholto's Tode anfangen, wenn nicht, weil der Erbe Scholto's das Geheimnis kennt und die Tochter zu entschädigen wünscht? »Wissen Sie irgendeine andere Art und Weise, wie sich die Tatsachen deuten lassen?« »Aber was für eine sonderbare Entschädigung und wie wunderlich ausgeführt! Warum hat er den Brief erst jetzt geschrieben und nicht schon vor sechs Jahren? Zudem sagte er, daß sie zu ihrem Recht kommen werde. Soll das etwa heißen, daß ihr Vater noch lebt?« »Schwerlich. Von einer anderen Ungerechtigkeit wissen wir aber in ihrem Fall nichts.« »Natürlich ist noch vieles unaufgeklärt,« sagte Holmes nachdenklich. »Aber die Zusammenkunft heute Abend wird alle Schwierigkeiten beseitigen. Ha, da fährt eine Kutsche vor, und Fräulein Morstan ist darin. Sind Sie ganz fertig? Gut, dann kommen Sie hinunter, wir haben keine Zeit zu versäumen.« Ich ergriff meinen Hut und meinen schwersten Stock, bemerkte aber zugleich, dass Holmes seinen Revolver aus dem Schubfach nahm und in die Tasche gleiten ließ. Offenbar erwartete er, daß es bei unserem Abendgeschäft ernsthaft zugehen könne. Orlein Morstan hatte sich in einen dunklen Mantel gehüllt, ihr ausdrucksvolles Gesicht war gefasst, aber bleich. Sie hätte kein Weib sein müssen, wenn sie frei von Unruhe geblieben wäre bei dem sonderbaren Abenteuer, auf welches wir auszogen, aber ihre Selbstbeherrschung war vollkommen, und sie beantwortete alle Fragen, die Sherlock Holmes noch an sie richtete, ohne Zögern. »Major Scholto war ein sehr vertrauter Freund meines Vaters. Er erwähnt ihn häufig in seinen Briefen. Der Major und Papa befehligten die Truppen auf den Andamanen. Das brachte sie natürlich in die engste Berührung miteinander. Oh, da fällt mir ein, es fand sich in Papas Pult ein seltsames Papier vor, welches niemand verstehen konnte. Ich glaube zwar nicht, daß es irgendwelche Wichtigkeit haben kann, aber für den Fall, daß sie es zu sehen wünschen, habe ich es mitgebracht. Da ist es.« Holmes entfaltete das Papier sorgfältig, kletterte es auf dem Knie und untersuchte es gründlich von allen Seiten unter seiner Lupe. »Das ist ein echt indisches Fabrikat«, bemerkte er. »Das Papier muss früher einmal mit Nadeln auf ein Brett gesteckt worden sein. Es zeigt den Grundriss eines großen Gebäudes mit vielen Hallen und Gängen. An einer Stelle ist ein kleines Kreuz mit roter Tinte gezogen. Darüber steht 3.37 von links in verwischter Bleistiftschrift. Hier in der licken Ecke sieht man eine kuriose Hieroglyphe, vier Kreuze in einer Reihe, deren Arme zusammenstoßen. Daneben steht in sehr roher, ungelenker Schrift das Zeichen der Vier. Jonathan Small, Bahamid Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. »Nun, welche Beziehung das auf unsere Gelegenheit haben könnte, weiß ich nicht. Doch es ist augenscheinlich ein Dokument von Wichtigkeit. Es muss sorgfältig in einem Taschenbuch aufbewahrt worden sein, denn die eine Seite ist so rein wie die andere.« Wir fanden es in seiner Brieftasche. »Bewahren Sie es wohl, Frau Morstan. Wer weiß, wann es uns noch nützen kann. Ich fange an zu vermuten, dass es sich hier doch um eine weit verwickeltere Sache handelt, als ich zuerst glaubte. Ich muss meine Schlüsse von Neuem ziehen.« Er lehnte sich im Wagen zurück. Daß er scharf nachdachte, sah ich an seinen zusammengezogenen Braun und seinem abwesenden Blick. Auch bewahrte er ein unverbrüchliches Schweigen bis an das Ende der Fahrt, während Fräulein Morstan und ich in gedämpftem Ton miteinander über die möglichen Ergebnisse unseres Unternehmens plauderten. Es war ein trüber Septemberabend. Dichter, feuchter Nebel hing über der großen Stadt und lagerte sich in schmutzig-farbenen Wolken auf den schlammigen Straßen. Die Lampen längs dem Strand tauchten aus dem Dunkeln nur als matte Lichtflecken auf, die ihren schwachen, kreisrunden Schimmer auf das nasse Pflaster warfen. Durch die dunstige Luft schoss der gelbe Schein aus den Ladenfenstern einen bald helleren, bald dunkleren Strahl quer über die menschenbelebte Hauptstraße. Es hatte etwas Unheimliches, Geisterhaftes, alle die Gesichter in endloser Reihe über diesen schmalen Lichtstreifen huschend zu sehen, traurige und fröhliche Gesichter, abgehärmte und lustige. Wie in der Menschheit Geschlecht auf Geschlecht, so glitten sie aus dem Dunkel ins Licht und wieder zurück ins Dunkel. Sonst macht dergleichen nicht leicht einen Eindruck auf mich, aber der düstere Abend und unser seltsames Unternehmen mochten wohl dazu beitragen, mein Gemüt trüber zu stimmen. Auch merkte ich, dass Fräulein Morstan unter ähnlichen Gefühlen litt, Holmes allein war über solche äußere Einflüsse erhaben. Er hielt sein offenes Notizbuch auf dem Knie und schrieb von Zeit zu Zeit allerlei Zahlen und Bemerkungen beim Schein seiner Taschenlaterne nieder. »Horland Morstan begleiten?« fragte er. »Horland Morstan bin ich, und diese beiden Herren sind meine Freunde,« erwiderte sie. Er richtete sein forschendes Augenpaar mit scharfem, durchdringendem Blick auf uns. »Entschuldigen Sie, Fräulein,« sagte er in mürrischem Ton, »aber ich soll mir von Ihnen die Versicherung ausbitten, daß keiner Ihrer Begleiter ein Polizeibeamter ist.« »Darauf kann ich Ihnen mein Wort geben,« lautete ihre Antwort. Er ließ nun einen scharfen Pfiff hören, worauf eine Kutsche angefahren kam. Ein Mann führte das Pferd am Zügel und öffnete uns den Schlag. Wir nahmen unsere Plätze im Wagen ein, der fremde Kutscher stieg auf den Bock, schwang die Peitsche und fuhr mit uns in rasender Eile dahin, durch die nebligen Straßen. Mir war seltsam zumute. Es ging einem unbekannten Ziel entgegen, zu einem unbekannten Zweck. Entweder stellte sich die Aufforderung als ein grober Betrug heraus, was sich nicht wohl annehmen ließ, oder wir durften mit gutem Grund erwarten, daß es sich um wichtige Enthüllungen handelte. Vorline Morstens Verhalten während der Fahrt war entschlossen und gefasst wie immer. Ich versuchte zwar, sie durch die Erzählung meiner Abenteuer in Afghanistan zu erheitern und zu zerstreuen, muß aber gestehen, daß ich selbst viel zu aufgeregt war und gespannt auf die Dinge, die da kommen sollten, um einen klaren Bericht zu erstatten. Noch heute behauptet sie, ich hätte ihr eine rührende Anekdote von einem Schießgewehr erzählt, das mitten in der Nacht in mein Zelt guckte, worauf ich mit einer doppelläufigen Tigerkatze danach geschossen hätte. Zuerst konnte ich noch einigermaßen die Richtung verfolgen, in welcher wir fuhren, aber mochte nun die Schnelligkeit unserer Bewegung schuld sein oder der Nebel, ich verlor bei meiner ohnehin beschränkten Kenntnis von London bald gänzlich den Faden und wußte nur noch, daß wir einen sehr langen Weg zu fahren schienen. Sherlock Holmes dagegen geriet niemals in Zweifel. Während das Fuhrwerk über die verschiedenen Plätze und durch zahllose Querstraßen und enge Gassen dahinstürmte, murmelte er die Straßennamen. »Rochester Row. Nun, Vincent Square. Jetzt kommen wir zur Brückenstraße. Es scheint, wir fahren nach der Surrey-Seite hinüber. Richtig, das dachte ich doch. Nun sind wir auf der Voxhall-Brücke. Sehen Sie dort, da flimmert der Fluss durch.« Einen Augenblick sahen wir wirklich das breite, stille Wasser der Themse im Laternenlicht glänzen, aber unsere Kutsche rasselte weiter, und bald steckten wir wieder in einem Straßenlabyrinth auf der anderen Seite. »Wadsworth Road«, sagte mein Gefährte, »Priory Road, die Larkhall-Gasse. Unser Abenteuer scheint uns nicht gerade in vornehme Stadtteile zu führen.« Wir hatten in der Tat eine sehr abgelegene, wenig anziehende Gegend erreicht. Erst kamen lange Reihen einförmiger Backsteingebäude, in welche nur die grell erleuchteten Wirtshäuser an den Ecken mit ihrem trödelhaften Aufputz einige Abwechslung brachten. Dann folgten zweistöckige Landhäuser mit winzigen Vordergärtchen und dann wieder endlose Reihen von nagelneuen Ziegelbauten, die Riesenfüllhörner, welche die ungeheure Stadt aufs Land hinausstreckte. Endlich hielt der Wagen am dritten Hause einer neu angelegten Straße. Es sah ebenso dunkel und unbewohnt aus wie die Nachbarhäuser, nur aus dem Küchenfenster kam ein matter Lichtschein. Auf unser Klopfen wurde jedoch die Tür augenblicklich von einem indischen Diener geöffnet, der einen gelben Turban, weite, faltige Gewänder und eine gelbe Scherpe trug. Die Gestalt des Orientalen nahm sich höchst wunderbar aus, im Rahmen der Haustüre dieser Vorstadtwohnung dritter Klasse. »Der Sahib erwartet Sie«, sagte er. Während er noch sprach, rief drinnen eine dünne, hohe Stimme. »Wird Sie zu mir herein! Kittmugga, bringen Sie gleich zu mir ins Zimmer!« Viertes Kapitel Die Erzählung des kahlköpfigen Herrn Wir folgten dem Inder durch den unsauberen, schlecht erleuchteten Gang, bis er eine Tür zur Rechten aufstieß. Ein Strahl gelben Lichtes strömte uns entgegen und umleuchtete einen kleinen Mann, der mitten im Zimmer stand. Sein ungewöhnlich hoher Kopf war von einem kranzborstiger roter Haare umgeben, aus denen eine kahle, glänzende Glatze hervorragte, wie ein Berggipfel aus Tannenbäumen. Ohne sich vom Platz zu rühren, wandte er die Hände krampfhaft ineinander, und in seinen Gesichtszügen zuckte es unaufhörlich. Bald kam ein Lächeln zum Vorschein, bald ein mürrischer Ausdruck, aber in Ruhe blieben sie keinen Augenblick. Die Natur hatte ihm eine Hängelippe verliehen und eine allzu sichtbare Reihe unregelmäßiger gelber Zähne, welche er vergebens zu verbergen trachtete, indem er sich fortwährend mit der Hand über den unteren Gesichtsteil fuhr. Trotz seiner auffallenden Glatze machte er einen noch jugendlichen Eindruck, er hatte auch wirklich erst das dreißigste Jahr zurückgelegt. »Er geimpster Diener, Fräulein Boston!«, wiederholte er mehrmals mit seiner dünnen, schrillen Stimme, »Ihr Diener, meine Herren, bitte treten Sie in mein kleines Heiligtum, ein enger Raum, aber nach meinem Geschmack eingerichtet eine Oase der Kunst in der furchtbaren Wüste des südlichen Londons!« Wir waren alle überrascht beim Anblick des Gemachs, welches wir betraten. Es nahm sich in dem ärmlichen Hause so fremdartig aus wie ein Diamant reinsten Wassers in einer Fassung von Messing. Die Wände waren mit den reichsten und glänzendsten Tapeten und Vorhängen bekleidet, die sich hier und da öffneten, um ein prachtvoll eingerahmtes Gemälde oder eine orientalische Vase zur Schau zu stellen. Der Bodenteppich, Bernsteinfarben und Schwarz, war so dick, dass der Fuß darin versank wie in einem weichen Moosbette. Zwei große Tigerfälle lagen darüber gebreitet, und auf einer Matte in der Ecke stand eine ungeheure indische Wasserpfeife. Von der Mitte der Zimmerdecke hing an einem fast unsichtbaren Golddraht eine brennende Lampe in Form einer silbernen Taube herab und verbreitete einen feinen Wohlgeruch in der Luft. Lauter Zeichen von echtmorgenländischem Luxus. »Mein Name ist Thaddeus Scholto«, sagte der kleine Mann unter fortwährendem nervösen Zucken und Lächeln. »Sie sind natürlich Fräulein Morstan und diese Herren. Dies ist Sherlock Holmes und dies Dr. Watson. »Ein Arzt, ja?« rief er sehr erregt. »Haben Sie vielleicht Ihr Stethoskop bei sich? Dürfte ich Sie bitten? Ich habe ernste Befürchtungen betreffend meine Herzklappen, wenn Sie vielleicht die große Gefälligkeit hätten. Auf die Hauptschlagader kann ich mich verlassen, aber ich würde gerne Ihre Meinung über die Herzklappen hören.« Seine Aufforderung gemäß horchte ich an seinem Herzen, konnte aber nichts Ungewöhnliches finden. Nur schien er mir vor Furcht völlig außer sich, denn er zitterte von Kopf bis Fuß wie Espenlaub. »Der Herzschlag ist normal, Sie haben keine Ursache, sich zu beunruhigen«, sagte ich. »Sie werden meine Besorgnis entschuldigen«, bemerkte er. »Ich bin sehr leidend und traue dem Zustand meiner Herzklappen seit langem nicht mehr. Es freut mich zu hören, dass ich mir unnütze Sorgen gemacht habe. Hätte Ihr Vater, Fräulein Morstan, seinem Herzen nicht allzu viel zugemutet, so lebte er vielleicht heute noch.« Ich hätte dem Menschen ins Gesicht schlagen können, so zornig wurde ich bei diesem gefühllosen, rohen Hinweis auf eine schmerzvolle Angelegenheit. Fräulein Morstan setzte sich und wurde blass bis an die Lippen. »Ich fühlte es im Inneren, dass er tot sei«, sagte sie. »Ich kann Ihnen alle Einzelheiten mitteilen, ja, was noch mehr ist, ich kann Ihnen zu Ihrem Recht verhelfen, und das will ich tun, was Bruder Bartholomeus auch sagen mag. Ich bin so froh, Ihre Freunde als Zeugen hier zu haben. Wir drei zusammen können Bruder Bartholomeus dreist entgegentreten, aber nur keine Unbeteiligten, keine Polizisten oder Beamten. Wir können es ohne Zwischenhändler unter uns ausmachen, zu allseitiger Befriedigung. Nichts würde Bruder Bartholomeus mehr verstimmen als irgendwelche Öffentlichkeit.« Er nahm auf einem niedrigen Sesselplatz und zwinkerte uns mit seinen matten, wasserblauen Augen fragend an. »Seien Sie unbesorgt«, erwiderte Hobes, »ich werde nichts weiter erzählen.« Ich nickte nur beistimmend mit dem Kopfe. »Das ist gut, das ist gut«, rief er. »Darf ich Ihnen ein Glas Chianti anbieten, Fräulein Morstan, oder Tokaya? Ich halte keinen anderen Wein. Soll ich eine Flasche öffnen? Nein? Aber ich hoffe doch, dass Sie nichts gegen den Tabaksrauch einwenden werden, gegen den balsamischen Duft des orientalischen Tabaks. Ich bin etwas aufgeregt, und meine Huka ist ein unschätzbares Beruhigungsmittel.« Er zündete den großen Pfeifenkopf an, und der Rauch wallte lustig durch das Rosenwasser. Wir saßen alle drei im Halbkreis, das Kinn in die Hand gestützt, den Kopf vorgebeugt, und während der sonderbare, zapplige kleine Kerl mit dem hohen, glänzenden Schädel unruhig in der Mitte den Rauch von sich blies. »Als ich zuerst beschloss, Ihnen diese Mitteilung zu machen,« hob er an, »hätte ich Ihnen meine Adresse angeben können, da ich jedoch fürchtete, Sie möchten meine Bedingungen unberücksichtigt lassen und Leute bringen, die mir nicht angenehm wären, erschlug ich ein anderes Verfahren ein. Mein Diener Williams, in dessen umsichtig vollkommenes Vertrauen setze, sollte Sie zuerst sehen und, wenn irgendetwas sein Missfallen erregte, die Sache nicht weiter verfolgen. Sie werden diese Vorsichtsmaßregel entschuldigen, aber bei meiner zurückgezogenen Lebensweise und meinem, ich darf wohl sagen, verfeinerten Geschmack, gibt es für mich nichts Unästhetischeres als einen Polizisten. »Ich habe eine natürliche Abneigung gegen jede Form von rohem Materialismus und komme selten in Berührung mit dem großen Haufen. Wie Sie sehen, versuche ich mir, die kleine Welt, in der ich lebe, durch die Kunst zu verschönern, kann mich wohl einen Gönner der Künste nennen, diese Landschaft hier. Entschuldigen Sie, Herr Scholto,« unterbrach Frau Morstan seinen Redefluss, »aber ich bin auf Ihr Verlangen hier, weil Sie mir etwas mitzuteilen haben. Es ist sehr spät, und ich muss wünschen, die Zusammenkunft so bald wie möglich zu beenden.« »Einige Zeit werden wir jedenfalls brauchen,« entgegnete er, »denn wir müssen durchaus Bruder Bartholomeus in Norwood aufsuchen. Wir müssen alle zusammen hingehen, um ihn womöglich zu überrumpeln. Er ist sehr böse auf mich, weil ich den Weg eingeschlagen habe, der mir der Richtige schien. Wir gerieten gestern Abend wirklich in Streit darüber. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für ein schrecklicher Mensch er ist, wenn er zornig wird. »Wenn wir nach Norwood gehen müssen, so täten wir vielleicht am besten, sogleich aufzubrechen,« erlaubte ich mir zu bedenken. Er lachte, daß er rot wurde bis über die Ohren. »Wo denken Sie hin?« rief er. »Das wäre schön, wenn ich Sie ihm so plötzlich vor die Augen brächte. Nein, zuerst müssen Sie wissen, wie wir alle miteinander stehen. Es gibt nämlich in der Geschichte einige Punkte, die mir selbst unbekannt sind, und ich kann Ihnen die Tatsachen nur berichten, insoweit ich Sie selber kenne.« Mein Vater, John Scholto, war ehemals Major in der indischen Armee. Vor ungefähr elf Jahren nahm er seinen Abschied und zog sich nach Ober-Norwood zurück, wo er sich ein Haus kaufte. Er hat in Indien Glück gehabt und brachte eine ansehnliche Summe Geldes, eine große Sammlung wertvoller Seltenheiten und eine zahlreiche eingeborene Dienerschaft mit. So richtete er sich denn in Pondicherry Lodge aufs Prächtigste ein und lebte mit großem Aufwand. Mein Zwillingsbruder Bartholomeus und ich waren seine einzigen Kinder. Ich erinnere mich noch sehr wohl, welches Aufsehen das Verschwinden des Hauptmanns Morstan machte. Wir lasen damals den Bericht in der Zeitung, und da wir wussten, dass er ein Freund unseres Vaters gewesen war, besprachen wir den Fall häufig in seiner Gegenwart, und er pflegte sich an unseren Vermutungen zu beteiligen, was ihm wohl zugestoßen sein könne. Es wäre uns nie in den Sinn gekommen, dass er das ganze Geheimnis in seiner Brust verbarg, dass er der einzige Mensch war, der das Schicksal Arthur Morstons kannte. Wir wußten indessen, dass eine dunkle, drohende Gefahr über unserem Vater schwebte. Er war sehr ängstlich, allein auszugehen, und hielt zur Bewachung des Hauses immer zwei ausgezeichnete Boxer in seinem Sold. Williams, der sie heute Abend gefahren hat, ist einer davon. Der Vater sprach sich niemals über den Gegenstand seiner Furcht aus, aber er hatte einen wahren Widerwillen gegen Männer mit hölzernen Beinen. Einmal schoss er tatsächlich seinen Revolver auf einen Stelzfuß ab, der sich nachher als ganz harmloser Hausierer erwies. Wir mussten ihm eine große Summe bezahlen, um die Sache zu vertuschen. Damals glaubten wir, mein Bruder und ich, dies sei eine bloße Wunderlichkeit meines Vaters, aber spätere Ereignisse haben uns eines Besseren belehrt. Im Anfang des Jahres 1882 erhielt der Vater einen Brief aus Indien, der ihm einen harten Stoß gab. Er öffnete ihn am Frühstückstisch und fiel vor Schrecken beinahe in Ohnmacht. Von dem Tage an kränkelte er bis zu seinem Tode. Über den Inhalt des Briefes erfuhren wir nichts, aber während er ihn las, hatte ich gesehen, dass er kurz war und mit einer kritzlichen Hand geschrieben. Seit Jahren schon hatte der Vater an der Milz gelitten, nun aber verschlimmerte sich sein Übel zusehens, und Ende April kündigte man uns eines Tages an, es sei keine Hoffnung mehr, ihn am Leben zu erhalten, und er wünsche uns, eine letzte Mitteilung zu machen. Als wir zu ihm ins Zimmer traten, saß er zwischen den Kissen aufgerichtet und atmete schwer. Er beschwor uns, die Tür zu verschließen, und winkte uns dann zu sich. Wir standen dicht an beiden Seiten seines Bettes. Er ergriff unsere Hände und sprach mit vor Schmerz und Gemütsbewegung gebrochener Stimme. Ich werde versuchen, seine eigenen Worte zu wiederholen. »Ich habe in diesem letzten Augenblick nur eins«, sagte er, »was mir auf die Seele drückt. Es ist das Unrecht, das ich der Weise des armen Morstern angetan. In meiner verdammten Geldgier der Hauptsünde meines Lebens habe ich ihr den Schatz vorenthalten, der wenigstens zur Hälfte ihr zukam. Und doch hat er mir selbst keinen Nutzen gebracht. So blind und verrückt ist der Geiz. Das bloße Gefühl des Besitzes ist mir so lieb gewesen, dass ich es nicht ertragen konnte, mit jemandem zu teilen. Seht, jenen mit Perlen besetzten goldenen Kranz neben der Medizinflasche. Selbst von dem konnte ich nicht lassen. Und doch hatte ich ihn mit der Absicht herausgenommen, in ihr zuzuschicken. Von euch, meine Söhne, soll sie den Anteil des Agraschatzes erhalten, der ihr gebührt. Aber schickt ihr nichts vor meinem Ende, auch nicht den Perlenkranz. Schon mancher ist ebenso schlimm dran gewesen wie ich und hat sich dann doch wieder erholt. Lasst mich euch erzählen, wie Morstern starb. Er hatte seit Jahren an einem Herzübel gelitten, verbarg es aber vor jedermann. Ich allein wusste darum. Als wir beide in Indien waren, kamen wir durch eine merkwürdige Verkettung von Umständen in den Besitz eines bedeutenden Schatzes. Ich hatte denselben nach England herübergebracht, und Morstern kam am Abend seiner Ankunft unmittelbar zu mir, um seine Hälfte zu fordern. Er war vom Bahnhof zu Fuß herübergegangen, und mein alter Lalltschotter ließ ihn ein. Dieser treue Diener ist jetzt tot. Morstern und ich waren verschiedener Meinung über die Teilung des Schatzes. Es kam zu hitzigen Worten, und Morstern sprang zornig vom Stuhl auf. Plötzlich presste er jedoch die Hand an die Seite, war spleich und fiel rücklinks zu Boden, wobei er mit dem Kopf gegen die Ecke des eisernen Schatzkastens stieß. Als ich mich über ihn beugte, sah ich zu meinem Entsetzen, dass er tot war. Lange saß ich ratlos da. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Mein erster Antrieb war natürlich, nach Hilfe zu rufen, aber zugleich war mir klar, dass man mich höchstwahrscheinlich für Morsterns Mörder halten würde. Sein Tod im Augenblick des Streits und die Wunde an seinem Kopf würden mich schwer verdächtigen. Fand eine gerichtliche Untersuchung statt, so mussten zudem in Bezug auf den Schatz Tatsachen ans Licht kommen, welche geheim zu halten mir besonders am Herzen lag. Morstern hatte mir gesagt, dass keine Menschenseele wisse, wohin er gegangen sei. So schien es nicht unmöglich, was geschehen war, vor aller Welt zu verbergen. Noch wälzte ich die Sache in Gedanken hin und her, als ich aufblickend meinen Diener Lal Schauder in der Tür stehen sah. Er kam hereingestichen und riegelte hinter sich zu. »Habt keine Angst, Sahib«, sagte er, »es soll niemand erfahren, dass ihr ihn erschlagen habt. Wir wollen ihn beiseite schaffen, und dann kräht kein Hahn danach.« »Ich habe ihn nicht getötet«, rief ich, aber Lal Schauder schüttelte nur lächelnd den Kopf. »Ich habe alles gehört, Sahib«, sagte er, »ich hörte euch streiten, und ich hörte den Fall. Aber mein Mund ist stumm, das ganze Haus schläft, wir wollen ihn zusammen fortschaffen.« Das reichte hin, mich zum Entschluss zu bringen. Wenn mein eigener Diener nicht an meine Unschuld glauben konnte, wie durfte ich hoffen, mich vor den zwölf Geschworenen im Gerichtshof weiß zu brennen? Wir brachten die Leiche in der Nacht beiseite, Lal Schauder und ich. In wenigen Tagen waren alle Londoner Zeitungen voll von dem geheimnisvollen Verschwinden des Hauptmanns Morstern, »Aber mich traf kein Verdacht. Ihr werdet einsehen, dass ich bei dem ganzen Vorgang kaum zu tadeln bin. Mich drückt allein die Schuld, dass wir nicht nur die Leiche verbargen, sondern auch den Schatz. Und dass ich von Morstens Anteil ebenso wenig lassen konnte wie von meinem eigenen. Eure Pflicht soll es sein, Ersatz zu leisten. Beugt euch nieder zu meinem Munde, der Schatz ist versteckt in...« Er stockte, und urplötzlich kam eine furchtbare Verwandlung über ihn. Seine Augen starrten wild, er fuhr mit den krampfhaft geballten Händen in der Luft umher und kreischte in grässlicher Todesangst. »Lass dir nicht herein, um Christi Will! Lass dir nicht herein!« Rasch wandten wir uns nach dem Fenster um, an dem sein entsetzter Blick haftete, und sahen ein Gesicht gegen die Scheiben gepresst, das aus der Dunkelheit zu uns hereinschaute. Es war ein bärtiges, beharrtes Gesicht mit wilden, grausamen Augen, Hass und Bosheit im Ausdruck. Wir stürzten ans Fenster, mein Bruder und ich, aber der Mann war fort. Als wir zu meinem Vater zurückkehrten, war sein Kopf in die Kissen gesunken und sein Puls hatte aufgehört zu schlagen. Wir durchsuchten während der Nacht den Garten, um es war keine Spur des Eindringlings zu entdecken. Nur gerade unter dem Fenster fand sich der Abdruck eines Fußes im Blumenbeet. Ohne diesen schlagenden Beweis hätten wir glauben können, das wilde, grimmige Gesicht am Fenster sei nur eine Ausgeburt unserer Einbildungskraft gewesen. Bald sollten wir jedoch die Gewissheit erhalten, dass wir rings von Spehern umgeben waren. Am Morgen fand man meines Vaters Zimmerfenster offen stehen und alle Schränke und Kästen durchwühlt. Auf seiner Brust aber war ein Papierfetzen befestigt, auf welchem mit kritzlicher Handschrift die Worte geschrieben standen, »Das Zeichen der Vier!« »Was das zu bedeuten hatte, oder? Wer unser heimlicher Besucher war, haben wir nie erfahren. Wir vermissten nichts von meines Vaters Eigentum, obgleich alles durcheinandergeworfen war. Natürlich brachten wir dieses seltsame Ereignis mit der Angst in Verbindung, welche meinen Vater bei Lebzeiten verfolgt hatte, aber es ist uns noch heute ein vollständiges Rätsel.« Thaddeus Scholto schwieg, zündete seine Hucka wieder an und rauchte einige Augenblicke gedankenvoll vor sich hin. Wir hatten alle in regloser Spannung seiner seltsamen Erzählung zugehört. Bei dem kurzen Bericht über ihres Vaters Tod war Fräulein Morstan leichenblass geworden und schien einer Ohnmacht nahe. Doch fasste sie sich glücklicherweise bald wieder. Sherlock Holmes lehnte ganz in Gedanken versunken, mit geschlossenen Liedern in seinem Stuhl. Erst heute Morgen hatte er noch bitterlich über die Alltäglichkeit des Lebens geklagt. Hier fand er nun ein Problem, dessen Lösung all seinen Scharfsinn in Anspruch nahm. Mit ersichtlichem Stolz über den Eindruck, den seine Geschichte gemacht hatte, blickte uns Scholto der Reihe nach an, tat einige Züge aus der Riesenpfeife und nahm dann seinen Bericht wieder auf. Sie können sich denken, wie aufgeregt wir über den Schatz waren, von dem der Vater gesprochen hatte. Monatelang gruben und forschten wir täglich überall im Garten danach, aber immer vergebens. Wir hätten rasend werden mögen, dass er gestorben war, ohne uns das Versteck zu offenbaren, obgleich ihm das Wort schon auf den Lippen schwebte. Die köstlichen Perlen des goldenen Kranzes ließen auf die Pracht der übrigen Reichtümer schließen, zu denen er gehört hatte. Über diesen Kranz hatte ich mit meinem Bruder Bartholomeus einen kleinen Wortwechsel. Die Perlen waren augenscheinlich von großem Wert, und er war abgeneigt, sie herzugeben, denn, unter uns gesagt, neigt mein Bruder selbst ein wenig zu dem Fehler meines Vaters. Auch scheute er sich, den Kranz vorzugeben, weil er meinte, es würde daraus ein Geschwätz entstehen, das uns schließlich Verlegenheiten bereiten könnte. Mit vieler Mühe setze ich endlich durch, dass ich mir Fräulein Morstens Adresse verschaffen durfte, um ihr von Zeit zu Zeit eine abgelöste Perle zu schicken, damit sie wenigstens niemals in Not geraten möchte. »Das war sehr gut von Ihnen«, rief Sherlock Holmes eifrig. »Es beweist Ihre freundliche Gesinnung.« Der kleine Mann machte eine abweisende Gebärde. »Wir waren Ihre Pfleger«, sagte er. »So wenigstens sah ich es. Bruder Bartholomeus betrachtete es freilich in ganz anderem Lichte. Wir besaßen ohnehin ein beträchtliches Vermögen. Ich hatte keine Verlangen nach mehr. Auch schien es mir höchst verwerflich, eine junge Dame auf so gemeine Weise zu übervorteilen. Da mein Bruder jedoch bei seiner abweichenden Meinung verharrte, hielt ich es zuletzt für das Beste, mir eine besondere Wohnung einzurichten. Ich verließ Pondicherry Lodge und nahm den alten Kitmugar und Williams mit. Gestern erfuhr ich indessen, dass ein Ereignis von größter Wichtigkeit eingetreten sei. Der Schatz ist entdeckt worden. Ich schrieb sogleich an Fräulein Morstan wegen dieser Zusammenkunft, und wir brauchen jetzt nur noch nach Norwood hinauszufahren und unseren Anteil zu fordern. Ich habe Bruder Bartholomeus bereits gestern Abend meine Ansicht auseinandergesetzt. Er erwartet unseren Besuch, wenn wir ihm auch schwerlich willkommen sein werden.« Thaddeus Scholto war zu Ende und saß mit unruhig zuckenden Mienen in seinem weichen Lehnsessel. Wir blieben alle eine Weile stumm vor Überraschung über die neue Wendung, welche die geheimnisvolle Angelegenheit genommen hatte, bis Holmes endlich aufsprang. »Sie haben richtig gehandelt, mein Herr, von Anfang bis zum Ende«, rief er. »Vielleicht werden wir imstande sein, uns Ihnen erkenntlich zu erweisen, indem wir aufzuklären versuchen, was bis jetzt noch dunkel ist. »Lasst Sie uns nun aber auch ohne allen Aufschub ans Werk gehen.« Unser neuer Bekannter rollte den Schlauch seiner Huka sehr sorgfältig auf, holte dann hinter einem Vorhang seinen langen, gefütterten Überzieher mit Kragen und Aufschlägen von Astrachan hervor, den er trotz der drückend warmen Nacht fest zuknöpfte. Eine Kappe von Kaninchenfell mit Ohrenklappen vollendete seinen Anzug, so dass nichts von ihm sichtbar war als das spitze, bewegliche Gesicht. »Ich bin etwas kränklich«, bemerkte er, während er den Gang hinunter uns voranschritt, »und bin genötigt, auf meine zarte Gesundheit Rücksicht zu nehmen.« Draußen stand unser Wagen schon bereit, und kaum waren wir eingestiegen, so fuhr der Kutscher sogleich in schnellem Trabe davon. Thaddeus Scholto sprach unaufhörlich mit seiner hohen, scharfen Stimme, die von dem Gerassel der Räder nicht übertönt wurde. »Bartholomeus ist ein gescheiter Kerl«, sagte er. »Wie denken Sie wohl, dass er das Versteck herausgefunden hat?« Er war zu dem Schluss gekommen, dass der Schatz im Hause sein müsse, so stellte er denn überall Messungen an und prüfte jeden Raum, bis kein Kubikzoll übrig blieb, der nicht in Anschlag gebracht war. Die Höhe des Gebäudes betrug 74 Fuß, wenn er aber die Höhe der Zimmer rechnete, sowie die Zwischenräume, die er durchbohren ließ, um sie genau messen zu können, so brachte er im Ganzen nicht mehr als 70 Fuß zusammen. Die vier Fuß, die fehlten, konnten nur im obersten Raum des Gebäudes sein. Er stieß deshalb ein Loch in die vergipste Lattendecke des unter dem Dach gelegenen Zimmers und traf dabei wirklich auf einen kleinen Zwischenboden, der mit Gips verstrichen war und von dessen Vorhandensein niemand eine Ahnung hatte. In der Mitte des Raumes stand der Schatzkasten auf zwei Ballen. Er wurde durch das Loch heruntergelassen, und nun haben wir ihn. Mein Bruder schätzt den Wert der Juwelen auf mindestens eine halbe Million Pfund. Bei der Erwähnung dieser Riesensumme sahen wir uns mit großen Augen an. So würde Fräulein Morstan, wenn wir ihren Anspruch sicherstellen könnten, sich aus einer armen Erzieherin in die reichste Erbin Englands verwandeln. Jeder, der ihr aufrichtig wohl wollte, hätte sich billig über solche Nachricht freuen sollen, aber ich muß zu meiner Schande gestehen, daß meine Selbstsucht die Oberhand gewann und mir das Herz schwer wie Blei wurde. Ich stammelte ein paar unzusammenhängende Worte, die einen Glückwunsch vorstellen sollten, und saß taub für das weitere Geschwätz unseres neuen Bekannten, gesenkten Hauptes da. Er war durch und durch Hypochonder und hoffte wohl, von mir Unterweisungen über die Wirkung verschiedener Geheimmittel zu erhalten, von denen er sich einen günstigen Erfolg für seine Gesundheit versprach. Durch meine Antworten an jenem Abend wird er nicht viel klüger geworden sein. Meine Gedanken waren verwirrt, und ich sprach halb im Traum. Endlich hielt unser Wagen. Der Kutscher sprang vom Bock und öffnete den Schlag. »Dies ist Pondicherry Lodge«, sagte Scholto, während er Fräulein Morstan beim Aussteigen behilflich war. Fünftes Kapitel Das Trauerspiel in Pondicherry Lodge Es war beinahe elf Uhr, als wir diese Endstation unserer nächtlichen Fahrt erreichten. Wir hatten den feuchten Nebel der großen Stadt hinter uns gelassen. Die Nacht war mild und schön. Ein warmer Wind wehte aus Westen, und von Zeit zu Zeit blickte der Mond durch die schweren Wolken, welche langsam am Himmel hinzogen. Obgleich wir recht gut auf einige Entfernung sehen konnten, nahm Tadeus Scholto doch eine Seitenlaterne des Wagens herab, um unseren Weg besser zu beleuchten. Das Grundstück, auf dem Pondicherry Lodge lag, war ringsum von einer Steinmauer eingeschlossen, auf welche man zu besserem Schutz Glasscherben gemauert hatte. Den Eingang bildete eine schmale, eisenbeschlagene Tür, an der unser Führer zweimal kurz hintereinander auf eigentümliche Art klopfte. »Wer ist da?« rief eine mürrische Stimme von innen. »Ich bin es, McMurdo! Du solltest doch endlich mein Klopfen kennen!« Man vernahm einen brummenden Ton und das Klingen und Klirren von Schlüsseln. Die Tür schwang sich schwerfällig zurück, und in der Öffnung stand ein kurzer, breitschultriger Mann, dessen vorgestreckter Kopf mit den blitzenden, misstrauischen Augen von der Laterne beleuchtet wurden. »Ihr seid's, Herr Tadeus! Aber wer sind denn die anderen?« »Der Herr hat mir keinen Befehl erteilt, Sie einzulassen.« »Nicht, McMurdo? Das wundert mich. Ich sagte meinem Bruder gestern Abend, dass ich ein paar Freunde mitbringen würde. Er ist heute gar nicht aus seinem Zimmer gekommen, Herr Tadeus. Ich habe keine besondere Anweisung und muss mich an die alten Regeln halten. Ihr mögt eintreten, aber eure Freunde müssen bleiben, wo sie sind.« Das war ein unerwartetes Hindernis. Tadeus Scholto blickte mit betroffener Miene hilflos um sich. »Wie Unrecht von dir, McMurdo! Wenn ich mich für sie verbürge, so mußt ihr das genügen. Die junge Dame hier kann doch nicht zur Nachtzeit auf der Landstraße warten.« »Tut mir leid, Herr Tadeus,« sagte der unerschütterliche Torwart, »die Leute mögen eure Freunde sein und doch nicht Freunde meines Herrn. Er bezahlt mich gut dafür, dass ich meine Pflicht tue, und so will ich auch meines Amtes warten. Ich kenne keinen von euren Freunden.« »Oh ja, ihr kennt mich, McMurdo,« rief Holmes freundlich. »Ich meine, ihr werdet mich nicht vergessen haben. Wer war's, der vor vier Jahren an eurem Benefizabend in Alcanzsaal drei Gänge mit euch ausgefochten hat, hä?« »Oh, Sir, Sie sind sehr Sherlock Holmes,« brüllte der Preisfächter. »Mei Gott! Sie hätte ich erkennen sollen, wenn Sie nur, statt still dazustehen, gleich mit Ihrem Kreuzhieb unter den Kinnladen auf mich losgegangen wären. Wie schade, dass Sie Ihre Gaben ungenützt hast wahrhaftig. Sie hätten Ehre und Ruhm ernten können, wenn Sie unsere Kunst ergriffen hätten.« »Sie sehen, Watson, wenn alles fehlschlägt, so bleibt mir doch noch ein wissenschaftlicher Beruf offen,« sagte Holmes lachend. »Der wackere McMurdo wird uns nun gewiss nicht länger hier draußen stehen lassen.« »Herein mit Ihnen, Herr, herein mit Ihnen und Ihren Freunden,« rief er. »Nehmen Sie es nicht übel, Herr Thaddeus, ich habe strengen Befehl und musste erst gewiss sein, mit wem ich es zu tun hatte.« Innerhalb der Mauern wand sich der Weg durch verwilderte Anlagen bis zu einem hohen, kastenartigen Gebäude, das ganz in Dunkelheit begraben dalag. Nur auf eine Ecke fiel der Mondstrahl und glitzerte am Dachkammerfenster. Der große, düstere Bau mit seiner toten Stille machte das Herz erschauern. Selbst Thaddeus Schulto schien sich unbehaglich zu fühlen, und die Laterne bebte und klapperte ihm in der Hand. »Ich kann nicht klug daraus werden,« murmelte er. »Es musste ein Missverständnis, ob Walden, ich habe Bartholomeus deutlich gesagt, dass wir kommen würden, und doch ist kein Licht in seinem Fenster. Das weiß ich mir nicht zu erklären.« »Lässt er das Haus immer auf solche Weise bewachen?« fragte Holmes. »Ja, er hat die Gewohnheit meines Vaters angenommen. Er war sein Lieblingssohn. Vielleicht hat ihm der Vater auch mehr anvertraut als mir. Wer kann das wissen? Dort oben ist Bartholomeus' Fenster. Es sieht hell aus, weil es der Mond bescheint, aber ich denke, drinnen brennt kein Licht.« »Nein, da ist keins,« sagte Holmes, »aber ich sehe den Schein eines Lichtes in dem kleinen Fenster neben der Tür.« »Dort ist die Stube der Haushälterin, der alten Frau Burnstone. »Sie kann uns über alles Auskunft geben. Bitte warten Sie einen Augenblick hier. Ich will Sie auf unser Kommen vorbereiten. Sie möchte sonst erschrecken. Aber still! Was war das?« Er hielt die Laterne in die Höhe, und die Hand zitterte ihm so, dass die Lichtkreise rund um uns tanzten und flimmerten. Wir horchten gespannt und mit klopfendem Herzen. Von dem großen, dunklen Hause her tönte ein jammervoller Klagelaut, das Schluchzen und Wimmern eines geängstigten Frauenzimmers. »Das ist Frau Burnstone,« sagte Scholto. »Sie ist die einzige Frau im Hause. Warten Sie, ich bin gleich zurück.« Er eilte nach der Tür und klopfte auf eine besondere Art. Wir sahen, wie eine große Frau ihm öffnete und bei seinem Anblick überrascht zurücktaumelte. »Oh, Herr Thaddeus, mein guter Herr, wie froh bin ich, dass Sie da sind!« Wir hörten ihre wiederholten Freudenbezeigungen, bis die Tür geschlossen wurde und ihre Stimme in unverständlichen Lauten hinstarb. Unser Führer hatte die Laterne bei uns zurückgelassen. Holmes schwang sie jetzt langsam im Kreise. Er leuchtete damit nach dem Hause hin und nach den großen Haufen von Schutt und aufgeworfenem Erdreich, die überall umherlagen. Währenddem standen Fräulein Morstan und ich beisammen, und ich hielt ihre Hand in der meinigen. Es ist ein wundersames, rätselhaftes Ding um die Liebe. Wir zwei Menschen hatten einander an diesem Tage zum ersten Mal gesehen. Nie zuvor war zwischen uns ein Wort oder ein Blick der Zuneigung gewechselt worden, und dennoch suchten sich unsere Hände unwillkürlich in dieser Stunde der Unruhe. Später habe ich mich oft darüber gewundert, aber damals schien es mir ganz selbstverständlich, dass ich mich ihr zuwenden musste, und auch sie hat mir oft gesagt, dass ein unbewusstes Gefühl sie trieb, bei mir Trost und Schutz zu suchen. So standen wir denn wie zwei Kinder Hand in Hand. In unseren Herzen war es hell, trotz aller Dunkelheit, die uns umgab. »Was für ein sonderbarer Ort!« rief sie umherblickend. »Es sieht aus, als wären die Maulwürfe von ganz England hier geschäftig gewesen«, sagte ich. »Mir fällt dabei ein Hügel in der Nähe von Ballarat ein, wo die Goldgräber gearbeitet hatten.« »Es ist sehr natürlich«, meinte Holmes, »denn auch dies sind die Spuren von Schatzgräbern. Sie erinnern sich, dass die Brüder seit sechs Jahren nach dem Kasten suchten. Kein Wunder, dass der Erdboden umgewühlt ist.« In diesem Augenblick flog die Tür des Hauses auf, und Thaddeus kam mit vorgestreckten Armen herausgestürzt, beiche Furcht im Antlitz. »Bartholomäus ist etwas zugestoßen«, rief er, »ich habe einen Schreck bekommen. Meine Nerven können das nicht ertragen.« Die Zähne klapperten ihm auch wirklich vor Angst, und sein Gesicht guckte mit dem flehenden, hilflosen Ausdruck eines Kindes aus dem großen Pelzkragen hervor. »Lassen Sie uns ins Haus gehen«, rief Holmes in seiner kurzen, entschlossenen Art. »Ja, kommen Sie«, bat Scholto, »ich bin wirklich außerstande, die nötigen Anordnungen zu treffen.« Wir folgten ihm alle in die Stube der Haushälterin, wo wir die alte Frau fanden, die mit verwirrtem Blick Hände ringend auf- und abging. Bei Fräulein Morstens Anblick beruhigte sie sich einigermaßen. »Gott segne, dass Sie hier sind«, rief sie unter krampfhaftem Sturzen. »Es tut mir wohl leid, Ihr liebes Gesicht zu sehen. Ach, wie fürchterlich habe ich heute auszustehen gehabt.« Das Fräulein streichelte ihr die hagere, arbeitsraue Hand und murmelte ein paar Worte teilnehmenden weiblichen Zuspruchs. Das brachte wieder Farbe in die blutlosen Wangen des geängstigten Weibes. »Mein Herr hat sich eingeschlossen und will mir nicht mehr antworten«, berichtete sie. »Den ganzen Tag habe ich gewartet, dass er mich rufen würde. Er ist oft gern allein, und ich wollte ihn nicht belästigen, aber vor einer Stunde kam es über mich, dass etwas nicht...« »Wenn ich nicht richtig sein möchte, da ging ich hinauf und guckte in das Schlüsselloch. »Es hilft nichts, Herr Thaddeus. Sie müssen hinauf und sich selbst überzeugen. Seit zehn langen Jahren habe ich den Herrn Bartholomeus Schulto in Freud und Leid gesehen, aber niemals mit solchem Gesicht.« Sherlock Holmes nahm die Lampe und ging voran. Der bebende Thaddeus folgte ihm. Er war so fassungslos, dass ich ihn stützen musste und ihm helfen, die Treppe hinaufzukommen, denn die Knie versagten ihm. Zweimal zog Holmes auf der Treppe seine Lupe heraus, um die Kokosmatte genau zu betrachten, welche die Stufen bedeckte. Ich sah nur den Staub, der darauf lagerte, aber er mochte wohl noch andere Spuren gewahren, denn er ging langsam von Stufe zu Stufe, hielt die Lampe niedrig und schoss scharfe Blicke nach links und rechts. Colin Morstan war bei der jammernden Haushälterin zurückgeblieben. Der dritte Treppenabsatz endigte in einem langen Korridor, dessen Wand rechts ein großes Bild in indischer Stickerei schmückte, während sich links drei Türen befanden. Holmes schritt bedächtig weiter und wir folgten ihm auf den Fersen, unsere langen, schwarzen Schatten hinter uns durch den Gang werfend. Als wir die dritte Tür erreicht hatten, klopfte Holmes, er hielt jedoch keine Antwort. Nun versuchte er die Tür zu öffnen, sie war aber von innen verschlossen und ein großer, starker Riegel vorgeschoben, wie wir beim Laternenlicht sehen konnten. Holmes bückte sich zum Schlüsselloch nieder, welches nicht ganz verdeckt war, fuhr jedoch augenblicklich wieder in die Höhe und atmete schwer. »Da steckt der Teufel drin, Watson!« rief er so aufgeregt, wie ich ihn nie zuvor gesehen. »Was denken Sie davon?« Ich sah nun auch durch das Schlüsselloch und prallte entsetzt zurück. Das Mondlicht erhellte den Raum mit unsicherem Schimmer und, scheinbar in der Luft schwebend, weil weiter unten alles dunkel war, hing da, den Blick mir zugewandt, ein Gesicht, genau das Gesicht unseres Gefährten Thaddeus, derselbe hohe, kahle Kopf mit dem Kranz von rotem Haar und dasselbe blutlose Antlitz, nur dass die Züge unbeweglich waren, wie erstarrt in einer unnatürlichen Grimasse einem grässlichen Lächeln, das sich in dem unheimlich stillen Zimmer abschreckender ausnahm und mehr auf die Nerven fiel als die entsetzlichste Fratze oder Verzerrung. So ähnlich war das Gesicht dem unseres kleinen Freundes, dass ich mich unwillkürlich nach ihm umsah, um mich zu überzeugen, dass er wirklich hinter uns stand. Dabei fiel mir ein, dass er erwähnt hatte, er und sein Bruder seien Zwillinge. »Das ist grauenhaft!« sagte ich zu Holmes. »Was fangen wir an?« »Wir sprengen die Tür!« rief er und stemmte sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen, um das Schloss aufzubrechen. Es knarzte und ächzte, aber gab nicht nach. Jetzt warfen wir uns beide zusammen gegen die Tür, und diesmal sprang das Schloss mit einem plötzlichen Krach auf, und wir befanden uns in Bartholomeus Scholtos Zimmer. Es schien zu einem chemischen Laboratorium eingerichtet, eine doppelte Reihe von Flaschen mit Glasstöpseln war längs an der Wand, der Tür gegenüber aufgestellt, und auf dem Tisch standen Kolben, Reagenzgläser und Retorten unordentlich durcheinander. In den Ecken bemerkte ich große, strohumflochtende Flaschen, welche Säuren enthalten mochten. Eine derselben schien zerbrochen worden zu sein, denn ein Strom dunkelfarbiger Flüssigkeit hatte sich daraus ergossen, und die Luft war geschwängert mit einem scharfen, teeartigen Geruch. Eine Trittleiter stand an der Seite des Zimmers, mitten in einem Haufen von Laternen und Kalschstücken. Und über derselben sah ich eine Öffnung in der Decke, groß genug, um einen Mann hindurchzulassen. Am Fuß der Leiter war ein langes, starkes Seil nachlässig hingeworfen, neben dem Tisch aber in einem hölzernen Lehnstuhl saß in sich zusammengefallen der Herr des Hauses, den Kopf auf die rechte Schulter gesenkt und mit dem geisterhaften, unklärlichen Lächeln im Gesicht. Er war steif und kalt, offenbar schon seit vielen Stunden tot. Er sah aus, als ob nicht allein seine Gesichtszüge, sondern alle seine Gliedmaßen auf die sonderbarste Weise verzerrt und verrenkt wären. Auf dem Tische dicht an seiner Hand lag eine eigentümliche Waffe, ein brauner, knorriger Stock, an dem ein steinerner, hammerartiger Griff mit grobem Bindfaden kunstlos befestigt war. Daneben lag ein abgerissenes Stück Papier, auf dem ein paar Worte gekritzelt waren. Holmes warf einen Blick darauf und zog die Augenbrauen bedeutsam in die Höhe. Dann reichte er es mir. »Was sagen Sie nun?« Beim Licht der Laterne las ich mit Schaudern und Schrecken das Zeichen der Vier. »Um Gottes Willen, was soll das alles bedeuten?« rief ich. »Es bedeutet Mord«, erwiderte er, sich über den Toten beugend. »Ach, das erwartete ich. Sehen Sie her!« Er zeigte auf einen Gegenstand, der wie ein langer, dunkler Dorn aussah und gerade über dem Ohr in der Haut steckte. »Das scheint mir ein Dorn zu sein.« »Ja, das ist ein Dorn. Sie können ihn herausziehen, aber seien Sie vorsichtig, denn er ist vergiftet.« Ich nahm ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und er ließ sich so leicht aus der Haut ziehen, dass kaum eine Spur zurückblieb. Ein winziger Blutfleck zeigte, wo der Stachel eingedrungen war. »Das ist mir alles ein unlösbares Rätsel«, gestand ich. »Statt sich zu klären, wird es immer dunkler.« »Im Gegenteil«, meinte Holmes, »es wird mit jedem Augenblick klarer. Mir fehlen nur noch ein paar verbindende Glieder zu einem ganz zusammenhängenden Fall.« Wir hatten unsere Gefährten beinahe vergessen. Er stand ein Bild des Entsetzens immer noch in der Türe, rang die Hände und stöhnte vor sich hin. Plötzlich brach er jedoch in ein lautes Jammergeschrei aus. »Der Schatz ist fort«, klagte er. »Sie haben ihm den Schatz gestohlen. Dort oben ist das Loch, durch das wir ihn heruntergelassen haben. Ich half ihm dabei. Ich war der Letzte, der ihn gesehen hat. Hier habe ich ihn gestern Abend verlassen, und als ich die Treppe herabging, hörte ich noch, wie er die Türe verschloss.« »Zu welcher Zeit war das?« »Zehn Uhr? Nun ist er tot. Man wird die Polizei rufen, und ich komme am Ende noch in Verdacht, die Hände mit dem Spielegab zu haben. Ja, hier wissen wir zu kommen. Aber Sie, meine Herren, nicht wahr? Sie denken das nicht. Sicherlich. Werden Sie doch nicht glauben, dass ich's gewesen bin? Ich hätte Sie doch nicht hergebracht, wenn ich es wäre. Auf weh! Das bringt mich doch um den Verstand!« Er focht mit den Armen in der Luft, stampfte mit den Füßen, als hätte ihn schon der Wahnsinn ergriffen. »Sie brauchen nichts zu befürchten, Herr Schultow,« sagte Holmes ihm freundlich, seine Hand auf die Schulter legend. »Folgen Sie meinem Rat, und fahren Sie gleich auf das Polizeiamt, um den Sachverhalt anzuzeigen.« »Erbieten Sie sich auch der Behörde, auf alle Weise behilflich zu sein. Wir werden hier Ihre Rückkehr abwarten.« Der kleine Mann gehorchte in halber Betäubung, und wir hörten ihn im Dunkel die Treppe hinabstolpern. Sechstes Kapitel Sherlock Holmes hält einen Vortrag. »Nun, Watson,« sagte Holmes und rieb sich die Hände, »wir haben jetzt eine halbe Stunde für uns, die wollen wir gut benutzen. Ob schon mir der Fall, wie ich Ihnen bereits sagte, fast völlig klar ist, so dürfen wir uns doch nicht durch zu großer Sicherheit irreführen lassen. Scheint das Ding jetzt auch einfach, so können doch noch verwickelte Umstände dahinter liegen.« »Einfach«, rief ich aus. »Gewiß«, sagte er mit der Miene eines Professors in der Klinik, der vor seinen Studenten demonstriert. »Setzen Sie sich bitte dort in den Winkel, damit Ihre Fußstapfen keine Unordnung machen.« »Nun zur Sache.« »Zuerst.« »Wie kamen und wie gingen diese Leute?« »Die Tür ist seit gestern nicht geöffnet worden. Wie steht es mit dem Fenster?« Er nahm die Laterne in die Hand und begann seine Beobachtungen, deren Ergebnisse er vor sich hin murmelte. »Fenster innen verriegelt, Rahmen ganz solide, keine Hasbmann in Seiten. Öffnen wir's. Keine Wasserröhre in der Nähe, das Dach nicht zu erreichen. Ein Mann ist aber doch durchs Fenster gestiegen. Es hat vorige Nacht etwas geregnet. Hier ist der Abdruck von einem Fuß in dem nassen Staub auf dem Fenstersinns. Und hier ist eine runde Spur. Und hier noch eine auf dem Boden. Und dort wieder am Tisch. Sehen Sie, Herr Watson, das gibt wahrscheinlich eine prächtige Beweisführung.« Ich blickte auf die deutlich abgedrückten, schmutzigen Kreise. »Das ist keine Fußspur«, sagte ich. »Nein, aber für uns von viel größerem Wert. Es ist der Abdruck eines Stelzfußes. Hier auf dem Fenstersinns sehen Sie die Stiefelspur. Ein schwerer Stiefel mit breitem Metallabsatz. Und daneben ist die Spur von dem Holzstumpf. Der Mann mit dem hölzernen Bein? Ganz recht. Aber es ist noch sonst jemand dabei gewesen, ein sehr geschickter und tätiger Verbündeter. Würden Sie an der Mauer heraufklettern können, Doktor?« Ich sah aus dem offenen Fenster. Der Mond schien hell auf unsere Seite des Hauses. Wir waren gut sechzig Fuß vom Boden, und nirgends konnte ich einen Halt für den Fuß oder auch nur einen Riß im Mauerwerk entdecken. »Das ist unmöglich«, rief ich. »Ohne Hilfe allerdings. Aber stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Freund hier oben, der Ihnen diesen guten, dicken Strick an der Hausecke herabließe, nachdem er ihn zuvor an dem starken Haken befestigt hätte, den Sie hier in der Mauer sehen. Wenn Sie dann ein rüstiger Mann wären, könnten Sie, denke ich, wohl heraufklettern, zusamt dem hölzernen Bein.« Natürlich treten Sie den Rückweg auf dieselbe Weise an. Ihr Helfershelfer aber zieht den Strick herauf, bindet ihn vom Haken los, schließt das Fenster wieder, verriegelt es von innen und geht fort, wie er ursprünglich gekommen ist. Nebenbei ist noch zu bemerken, wo er fort, während er den Strick durch die Finger laufen ließ, dass unser Freund mit dem Holzbein zwar ein guter Kletterer, doch kein Seemann von Beruf war. Er hatte keine Hornhaut an den Händen. Meine Lupe zeigt mir mehr als eine Blutspur, besonders gegen das Ende des Stricks, woraus ich schließe, dass er mit großer Geschwindigkeit hinabgerutscht ist und sich dabei die Hände arg zerschunden hat. »Das mag alles richtig sein,« sagte ich, »aber verständlich wird das Ding darum noch nicht. Wie steht's mit diesem geheimnisvollen Verbündeten? Auf welche Weise ist der ins Zimmer gekommen?« »Ja, der Verbündete«, fuhr Holmes nachdenklich fort, »seine Indizien sind höchst interessant und heben den Fall über den Kreis des Alltäglichen hinaus. In der Verbrecherstatistik unseres Landes wird dieser Verbündete wohl ein ganz neues Feld eröffnen. Man kennt ähnliche Fälle nur aus Indien und, wenn ich mich recht erinnere, aus Senegambien. »Aber wie ist er denn hereingekommen?« wiederholte ich. »Die Tür war verstoßen, das Fenster nicht zu erreichen. Kam er etwa durch den Schornstein?« »Der Kamin ist viel zu eng. Diese Möglichkeit hatte ich schon in Betracht gezogen.« »Nun, also wie denn?« »Sie sollten doch einmal meine Vorschrift anwenden,« erwiderte er, den Kopf schüttelnd. »Wie oft habe ich Ihnen gesagt, dass man nur alle Unmöglichkeiten zu beseitigen braucht. Was dann übrig bleibt, muss trotz aller Unwahrscheinlichkeit der wirkliche Sachverhalt sein. Wir wissen, dass er weder durch die Tür noch durch das Fenster oder den Kamin kam. Wir wissen gleichfalls, dass er nicht im Zimmer verborgen sein konnte, da kein Versteck in demselben möglich ist. Woher konnte er also kommen?« »Durch das Loch in der Decke?« rief ich. »Natürlich, das steht fest. Nun, halten Sie mir bitte die Leuchte und lassen Sie uns den oberen Raum durchsuchen, den geheimen Raum, in welchem der Schatz gefunden wurde.« Er bestieg die Leiter, griff mit jeder Hand nach einem Balken und schwang sich in den Dachboden hinauf. Dort legte er sich platt auf die Erde, streckte den Arm nach der Lampe aus und leuchtete mir damit, während ich ihm auf dieselbe Weise folgte. Der Raum, in welchem wir uns befanden, war ungefähr zehn Fuß lang und sechs Fuß breit. Den Boden bildeten die Ballen mit dünnen Latten und Kalkbewurf dazwischen, so daß man beim Gehen von einem Balken zum anderen schreiten mußte, um nicht durchzubrechen. Die Decke wölbte sich in einem Spitzbogen und bildete augenscheinlich die innere Verkleidung des Hausdaches. Der Raum war völlig leer, nur der gehäufte Staub von Jahren lag dick auf dem Boden. »Da haben wir's«, sagte Holmes, die Hand gegen die schräge Wand legend. »Hier ist eine Falltür, die auf das Dach führt. Wenn ich sie öffne, kommt das Dach zum Vorschein, das ganz allmählich abfällt. So also hat Nummero Eins seinen Eingang gehalten. Nun lassen Sie uns sehen, ob wir noch andere Spuren dieser Persönlichkeit finden können.« Er hielt die Lampe auf den Boden. Zum zweiten Mal an diesem Abend las ich Schrecken und Staunen in seinen Augen. Ich folgte seinem Blick, und es lief mir kalt über den Rücken. Auf dem Boden sah man dicht beieinander Abdrücke eines nackten Fußes, deutlich ausgeprägt, vollkommen geformt, aber kaum zur Hälfte von dem Maß eines gewöhnlichen Mannes. »Holmes«, flüsterte ich entsetzt, »ein Kind hat diese Gräueltat vollführt.« Er hatte bereits seine Fassung wiedergewonnen. »Ich war einen Augenblick bestürzt,« sagte er, »aber die Sache ist ganz natürlich. Bei einiger Überlegung hätte ich es vorher wissen müssen. Hier oben finden wir jetzt nichts weiter. Lassen Sie uns hinuntergehen.« »Wie erklären Sie sich denn aber diese Fußspuren?« sagte ich eifrig, sobald wir wieder auf festem Boden standen. »Mein lieber Watson, strengen Sie doch einmal Ihren Scharfsinn an,« rief er mit einem Anflug von Ungeduld. »Sie kennen meine Methode. Versuchen Sie dieselbe anzuwenden, und es wird lehrreich für uns sein, die Resultate zu vergleichen.« »Ich vermag mir nichts auszudenken, was die Tatsachen erklären könnte.« »Es wird Ihnen bald genug alles klar werden,« sagte er in nachlässigem Ton. »Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr von Wichtigkeit aber. Ich will sehen.« Schnell zog er die Lupe und einen Zentimetermaß aus der Tasche und untersuchte nun das ganze Zimmer auf den Knien, messend, vergleichend, prüfend. Seine lange, spitze Nase war dabei nur ein paar Zoll von der Diele entfernt, und seine tiefliegenden Augen funkelten wie die eines Raubvogels. Einem Jäger gleich, der die Fährte des Wildes verfolgt, bewegte er sich geräuschlos und flüchtig bald hierhin, bald dorthin. Während ich sein Tun beobachtete, drängte sich mir unwillkürlich der Gedanke auf, was für ein furchtbarer Verbrecher er hätte werden können, wenn er diese Tatkraft und Schlauheit statt in den Dienst des Gesetzes zu stellen, zur Ungesetzlichkeit verwenden wollte. Er murmelte fortwährend vor sich hin und brach endlich in einen lauten Freudenschrei aus. »Wir haben Glück!« rief er. »Jetzt wird es nur noch geringe Mühe kosten. Nr. 1 hat das Missgeschick gehabt, in das Kreosot zu treten. Hier können Sie den Abdruck der Kante seines kleinen Fußes neben dem übel riechenden Zeug sehen. Die Flasche ist gesprungen und der Stoff ausgeflossen.« »Und was dann?« sagte ich. »Was dann?« »Nun, wir haben ihn, das ist alles. Ich weiß, einen Hund, der würde diese Fährte bis zum Ende der Welt verfolgen, wenn eine Koppelhunde einem geschleiften Hering durch eine ganze Grafschaft nachspüren vermag. Wie weit wird dann der besonders darauf dressierte Hund einem so scharfen Geruch folgen können? Das klingt wie eine Aufgabe in der Regel, Dietrich. Die Antwort sollte uns. Aber, holla, hier sind die bevollmächtigten Vertreter des Gesetzes.« Stimmengewirr und schwere Tritte wurden von unten her vernehmbar. Die Haustür schloß sich mit einem lauten Krach. »Ehe Sie kommen,« sagte Holmes, »legen Sie einmal Ihre Hand auf des toten Arm und hier an sein Bein. Was fühlen Sie?« »Die Muskeln sind hart wie ein Brett.« »Richtig. Sie sind weit stärker zusammengezogen als in der gewöhnlichen Totenstarre. Dazu kommt doch die Verzerrung des Gesichts zu dem abschreckenden Grinsen oder Rhesus sardonicus, wie die Alten es nannten. Welche Schlussfolgerung würden Sie aus alledem ziehen?« »Dass die Todesursache ein starkes, vegetabilisches Alkaloid gewesen ist, ein strichninartiger Stoff, welcher Starkrampf erzeugt?« Das war auch meine Idee, als ich die verzerrten Gesichtsmuskeln sah. Sobald ich den Dorn entdeckte, der in die Kopfhaut gestoßen oder gestoßen worden war, erriet ich, auf welche Weise das Gift in den Körper gedrungen sei. Wenn nun der Mann in seinem Stuhl aufrecht gesessen hat, so war der Teil des Kopfes, in welchem der Dorn steckte, gerade gegen das Loch in der Decke gerichtet. Nun untersuchen Sie den Dorn.« Ich faßte denselben vorsichtig an und hielt ihn gegen das Licht der Laterne. Er war lang, scharf und schwarz, die Spitze sah wie glasiert aus, als ob ein gummiartiger Stoff darauf getrocknet wäre. Das stumpfe Ende war mit dem Messer abgerundet. »Ist das ein englischer Dorn?« fragte Holmes. »Gewiß nicht.« »Nun, nach allen diesen Ermittlungen sollten Sie doch imstande sein, einen richtigen Schluss zu ziehen. Aber da rückt die Hauptmacht an, jetzt können die Hilfstruppen zum Rückzug blasen.« Starke Tritte schalten im Gange und ein sehr wohlbeleibter Mann im grauen Rock kam würdevoll in das Zimmer gegangen. Sein Gesicht war rot und aufgedunsen und die kleinen Augen blitzten scharf unter schwülstigen Lidern hervor. Ihm auf den Fersen folgte ein Polizeibeamter in Uniform und der immer noch bebende Thaddeus Schultow. »Schönes Geschäft hier!« rief er mit kurzatmiger, heiserer Stimme. »Schönes Geschäft hier, aber! Wer sind all diese Leute, meiner Treu? Das Haus scheint so voll zu sein wie ein Taubenschlag!« »Ich denke, Sie werden sich meiner erinnern, Herr Athelney Jones,« sagte Holmes ruhig. »Ja, natürlich, gewiss,« gab er kreuchen zur Antwort. »Herr Sherlock Holmes, der Theoretiker, erinnern? Ich denke wohl, die Vorlesungen über Ursachen und Wirkungen, die Sie uns allen bei dem Juwelendiebstahl in Bishopgate hielten, werde ich nie vergessen. Freilich haben Sie uns damals auf die rechte Spur gebracht, aber Sie werden jetzt wohl selbst eingestehen, dass dabei mehr Glück als Berechnung im Spiele war. Nur eine höchst einfache Schlussfolgerung. »Nehmen Sie es nur zu, ist ja keine Schande. Aber was haben wir hier? Eine böse, eine hässliche Geschichte. Kein Raum für Theorien, handelt sich um Tatsachen. Hat sich glücklich getroffen, dass ich just wegen eines anderen Falls in Norwood sein musste, auf dem Bahnhof, als die Meldung kam. Woran ist der Mann gestorben, was meinen Sie?« »Oh, das ist kein Fall, über den ich Mutmaßungen äußern möchte,« sagte Holmes trocken. »Ja, nun, man kann ja nicht leugnen, dass Sie zuweilen den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Merkwürdig. Verschlossene Tür, wie mir gesagt wird. Juwelen im Wert von einer halben Million verschwunden. Wie fanden Sie das Fenster?« »Geschlossen, aber es sind Tritte auf dem Fenstersims.« »So, so. Wenn es aber geschlossen war, könnten die mit der Sache nichts zu tun haben, versteht sich von selbst. Der Mann ist vielleicht vom Schlag getroffen, aber dass die Juwelen fehlen, halt. Ich habe eine Theorie. Solche Eingebungen kommen zu Zeiten über mich. Gehen Sie doch einmal hinaus, Sargent, und holen Sie Schulte. Ihr Freund kann bleiben. Was meinen Sie, Holmes? Schulte war nach seinem eigenen Bekenntnis gestern Abend bei seinem Bruder. Der Bruder starb plötzlich, worauf Schulte mit dem Schatz davon ging. Stimmt das? Worauf der tote Mann sehr bedachtsam aufstand und die Türe von innen verschloss. Das stimmt nicht. Wir wollen die Sache einmal vernünftig überlegen. Thaddeus Schulte und sein Bruder bekamen Streit miteinander. Der Bruder ist tot und die Juwelen sind fort. Das ist, was wir wissen. Niemand hat den Bruder gesehen, seit Thaddeus ihn verließ. Sein Bett ist unbenutzt geblieben. Thaddeus befindet sich offenbar in sehr erschütterter Gemütsverfassung. Sein Äußeres ist nun, wir wollen sagen, nicht anziehend. Sie sehen, dass mein Gespinst sich um Thaddeus webt. Das Netz zieht sich immer mehr zusammen. Noch sind Ihnen nicht alle Tatsachen bekannt, sagte Holmes. Dieser Holzsplitter, den ich nicht ohne guten Grund für vergiftet halte, stark in des Mannes Schädel. Man sieht noch die Spur. Diese beschriebene Karte lag auf dem Tisch und daneben jener sonderbare Stock mit dem Steingriff. Wie passt das alles zu Ihrer Theorie? Bestätigt sie in jeder Hinsicht, sagte der dicke Detektiv sehr selbstbewusst. Das Haus ist ja voll indischer Kuriositäten. Thaddeus hat den Stock mitgebracht und wenn der Splitter giftig ist, kann Thaddeus ebenso gut wie ein anderer einen mörderischen Gebrauch davon gemacht haben. Die Karte halte ich für irgendeinen Hokuspokus, um uns irre zu führen. Die einzige Frage ist, wie kam er davon? Natürlich, da ist ja ein Loch in der Decke. Mit großer Gelenkigkeit in Anbetracht seines Umfangs erstieg er die Trittleiter und klemmte sich durch das Loch in den Zwischenboden. Gleich darauf verkündete er mit triumphierender Stimme, dass er die Falltür entdeckt habe. Dergleichen findet er wohl, bemerkte Holmes achselzuckend, zuweilen dämmert's in seinem Verstand. Wären nur die gescheiten Narren nicht die allerunbequemsten. Athelny Jones kam jetzt die Leiter wieder herabgeklettert. Sehen Sie, sagte er, Tatsachen sind doch immer sicherer als Theorien. Meine Ansicht hat sich bestätigt, im Dach ist eine Falltür, die sogar halb offen steht. Ich habe sie aufgemacht. Was, wirklich? Sie haben sie also gefunden? Er schien etwas niedergeschlagen über diese Entdeckung. Nun, einerlei, sie beweist, wie unser Mann entkommen ist. Inspektor! Ja, Herr, tönte es aus dem Gange. Bitten Sie, Herrn Schulte einzutreten. Herr Schulte, es ist meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Sie vorsichtig in Ihren Äußerungen sein müssen, weil Sie zu Ihren Ungunsten gebraucht werden könnten. Ich verhafte Sie im Namen der Königin als mitbeteiligt am Tode Ihres Bruders. Haben wir es? Sagte ich Sie nicht, schrie der arme kleine Mann, indem er die Hände rang und uns nacheinander jammervoll anblickte. Waren Sie sich keine Sorgen darüber, Herr Schulte, beruhigte ihn Holmes. Ich glaube, dass ich mich verpflichten kann, Ihre Unschuld zu beweisen. Versprechen Sie nicht zu viel, Herr Theoretiker, versprechen Sie nicht zu viel, fuhr der Detektiv fort. Sie möchten es doch schwieriger finden, als Sie denken. Ich werde nicht allein die Anklage entkräften, sondern ich will Ihnen auch den Namen und die Beschreibung von einem der beiden Leute zum Besten geben, die gestern Abend in diesem Zimmer waren. Ich habe alle Ursachen zu glauben, dass er Jonathan Small heißt. Er ist ein ungebildeter Mann, klein von Gestalt und gelenkig. Ihm fehlt das linke Bein und er trägt ein Stelzfuß, dessen innere Seite abgescheuert ist. Sein rechter Stiefel hat eine grobe, vierkantige Sohle und einen eisernen Beschlag um den Absatz. Er ist in mittleren Jahren sonnenverbrannt und ist ein Sträfling gewesen. Diese wenigen Andeutungen werden Ihnen vielleicht von Nutzen sein. Auch mache ich Sie noch darauf aufmerksam, dass ihm ein gutes Teil Haut auf der Handfläche fehlt. Der andere Mann. Oha, der andere Mann, fragte Arthelney Jones mit höhnischer Stimme, obgleich ihn diese genauen Angaben, wie sich leicht merken ließ, höchlich in Erstaunen gesetzt hatten. »Ist eine ziemlich merkwürdige Persönlichkeit,« versetzte Sherlock Holmes, indem er sich auf dem Absatz umwandte. »Ich hoffe, binnen Kurzem in der Lage zu sein, sie dem Paare vorzustellen. Auf ein Wort, Watson!« Er führte mich hinaus bis auf den Treppenabsatz. »Wir haben über diesem unerwarteten Ereignis den ursprünglichen Zweck unserer Fahrt ganz aus dem Gesichte verloren,«, sagte er. »Daran dachte ich eben. Es ist nicht in der Ordnung, dass Frau Lein Morstan noch länger in diesem Unglückshaus verweilt. Nein, Sie müssen die Dame nach Hause begleiten. Sie wohnt bei Cecilia Forrester in Nieder-Camberwell. Es ist nicht weit. Ich warte hier auf Sie, wenn Sie mit mir zurückfahren wollen. Oder sind Sie vielleicht müde? Durchaus nicht. Ich würde keine Ruhe finden, bevor ich mehr von dieser abenteuerlichen Angelegenheit weiß. Zwar habe ich das Leben schon früher von seiner dunklen Seite kennengelernt, aber ich gestehe, dass die erschütternden Erlebnisse dieses Abends meine Nerven stark aufgeregt haben. Trotzdem würde ich gerne mit Ihnen der Sache auf den Grund kommen, nun ich mich einmal damit befasst habe. Für mich wird Ihre Gegenwart von großem Wert sein, antwortete Holmes. Wir beide wollen den Fall allein durchführen und den klugen Jones seinen Hirngespinsten überlassen. Wenn Sie Fräulein Morstan an Ihrem Hause abgesetzt haben, so fahren Sie bitte nach der Pinschenstraße Nummer drei, nicht weit vom Ufer bei Lambeth. Im dritten Haus rechter Hand ist ein Laden mit ausgestopften Tieren. Sie werden im Fenster ein Wiesel sehen, das ein junges Kaninchen in den Krallen hält. Klopfen Sie den Ausstopfer, den alten Sherman, heraus. Ich lasse mich ihm empfehlen und er soll mir unverzüglich den Tobi schicken. Sie müssen den Tobi gleich in der Droschke mitbringen. Ein Hund, wie ich vermute? Hä, ein sonderbarer Mischling mit ganz erstaunlichem Spürsinn. Mir ist Tobis Beistand lieber als die Hilfe der ganzen Geheimpolizei von London. Gut, ich bring ihn mit. Es ist jetzt ein Uhr. Wenn der Kutscher schnell fährt, sollte ich vor drei Uhr wieder hier sein können. Unterdessen, sagte Holmes, will ich noch Frau Burnstone ausfragen und den indischen Diener, der, wie mir Thaddeus sagt, hier nebenan in der Kammer schläft. Auch kann ich die Methode des großen Jones studieren und seinen nicht allzu zarten Stichelreden lauschen. Wir sind gewohnt, dass die Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen. Goethe trifft doch immer ins Schwarze. Siebentes Kapitel Tobi auf der Fährte Ich brachte Fräulein Morstan in der Droschke nach Hause, in welcher die Polizei gekommen war. Nach edler Frauenart hatte sie alles Ungemach ertragen, solange es galt, jemand beizustehen, der hilfloser war als sie selbst und so hatte ich sie heiter und gelassen neben der verstörten Haushälterin gefunden. Im Wagen aber fühlte sie sich zuerst schwach und brach dann in einen Strom von Tränen aus. Das Abenteuer der Nacht hatte ihre Kräfte erschöpft. Sie hat mir später gesagt, dass ich ihr bei der Fahrt kalt und zurückhaltend erschienen sei, von dem Kampf in meiner Brust, von der Selbstüberwindung, die es mich kostete, ahnte sie nichts. Mitgefühl und Liebe stürmten auf mich ein. Ich fühlte das Jahre des gewöhnlichen, gesellschaftlichen Verkehrs mir keinen so tiefen Einblick in ihre tapfere und dabei so echt weibliche Natur hätten gewähren können, als es dieser eine Tag mit seinen seltsamen Erlebnissen getan. Aber kein Wort der Zuneigung kam über meine Lippen. Sie war schwach und hilflos, in Nerven und Gemüt stark erschüttert. Ihr in solchem Augenblick meine Liebe aufdringen, hieß sie ihren Zustand missbrauchen. Schlimmer noch, sie war reich. Wenn Holmes Nachforschungen sich erfolgreich erwiesen, wurde sie eine Erbin. Wäre es rechtschaffen, wäre es ehrenhaft gewesen, wenn ein Militärarzt auf halbem Sold Vorteil aus einer Vertraulichkeit gezogen hätte, welche der Zufall veranlasste? Müsste sie mich nicht für einen gemeinen Glücksjäger ansehen? Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, wie eine unübersteigliche Mauer lag der Agrarschatz zwischen uns. Es schlug bereits zwei Uhr, als wir bei Frau Forrester anlangten. Die Dienerschaft hatte sich schon vor mehreren Stunden zurückgezogen, nur die Frau des Hauses war noch wach, Fräulein Morstens Rückkehr erwartend. Die ganze seltsame Angelegenheit hatte Frau Forrester so sehr beschäftigt, dass sie keine Ruhe fand. Sie öffnet uns selbst die Tür. Es machte mir Freude zu sehen, wie zärtlich sie den Arm um die heimgekehrte schlang, mit wie mütterlicher Stimme sie dieselbe begrüßte. Sie war ihr offenbar keine geschätzte Freundin. Frau Forrester, eine anmutige Dame in mittleren Jahren, forderte mich dringend auf, einzutreten und unsere Abenteuer zu erzählen. Ich erklärte indessen, dass ich einen wichtigen Auftrag habe und versprach, wiederzukommen und über den weiteren Verlauf der Sache getreulich zu berichten. Beim Abfahren barf ich noch einen flüchtigen Blick zurück. Das behagliche Heim, die beiden Frauen gestalten auf der Schwelle, die halboffene Tür, das Licht aus der Vorhalle, das durch gefärbte Scheiben auf sie fiel, es war ein anmutiges Bild, das mich begleitete und wohltut beruhigte, inmitten der wilden, dunklen Erlebnisse, die mich so völlig eingenommen hatten. Je mehr ich über die ganze Begebenheit nachdachte, umso verwirrter und düsterer wurde sie, während die Droschke mit mir durch die stillen, gasbeleuchteten Straßen dahin rasselte, rief ich mir noch einmal alle Einzelheiten ins Gedächtnis. Das ursprüngliche Problem war jetzt so ziemlich gelöst. Der Tod Hauptmann Morstens, die Übersendung der Perlen, die Zeitungsanzeige, der Brief, über dies alles waren wir nun aufgeklärt, aber es hatte uns nur zu einem noch rätselhafteren und schrecklicheren Geheimnis geführt. Der indische Schatz, der seltsame Grundriss, der in Morstens Brieftasche gefunden worden, die Szene beim Tode des Majors Scholto, die Wiederaufwendung des Schatzes, auf welche unmittelbar die Ermordung des Entdeckers gefolgt war, die merkwürdigen Indizien, von denen das Verbrechen begleitet war, die Fußspuren, die fremdartige Waffe, das Zeichen der Vier auf dem Grundriss und dieselben Worte auch jetzt wieder auf dem Stück Papier, in der Tat ein verzweifeltes Labyrinth, aus dem nur Holmes mit seiner eigenartigen Begabung hoffen durfte, sich herauszufinden. Die im unteren Teil von Lambeth gelegene Pinchingasse bestand meist aus unansehlichen zweistöckigen Ziegelhäusern. Ich klopfte bei Nummer drei längere Zeit, aber ohne Erfolg. Endlich zeigte sich indessen ein Lichtschein hinter dem Vorhang und ein Gesicht guckte aus dem oberen Fenster. Fort mit euch, betrunkener Ruhestörer, schallte es herunter. Wenn ihr hier noch weiter Lärm macht, schließe ich den Hundestall auf und lasse 43 Hunde auf euch los. Ihr sollt nur einen herauslassen, deshalb komme ich eben. Fort mit euch, schrie die Stimme wieder. Meiner Seele, ich habe eine Natter hier im Sack, die werfe ich euch auf den Kopf, wenn ihr euch nicht davon macht. Ich brauche aber einen Hund, rief ich. Aufgepasst, wenn ich drei sage, kommt die Schlange herunter. Herr Sherlock Holmes, begann ich von Neuem. Die Worte übten eine wahrhaft magische Wirkung. Das Fenster wurde augenblicklich zugeworfen und in einer Minute war die Haustür aufgeschlossen. Der alte Sherman, ein langer, schmächtiger Mann mit starkem Nacken und gebückten Schultern, trug eine blau gefärbte Brille. Er hielt sein Licht in die Höhe. Ein Freund von Sherlock ist mir zu jeder Zeit willkommen, sagte er. Treten Sie ein. Nehmen Sie sich vor dem Köter in Acht, beißt. Ach, du Nichtsnutz, du Nichtsnutz, hast du Lust, nach dem Herrn zu schnappen? Das war an einen Hermelin gerichtet, das den boshaften Kopf mit den roten Augen durch die Stäbe seines Käfigs drängte. Um die Schlange dort kümmern Sie sich nicht, es ist nur eine Ringelnatter, sie ist nicht giftig, darum lasse ich sie durch die Stube laufen, sie schafft mir die Käfer fort, sie dürfen es mir nicht verübeln, dass ich sie zuerst ein bisschen grob angelassen habe, denn sehen Sie, es gibt so manchen, der mich rausklopft aus reinem Übermut, Langsam schritt er mit seinem Licht voraus, mitten durch die merkwürdige Tierfamilie, die er um sich versammelt hatte. Bei dem unsicheren Licht sah ich nur, wie bald hier, bald da funkelnde Augen aufblitzten, die aus Spalten und Winkeln auf uns niederguckten, selbst auf den Balken über unseren Köpfen saßen würdevolle Vögel, die lässig das eine Bein, auf dem ihr Körper rute, mit dem anderen wechselten, als unsere Stimmen ihren Schlummer störten. Tobi war ein hässliches, langhaariges Geschöpf, halb Wachtel, halb Dachshund, braun und weiß gefleckt, mit Hängeohren und ungeschicktem wackeligem Gang. Nach einigem Zögern nahm er das Stück Zucker, welches sein Herr mir zugesteckt hatte, aus meiner Hand an. Dies besiegelte unser Bündnis. Er folgte mir nun in die Droschke und machte keinerlei Schwierigkeit während der Fahrt. Es schlug drei auf der Schlossuhr, als ich Pondicherry Lodge wieder erreichte. McMurdo, der Hauswärter, war als Helfershelfer verhaftet worden, und statt seiner bewachten zwei Polizisten das enge Tor. Als ich jedoch den Namen des Detektivs nannte, ließen sie mich ungehindert mit dem Hunde passieren. Holmes stand die Hände in den Taschen auf der Hausschwelle und rauchte eine Pfeife. »Schön, dass Sie ihn bringen!« rief er festgenommen. »Jetzt haben wir den Schauplatz oben ganz für uns, nur der Sergeant ist da. Lassen Sie den Hund hier und kommen Sie mit!« Wir banden Tobi an ein Tischbein im Vorsaal und stiegen die Treppe hinauf. Im oberen Zimmer fanden wir alles unverändert, nur die Gestalt in der Mitte war mit einem Lindtuch verhüllt worden. »Heilen Sie mir Ihre Blendlaterne, Sergeant«, sagte mein Gefährte zu dem schläfrigen Polizisten, der im Winkel saß. »Danke. Nun muss ich Stiefel und Strümpfe ausziehen, die nehmen Sie wohl mit hinunter, Watson. Ich habe eine kleine Kletterpartie vor. Bitte tauchen Sie mein Taschentuch in das Skryosot. Recht so. Nun kommen Sie noch einen Augenblick mit mir nach dem Dachboden. Wir stiegen wieder durch das Loch hinauf. Holmes beleuchtete mit der Laterne die Fußstapfen im Staube. Bitte beachten Sie einmal diese Fußspuren recht genau. Fällt Ihnen irgendetwas Absonderliches dabei auf? Sie stammen von einem Kind oder einem kleinen Frauenzimmer? sagte ich. Aber abgesehen von dem Maß bemerkt Sie sonst nichts. Sie scheinen mir so ziemlich wie andere Fußspuren. Durchaus nicht. Sehen Sie her. Dies ist der Abdruck eines rechten Fußes im Staube. Nun mache ich einen daneben mit meinem nackten Fuß. Was ist der Hauptunterschied? Ihre Zehen sind alle zusammengepresst? Bei dem anderen Abdruck dagegen trennen sich die Zehen deutlich voneinander. Richtig. Merken Sie sich das. Es ist von Wichtigkeit. Nun riechen Sie bitte an dem Holzrahmen des Klappfensters. Ich folgte seiner Anweisung und spürte augenblicklich einen starken Kreosotgeruch. Da hat er beim Hinaussteigen den Fuß aufgesetzt. Wenn Sie das riechen können, wird doch Tobi sicherlich keine Schwierigkeit haben, die Spur zu finden. Nun machen Sie unten den Hund los und schauen Sie dann meine Seiltänzer Künste an. Als ich ins Freie gelangte, stand Sherlock Holmes schon auf dem Dach. Ich konnte ihn wie einen ungeheuren Glühwurm langsam am Dachrande hinkriechen sehen. Hinter einem Rauchfang verlor ich ihn einen Augenblick aus dem Gesicht, doch erschien er sogleich wieder, um dann nach der entgegengesetzten Seite zu verschwinden. Ich ging um das Haus herum und sah ihn oben auf einer der Dachrinnen sitzen. »Sind Sie es, Watson?« rief er. »Ja.« »Dies ist die Stelle. Was ist das für ein schwarzes Ding das ist ja ein halsbrecherisches Kunststück. Ich sollte aber doch im Stande sein, hinunter zu kommen, wo er heraufklettern konnte. Das Wasserrohr fühlt sich ziemlich fest an, vorwärts also, auf gut Glück.« Nun hörte man einen Klappern und Rutschen. Die Laterne begann langsam an der Seite der Mauer weiter zu gleiten, bald sprang auch Holmes leichten Fußes auf das Fass und von da auf unterwegs einen Ziegel gelockert und in seiner Eile obendrein diesen Gegenstand verloren, der meine Diagnose vollkommen bestätigt, wie er Doktoren zu sagen pflegt. Er hielt mir einen kleinen Beutel hin, der aus farbigen Gräsern gewebt und mit ein paar Glasperlen verziert, an Form und Größe einem Zigarrentäschchen nicht unähnlich war. Darin fand sich ein halbes Dutzend Stacheln von Schulto getroffen hatte. Das sind höllische Dinger, sagte er. Geben Sie Acht, dass Sie sich nicht stechen. Ich bin glücklich, sie zu haben, denn es sind aller Wahrscheinlichkeit nach die einzigen, die er besaß. Sie und ich, wir brauchen nun nicht mehr zu fürchten, nächtens einmal einen solchen in unsere Haut zu bekommen. Ich meines Teils würde einen Granatsplitter bei weitem vorziehen. Wie steht's, Watson? Wäre Ihnen ein Marsch von sechs Meilen nicht zu viel? Bewahre! Wir wollen uns jetzt Tobis erprobter Führung überlassen und sehen, was dabei herauskommt. Da bist du ja mein Hundchen. Guter alter Tobi! Hier, riech mal, Tobi, riech mal! Er hielt dem Hunde das mit Kreosot getränkte Tuch unter die Nase, während das Tier breitbeinig dastand, den Kopf höchst komisch auf die Seite gedreht, wie ein Kenner, der die Blume einer berühmten Weinsorte prüft. Holmes warf dann das Taschentuch einige Schritte weit fort, befestigte einen starken Strick an des Köters Halsring und führte ihn an das Wasserfass. Augenblicklich brach das Tier in ein anhaltendes, schrilles Gekleff aus, die Nase auf der Erde, den Schwanz in der Luft trabte es der Spur nach, und zwar in so schnellem Lauf, dass wir tüchtig in Atem gehalten wurden und Mühe hatten, die straff gezogene Leine nicht Dämmern und wir konnten bei dem kalten grauen Morgenlicht eine Strecke weit sehen. Hinter uns lag das große kastanienartige Haus mit seinen dunklen Fenstern und kahlen Mauern trübselig und verlassen da. Unser Kurs führte quer durch das Grundstück, vorbei an kümmerlichem Buschwerk, verstreuten Kehrichthaufen und aufgewühlten Gruben und Löchern. Das verkommene, unheil verkündende Aussehen des Ortes passte so recht zu dem Trauerspiel, dessen Schauplatz er war. Als wir die Umfassungsmauer erreichten, lief Tobi ungestüm winselnd in ihrem Schatten entlang, bis er den Winkel erreichte, in welchem ein junger Buchenbaum wuchs. Wo die beiden Mauern zusammenstießen, waren mehrere Steine losgebrochen und die Öffnung ausgetreten und nach unten abgerundet, als hätten sie schon öfters zur Leiter gedient. Holmes kletterte hinauf, nahm mir den Hund ab und ließ ihn auf der anderen Seite wieder fallen. Hier hat der Stelzfuß den Abdruck seiner Hand zurückgelassen, sagte mein Gefährte, als auch ich mich auf die Mauer geschwungen hatte. Sehen Sie die leichte Blutspur auf dem weißen Kalk? Ein Glück, dass es seit gestern nicht stark geregnet hat. Die Fährte wird sich auf dem Wege verfolgen lassen, obwohl die Leute 28 Stunden Vorsprung haben. Ich gestehe, mir schien die Sache nicht ganz zweifellos, wenn ich an den großen Verkehr dachte, der inzwischen auf der Landstraße stattgefunden hatte. Meine Besorgnis schwand jedoch schnell, denn Tobi zögerte und schwankte keinen Augenblick, sondern strebte in seiner absonderlichen Art unaufhaltsam weiter. Offenbar siegte der scharfe Geruch des Kreosots über alle anderen Düfte. Denken Sie nur nicht, bemerkte Holmes, dass der Erfolg unseres Unternehmens auf dem bloßen Zufall beruht, dass einer der Kerle mit dem Fuß in das Kreosot getreten ist. Ich weiß jetzt genug, um im Stande zu sein, ihnen auf mancherlei Weise beizukommen. Da jedoch unser Verfahren das nächstliegende war, habe ich es eingeschlagen. Ich würde es für Unrecht gehalten haben, dies nicht zu tun. Ein so hübsches geistreiches Problem, wie ich anfangs hoffte, bietet der Fall nun freilich nicht mehr. Es hätte sich ohne diesen allzu deutlichen Wegweiser vielleicht einiger Ruhm dabei ernten lassen. An Ruhm und Anerkennung wird es Ihnen diesmal gewiss nicht fehlen, Holmes. Wahrhaftig, ich begreife nicht, durch welche Mittel Sie zu Ihren Ergebnissen gelangt sind. Wie konnten Sie zum Beispiel mit solcher Sicherheit den Mann mit dem hölzernen Bein beschreiben? Verehrt es da, das ist die Einfachheit selbst, alles offenbar und verständlich, Effekthascherei ist überhaupt meine Sache nicht, hören Sie Geheimnis, das sich auf einen vergrabenen Schatz bezieht. Ein Engländer namens Jonathan Small zeichnet einen Grundriss für Sie. Wir sahen den Namen auf der Karte, die Hauptmann Morstan in seiner Brieftasche trug. Small, wie Sie sich erinnern werden, hatte dieselbe für sich und seine Genossen unterschrieben mit dem Zeichen der Vier, wie er sich etwas dramatisch ausdrückte. An der Hand dieses Grundrisses haben nun die Offiziere entweder beide oder einer von ihnen den Schatz gefunden und nach England gebracht. Die Bedingung jedoch, unter welcher ihnen derselbe übergeben wurde, vermutlich unerfüllt gelassen. Nun fragt sich, warum hat Jonathan Small den Schatz nicht selbst genommen? Die Antwort ist nicht schwer. Das Datum auf der Karte beweist, dass sie aus der Zeit stammt, als Morstan auf seinem Posten in der Verbrecher Kolonie war. Jonathan Small konnte den Schatz nicht heben, weil er und seine Genossen selbst Sträflinge waren und der Freiheit beraubt. Aber das sind ja alles nur leere Vermutungen. Bewahre, es sind folgerichtige Annahmen, welche sich mit den Tatsachen decken, das zeigt der weitere Verlauf. Major Scholto bleibt ein paar Jahre in der Ruhe, glücklich in dem Besitz des Schatzes. Wahrscheinlich die Mitteilung, dass die Leute, denen er nicht Wort gehalten hatte, jetzt frei wären, oder dass sie davon gelaufen seien. Letzteres ist viel wahrscheinlicher, denn den Termin ihrer Freilassung kannte er ohne Zweifel, er würde ihm nicht überraschend gekommen sein. Was tut er nun? Er sucht sich vor einem Mann zu schützen, der einen Stelzfuß trägt, vor einem weißen Mann, merken Sie wohl, denn er hält einen englischen Hausierer für einen Feind und schießt sogar eine Pistole auf ihn ab. Auf der Karte steht nur der Name eines einzigen weißen Mannes, die anderen sind Hindus oder Muhammedaner, deshalb können wir mit Gewissheit annehmen, dass der Stelzfuß und Jonathan Small ein und dieselbe Person sind. Finden Sie einen Fehler in dieser Auseinandersetzung? Nein, wahrlich wir uns an die Stelle von Jonathan Small und betrachten wir die Sache von seinem Standpunkt aus. Er kommt nach England in der doppelten Absicht wieder zu gewinnen, was er als sein Eigentum ansieht und Rache zu nehmen an dem Mann, der ihn hintergangen hat. Nachdem er herausgefunden, wo Scholto sich aufhält, hat er höchst wahrscheinlicherweise eine Verbindung mit einem Insassen des Hauses anzuknüpfen gesucht. Frau Burnstone erwähnte einen Hausmeister namens Larau, vor dem sie nichts Gutes zu berichten weiß. Das Versteck des Schatzes zu entdecken war für Small ein Ding der Unmöglichkeit. Außer dem Major und einem treuen Diener, der nicht mehr am Leben ist, wusste kein Mensch darum. Plötzlich erfährt Small, dass der Major im Sterben liegt. Rasend vor Angst, das Geheimnis des Schatzes könne mit ihm begraben werden, trotzt er der Gefahr von den Wächtern entdeckt zu werden und gelangt bis an Scholtos Fenster. Nur die Gegenwart der beiden Söhne verhindert ihn, weiter vorzudringen. Voll Hass und Wut gegen den Toten steigt er jedoch bei Nacht in das Zimmer ein, durchsucht alle Papiere in der Hoffnung, einen Fingerzeig über den Schatz zu finden und lässt als Denkzeichen seines Besuchs die bedeutsamen Worte auf der Karte zurück, das Zeichen der Vier. Hätte er den Major erschlagen, so wäre das in seinen Augen kein gewöhnlicher Mord, sondern nur die gerechte Strafe gewesen, die er als Vertreter der Vier Genossen vollzog. Wunderliche Selbsttäuschungen dieser Art kommen oft genug bei Verbrechern vor und führen nicht selten zu ihrer Entdeckung. Haben Sie mir bis hierher folgen können, Doktor? Ohne Schwierigkeit. Was blieb nun Jonathan Small übrig? Er konnte nichts tun, als im Geheimen die Versuche überwachen, die gemacht wurden, um den Schatz aufzufinden. Vielleicht hat er inzwischen England verlassen und ist nur von Zeit zu Zeit dahin zurückgekehrt. Von der Entdeckung des vermauerten Dachbodens wurde er sogleich in Kenntnis gesetzt, vermutlich durch den Helfers Helfer im Hause. Jonathan wäre mit seinem hölzernen Bein ganz außer Stande gewesen, das hochgelegene Zimmer zu erreichen, welches Bartholomeus Scholto bewohnte. Er wird aber von einem merkwürdigen Gefährten begleitet, der diese Schwierigkeit überwindet, jedoch mit seinem nackten Fuß ins Kreosot tritt. Das bringt nun Tobi auf den Schauplatz und nötigt einen Militärarzt auf Halbsold im Morgengrauen meilenweit herumzulaufen. Aber es war der andere und nicht Jonathan, der das Verbrechen beging, ganz richtig. Jonathan war sogar entschieden dagegen, nach der Art zu urteilen, wie er umhergestampft ist, sobald er in das Zimmer kam. Er hatte nicht den Wunsch, seinen eigenen Kopf in die Schlinge zu stecken, hegte auch gegen Bartholomeus Scholto kein Groll. Deshalb würde er es vorgezogen haben, wenn man ihn einfach hätte binden und knebeln können, indessen dem war nicht mehr abzuhelfen. Die wilde Natur seines Gefährten war zum Ausbruch gekommen, und das Gift hatte seine Wirkung getan. So ließ Jonathan sein Denkzeichen zurück, schaffte die Kiste mit dem Schatz am Strick hinunter und folgte ihr selbst. Das war der Hergang der Ereignisse, soweit ich sie enträtseln kann. Was seine Persönlichkeit betrifft, so muss er natürlich ein Mann in mittleren Jahren sein und auch sonnverbrannt, nachdem er längere Zeit in solch einem Backofen wie die Andamanen zugebracht hat. Seine Größe kann man leicht nach der Weite seiner Schritte schätzen, und dass er einen Bart hat, wissen wir. Sein bärtiges Gesicht war ja Thaddeus Scholto besonders aufgefallen, als er ihn am Fenster sah. Ich wüsste nicht, dass sonst noch etwas zu erörtern übrig blieb. Aber der Genosse? Ja, so, dabei ist kein großes Geheimnis. Sie werden alles bald genug erfahren. Die Morgenluft ist doch köstlich, sehen Sie nur, wie doch die kleine Wolke gleich der roten Feder eines Riesen Flamingos durch die Luft segelt. Jetzt steigt der Goldrand der Sonne über die Dunstwolke Londons. Ich möchte gleich wetten, dass von allen Ich habe meinen Stock. Es wäre nicht unmöglich, dass wir etwas der Art brauchen, wenn wir ihr Nest aufgestöbert haben. Den Jonathan überlasse ich Ihnen, aber wenn der andere widerwärtig wird, so schieße ich ihn nieder. Er zog seinen Revolver heraus und ließ ihn, nachdem er zwei Läufe geladen hatte, wieder in die Rocktasche gleiten. Während der ganzen Zeit waren wir Tobis schon in Bewegung waren und schlampige Weiber die Fensterläden öffneten und die Tür schwellen fegten. Im Wirtshaus an der Ecke wurde es lebendig. Wüst aussehende Männer kamen heraus nach ihrer Morgenwäsche und trockneten sich den Bart am Ärmel. Fremde Hunde kamen herzugelaufen, um uns neugierig zu mustern, aber unser unvergleichlicher Tobi blickte weder rechts noch links, sondern wie eifrig er der Spur nach ging. Die Leute, deren Fährte wir verfolgten, schienen einen wunderlichen Zickzackweg eingeschlagen zu haben, wahrscheinlich um der Beobachtung zu entgehen. Sie waren niemals auf der Hauptstraße geblieben, wenn sich ihnen eine gleichlaufende Seitenstraße darbot. Am unteren Ende von Kennington Lane waren sie links durch die Bond- und Meilstraße abgebogen, wo letztere Straße auf den Neitzplatz mündet, fing Tobi plötzlich an, bald rückwärts zu laufen. Sein eigenes Ohr war gespitzt, das andere hing herab, ein wahres Bild hündischer Unentschlossenheit. Dann wackelte er im Kreise umher und blickte von Zeit zu Zeit zu uns empor, als erwarte er Mitgefühl in seiner Verlegenheit. »Was zum Engad, der Hund?« brummte Holmes. »Sie werden doch nicht eine Droschke genommen haben oder in einem Ballon aufgeflogen sein. Vielleicht haben Sie eine Weile Halt gemacht? Schon recht, er läuft wieder,« sagte Holmes erleichternd aufatmend. In der Tat hatte sich Tobi wieder in Trab gesetzt. Noch einmal schnüffelte er, dann fasste er plötzlich einen Entschluß und schoss mit einer Kraft und Entschiedenheit davon, wie er sie noch nicht gezeigt hatte. Er war jetzt wieder auf so sicherer Fahrt, dass er nicht einmal die Nase auf den Boden zu halten brauchte, wohl aber zerrte er hitzig an der Leine und versuchte sich loszureißen. An Holmes leuchtenden Augen konnte ich erkennen, dass wir nach seiner Meinung dem Ende unserer Irrfahrt nahe sein müssten. An der Schenke zum weißen Adler vorbei stürmte der Hund wie unsinnig in Nelsons großen Holzhof hinein, wo die Arbeiter schon in voller Tätigkeit waren. Durch Sägemehl und Hobelspäne raste Tobi weiter, ein Gästchen hinunter, in einen Durchgang zwischen zwei Holzhaufen hinein und sprang dann endlich mit einem Triumphgebell an einem großen Fass in die Höhe, welches noch auf dem Handkarren stand, auf dem es hergebracht worden war. Mit weit heraushängender Zunge und blitzenden Augen stand Tobi jetzt auf dem Fass, bald Holmes, bald mich ansehend in Räder des Karrens waren mit einer dunklen Flüssigkeit gedrängt und der Geruch von Kreosot erfüllte die ganze Luft. Eine Weile standen Holmes und ich sprachlos da, dann brachen wir beide in ein unaufhaltsames schallendes Gelächter aus. Achtes Kapitel Das Freichor aus der Bakerstraße Was nun? fragte ich. Tobi hat den Ruf der Unfehlbarkeit verloren. Er handelt nach seiner Einsicht, versetzte Holmes und hob den Hund vom Fass herunter. Es wird ja täglich Kreosot durch London gekarrt. Man braucht es hauptsächlich um das Holz zu tränken. Kein Wunder, dass unsere Fährte gekreuzt worden ist, der arme Tobi ist ohne Schuld. Sollten wir nicht die erste Spur wieder aufsuchen? Ja, und das ist glücklicherweise nicht weit. Spuren in entgegengesetzter Richtung auseinander gingen. Wir sind der Falschen gefolgt und brauchen also nur auf die andere zurück zu gehen. Das machte keine Schwierigkeiten. Als wir Tobi auf den Platz führten, wo er seinen Fehler begangen hatte, kreiste er in der Runde umher und schoss endlich in einer neuen Richtung fort. Wenn uns der Hund nur nicht an den Ort bringt, von wo das Fass Kreosot herkam, bemerkte ich. Davor war mir auch bange, aber sehen Sie, er bleibt auf dem Pflaster des Bürgersteigs, während der Karren den Fahrweg benutzt hat. Nein, 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 jetzt sind wir auf der richtigen Fährte. Sie leitete uns abwärts auf das Flußufer zu, den Belmont Platz und die Prinz Straße kreuzend. Am Ende von Broad Street lief sie geradewegs nach dem ersten Rand. Dann stand er winselnd still und guckte auf den schwarzen Strom hinaus. Das Glück ist uns nicht hold, sagte Holmes. Hier haben die Flüchtlinge ein Boot genommen. Verschiedene kleine Fahrzeuge lagen teils im Wasser, teils auf der Werft umher. Wir brachten Tobi zu einem nach dem anderen, aber obgleich er eifrig schnüffelte, gab er kein Erkennungszeichen. Dicht bei dem Landungsplatz lag ein kleines Ziegelhaus. Auf dem hölzernen Aushängeschild am zweiten Fenster stand in großen Buchstaben zu lesen Mordecai Smith und darunter Boote zu vermieten auf Stunden oder Tageweise. Eine zweite Inschrift über der Tür tat jedermann kund, dass da selbst ein Dampfboot gehalten werde, worauf übrigens auch die großen Haufen Koks schließen ließen, die auf dem Damme lagen. Holmes sah sich langsam um und sein Gesicht nahm einen unheil verkündenden Ausdruck an. Das sieht schlimm aus, sagte er. Die Kerle sind geriebener als ich erwartete. Sie haben gesucht, ihre Spur zu verwischen. Ich fürchte, es handelt sich hier um eine im Voraus abgekaterte Sache. Jetzt öffnete sich die Tür des Hauses und ein kleiner, etwa sechsjähriger Lockenkopf kam herausgelaufen, hinter ihm her eine untersetzte Frau mit rotem Gesicht und einem großen Schwamm in der Hand. Gleich kommst du und läst dich waschen, Jack, schrie sie, du nichts nutz. Wenn der Vater wieder kommt und dich so schmutzig findet, wird's was setzen. Netter kleiner Bursch, sagte Holmes diplomatisch, was für ein lieber rotbäckiger Schelm, sag mal Jack, was soll ich dir schenken? Der Junge sann einen noch zwei Schilling, rief der kleine Thunicht gut rasch. Nun gut, pass auf und fang einmal. Ein hübsches Kind, Frau Smith. Jawohl, Herr, groß und stark für sein Alter. Er lässt sich kaum mehr regieren, besonders wenn mein Mann den ganzen Tag fort ist. Ist er fort, sagte Holmes mit enttäuschtem Ton. Das tut mir leid, ich wollte ihn sprechen. Seit gestern früh schon ist der Fort Herr und ich fange wahrhaftig an Angst zu bekommen, weil er so lange bleibt. Wenn es aber wegen eines Bootes ist, könnte ich sie vielleicht auch bedienen. Ich möchte ein Dampfboot mieten. Ach Herr, im Dampfboot ist er gerade fort. Das macht mich so stutzig, denn ich weiß, er hat nicht genug Kohlen bis nach Woolwich und wieder zurück. Hätte er die Dampfboot ohne Kohlen? Vielleicht hat er auf einer Werft und Dampflust Kohlen gekauft. Möglich, aber das sehe ich ihm nicht gleich. Er schimpft ja immer über das Heidengeld, das sie verlangen, wenn man nur ein paar Säcke kauft. Auch traue ich dem Stelzfuß nicht recht mit seinem hässlichen Gesicht und dem ausländischen Geschwätz, was der nur mit meinem Alten zu schaffen haben mag. Stelzfuß sagte Holmes und machte große Augen. Ja, Herr, ein brauner Bursche mit einem Affengesicht, der mehr als einmal hier nach meinem Alten gefragt hat. Letzte Nacht hat er ihn herausgeklopft. Mein Mann muss wohl gewusst haben, dass er kommen würde, denn er hatte Dampf im Boot. Ich sage es Ihnen gerade heraus, Herr, die Sache ist mir nicht geheuer. Aber liebe Frau Smith, sagte Holmes die Achseln zuckend, Sie beunruhigen sich ohne alle Not. Wie können Sie denn wissen, dass es der Stelzfuß war, der bei Nacht kam? Ich verstehe nicht, wie Sie das mit solcher Bestimmtheit annehmen können. Seine Stimme, Herr, die erkannte ich gleich. Sie klingt so rau und verschleiert. Er klopfte an die Scheiben, es kann um drei Uhr Ich konnte den hölzernen Stumpf auf den Steinen klappern hören. War denn der Stelzfuß allein? Das kann ich wirklich nicht sagen, Herr. Ich habe niemand sonst gehört. Tut mir leid, Frau Smith, ich hätte gern ein Dampfboot gehabt und die Leute loben ihr Fahrzeug. Wie heißt es doch? Die Aurora, Herr. Richtig. Das ist aber nicht das alte grüne Boot mit den gelben Streifen, das so breit im Vorderteil ist. Bewahre ein so schnuckliges kleines Ding, als nur je eines auf dem Fluss war. Es ist frisch angestrichen schwarz mit zwei roten Streifen. Besten Dank, Frau Smith. Hoffentlich bekommen Sie bald Nachricht von Ihrem Mann. Ich gehe gerade den Fluss hinunter und wenn ich etwas von der Aurora sehen sollte, will ich ihn wissen lassen, dass sie in Sorge sind. Ein schwarzer Dampfschlot, sagten sie. Nein, Herr, schwarz, mit einem weißen Rundstreifen. Ja, natürlich, es waren die Bootsseiten, die schwarz sind. Guten Morgen, Frau Smith, jetzt wollen wir uns dort in der Fähre übersetzen lassen, Motzen, der Bootsmann wartet eben. Wir nahmen auf der Bank der Fähre Platz. Die Hauptsache bei Leuten der Art, ist sie niemals merken zu lassen, dass ihre Mitteilungen von irgendwelcher Wichtigkeit für uns sind. Sobald sie das denken, sind sie augenblicklich stumm wie ein Auster. Wenn man ihnen dagegen gleichsam widerwillig zuhört, erfährt man meist alles, was man zu wissen wünscht. Unser Kurs scheint jetzt ziemlich klar, sagte ich. Nun, was würden sie denn zuerst tun? Ich würde ein Boot mieten und der Aurora nachfahren den Fluss Kampfboot kann auf jeder beliebigen Werft an der einen oder anderen Seite des Stromes zwischen hier und Greenwich angelegt haben. Jenseits der Brücke ist meilenlang ein vollständiges Labyrinth von Landungsplätzen. Diese sämtlich zu durchforschen würde uns Tage und Tage kosten, wenn wir es allein unternehmen. So wenden sie sich an die Polizei? Nein, ich werde Athelney Jones wahrscheinlich erst im letzten Augenblick herbeirufen. Er ist aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, ohne ihn fertig zu werden. Nun, wir es einmal soweit gebracht haben. Vielleicht sollten wir eine Anzeige einrücken und uns von den Werftmeistern Nachricht erbitten. Das wäre höchst verfehlt. Unsere Leute wüssten gleich, dass die Jagd ihnen dicht auf den Fersen ist und würden auf und davon gehen , wahrscheinlich außer Landes. Solange sie sich noch »Die Flüchtlinge werden daraus entnehmen, dass die Polizei sehr geschäftig ist auf der falschen Fährte. Was fangen wir denn aber jetzt an?« fragte ich, als wir bei Milbank landeten. »Wir nehmen am besten eine Droschke, fahren nach Hause, lassen uns ein Frühstück geben und schlafen ein paar Stunden. Es ist sehr möglich, dass wir gegen Abend wieder auf den Beinen sein müssen, nach dem nächsten Telegrafenbüro, Kutscher. Tobi wollen wir bei uns behalten, er kann uns vielleicht noch nützlich sein. Wir hielten vor dem Postamt in der großen Petersstraße und Holmes gab seine Drahtbotschaft auf. »An wen glauben Sie, dass ich telegraphiert habe?« fragte er, als wir die Fahrt fortsetzten. »Wie sollte ich das wissen? Erinnern Sie sich an das freiwilligen Chor aus der Baker Straße, das mir in Jefferson Hopes Fall Polizeidienste leistete. Das will ich meinen, lachte ich. Dies ist gerade eine Gelegenheit, bei der sich die Boben unschätzbar erweisen könnten. Missdenkt es Ihnen, so, habe ich noch andere Hilfsquellen. Den Versuch mache ich jedenfalls. Das Telegramm ist an meinen kleinen schmutzigen Leutnant Wiggins abgegangen, und ich erwarte, dass er mit seiner Truppe vor uns erscheinen wird, ehe wir noch mit dem Frühstück fertig sind. Es war jetzt zwischen acht und neun Uhr, und ich fühlte mich nach den mannigfachen Aufregungen geistig und körperlich müde und abgespannt. Ich konnte den Fall weder als reine Verstandesaufgabe betrachten, noch mich leidenschaftlich dafür begeistern, wie mein Gefährte. Von Bartholomeus Scholto hatte ich so wenig Gutes gehört, dass mir seine Mörder keinen allzu großen Abscheu einflößten. Die Wiedererlangung des Schatzes freilich erschien auch mir von Wichtigkeit. Ein Teil desselben kam ohne Frage Fräulein Morstan zu, und ich war bereit, alles daran zu setzen, damit sie ihr Recht erlange. Zwar, wenn ich ihn fand, so hob seinen Besitz sie wahrscheinlich für immer aus meinem Bereich, aber das müsste eine kleinliche und selbstsüchtige Liebe sein, die sich durch solche Gedanken beeinflussen ließe. Wenn Holmes keine Anstrengung scheute, um die Verbrecher zu finden, so hatte ich einen noch zehnfach stärkeren Antrieb, den Schatz zu entdecken. Nachdem ich zu Hause ein Bad genommen und mich völlig umgekleidet hatte, fühlte ich mich wunderbar erfrischt. In unserem Wohnzimmer fand ich das Frühstück bereit, und Holmes schenkte den Kaffee ein. »Da haben Sie's!«, sagte er den Fall schon unter sich zurecht. »Aber Sie haben die Geschichte gewiss Sattwurzen besser, sie essen erst ihren Schinken und ihre Eier.« Ich nahm das Blatt und las den kurzen Artikel, dessen Überschrift lautete »Geheimnisvolle Begebenheit in Ober Norwood.« Wie uns der Standard meldet, wurde letzte Nacht gegen zwölf Uhr Herr Bartholomeus Scholto von Pondicherry Lodge in seinem Zimmertod aufgefunden, und zwar unter Umständen, welche auf ein Verbrechen schließen lassen. Zwar fanden sich keine Spuren einer Gewalttat an Herrn Scholtos Person, aber eine wertvolle Sammlung indischer Edelsteine, welche der Verstorbene von seinem Vater geerbt hatte, ist verschwunden. Die Entdeckung wurde zuerst von den Herren Sherlock Holmes und Dr. Watson gemacht, welche mit Thaddeus Scholto, dem Bruder des Verstorbenen ins Haus gekommen waren. Ein besonderer Glücksfall wollte, dass Ethelny Jones, das wohlbekannte Mitglied der Geheimpolizei, schon eine halbe Stunde nach dem ersten Alarm an Ort und Stelle sein konnte. Bei seiner vorzüglichen Befähigung und großen Erfahrung kam er bald den Verbrechern auf die Spur, und wir hören, dass bereits der Bruder Thaddeus Scholto, die Wirtschafterin Frau Burnstone, ein indischer Hausmeister namens Lall Rau und der Pförtner McMurdo in Gewahrsam gebracht worden sind. Die Diebe mussten mit der Einrichtung des Hauses genau bekannt sein, denn sie sind, wie Herr Jones scharfsinnige Untersuchung feststellte, weder durch die Tür noch durch das Fenster hereingekommen, sondern über das Dach, von wo aus sie durch eine Falltür in einen Raum gelangten, der mit dem Zimmer, in welchem die Leiche gefunden wurde, in Verbindung steht. Aus dieser Tatsache ergibt sich klar, dass der Einbruch kein Unvorbereiteter gewesen ist. Dem sofortigen und tatkräftigen Eingreifen der Beamten des Gesetzes gebührt das größte Lob. Die glänzenden Eigenschaften unserer Geheimpolizei haben sich bei dieser Gelegenheit einmal wieder trefflich bewährt. »Ist es nicht wundervoll?« sagte Holmes über seine Kaffeetasse hinweg. Ich denke, wir können von Glück sagen, dass wir nicht selbst als Verbrecher festgenommen sind. Ohne Zweifel. Auch stehe ich noch gar nicht für unsere Sicherheit. Jones könnte leicht einen neuen Anfall von Energie haben. In diesem Augenblick wurde heftig an der Hausglocke gezogen, und gleich darauf hörten wir Frau Hudson, unsere Wirtin laut klagen und schelten. »Wahrhaftig, Holmes,« rief ich mich erhebend, »Ich glaube, sie sind schon hinter uns her.« »Nein, so schlimm ist es nicht, es sind nur meine Hilfstruppen, das Freikorps aus der Bäckerstraße.« Während er noch sprach, hörte man ein hastiges Trampeln nackter Füße auf den Treppenstufen, ein Durcheinander schreien hoher Stimmen, und herein platzten ein Dutzend schmutziger und zerlumpter kleiner Gassenbuben, nicht ohne einen gewissen Anstrich von Disziplin. Trotz ihres stürmischen Eintritts stellten sie sich augenblicklich mit erwartungsvollen Gesichtern vor uns in Reihe und Glied auf. Eine aus ihrer Zahl, der etwas größer und älter war als die übrigen, trat mit einer überlegenen, selbstbewussten Miene vor, die dem unansehnlichen kleinen Wicht höchst komisch stand. »Hab Ihre Botschaft bekommen, Herr, und hab die Jungs gleich stramm zusammengebracht. Auslage für die Fahrkarten wie gewöhnlich. Schon recht, Wiggins, sagte Holmes und holte etwas Silbergeld aus der Tasche. Künftig können Sie dir Bericht erstatten und du mir. Ihr braucht nicht auf das Haus sturm zu laufen. Diesmal ist es aber gut, dass ihr alle die Instruktion mit anhört. Ihr sollt ausfindig machen, wo ein Dampfboot genannt die Aurora hingeraten ist, dessen Eigentümer Mordecai Smith heißt. Es ist schwarz mit zwei roten Streifen. Der Dampf schlot schwarz mit weißem Streifen ringsherum. Einer von euch Jungens muss an Mordecai Smiths Landungsplatz bleiben, Millbank gegenüber, um zu sehen, ob das Boot zurückkommt. Ihr anderen geht den Fluss hinunter und durchsucht beide Ufer gründlich. Sobald ihr etwas wisst, meldet ihr mir's. Habt alles richtig verstanden? Jawohl, sagte Higgins, was den Lohn betrifft, der alte Satz, und einen Ginny dem Jungen, der das Boot entdeckt. Habt ihr einen Taglohn im Voraus? Nun fort mit euch. Er gab jedem einen Schilling, und sie stürmten die Treppe hinunter. Im nächsten Augenblick sahen wir sie schon auf der Straße rennen. Wenn das Boot über Wasser ist, so werden sie es finden, sagte Holmes, indem er vom Tisch aufstand, und seine Pfeife anzündete. Sie kommen überall hin, wo es etwas zu sehen und zu hören gibt, und wir brauchen nur den Erfolg abzuwarten. Erst wenn wir entweder die Aurora oder Mordecai Smith entdeckt haben, können wir unsere Forschungen wieder aufnehmen. Die Reste hier werden Tobi gut schmecken, denke ich. Gehen Sie jetzt zu Bett Holmes? Nein, ich bin nicht schläfrig. Ich habe eine sonderbare Konstitution. Ich erinnere mich nicht, bei der Arbeit noch bei meiner Pfeife über dies seltsame Geschäft nachdenken, das ich meiner schönen Klientin verdanke. Mir scheint, die Lösung unserer Aufgabe sollte ein Kinderspiel sein. Männer mit hölzernen Beinen sind doch nicht so gewöhnlich, und den anderen Mann halte ich für vollkommen einzig in seiner Art. Wieder der andere Mann? Oh, ihn gegenüber will ich gar kein Geheimnis aus seiner Person machen. Sie hätten übrigens schon längst von selbst drauf kommen können. Rufen Sie sich doch Winzig kleine Fußspuren, Zehen, die niemals in einen Stiefel gepresst wurden, nackte Füße, ein hölzerner Knüttel mit Steingriff, ungewöhnliche Gewandtheit, kleine vergiftete Dornen, was lässt sich aus dem allem zusammensetzen? Ein Wilder? rief ich aus. Vielleicht einer von den Hindus, welche die Genossen Jonathan Smalls waren? Kaum, sagte er. Als ich die fremdartige Waffe sah, war ich auch zuerst geneigt, das zu denken, aber die merkwürdige Form der Fußstapfen belehrte mich eines Besseren. Es gibt zwar kleine Leute unter den Bewohnern der indischen Halbinsel, aber keiner von ihnen hätte diese Spuren hinterlassen können. Der eingeborene Hindu hat lange, schmale Füße. Bei den Sandalen tragenden Mohamedanern ist die große Zehe vollständig von den anderen getrennt, weil der Riemen gewöhnlich dazwischen durchgezogen ist. Die kleinen Bolzen aber lassen sich nur auf eine einzige Weise abschießen, nämlich durch ein Blasrohr. Nun also, wo wird unser Wilder zu suchen sein? In Südafrika, schlug ich vor. Er streckte die Hand aus und nahm einen dicken Band vom Bücherbrett herunter. Dies ist der erste Band einer Völkerkunde, welche soeben erscheint und als neueste Autorität angesehen wird. Was steht nun hier? Die Andamanen, eine Inselgruppe, 340 Meilen nördlich von Sumatra in der Bay von Bengalen gelegen. Feuchtes Klima, Korallenriffe, Haifische, Port Blair, Sträflingsbaracken, Insel Rutland, Baumwollenwälder, ach, da haben wir's. Die Eingeborenen der Andamanen werden von den meisten Anthropologen für die kleinste Menschenrasse auf unserer Erde gehalten. Ihre Durchschnittshöhe ist vier Fuß, doch gibt es viele Erwachsene, die bedeutend kleiner sind. Es ist ein wilder, grimmiger, widerspenstiger Volksstamm, doch sind sie, wenn ihr Vertrauen einmal gewonnen ist, auch einer hingebenden Freundschaft fähig. Merken Sie sich das, Watson, nun hören Sie weiter. Sie sind von Natur abschreckend hässlich, haben unförmige Köpfe, kleine funkelnde Augen, verzerrte Gesichtszüge, auch ihre Füße und Hände sind merkwürdig klein. Sie sind so störrig und ungelenksam, dass alle Bemühungen der britischen Beamten sie auch nur im geringsten zu ihren Gunsten zu stimmen fehlgeschlagen sind. Für die Mannschaft gestrandeter Schiffe sind sie von jeher ein Schrecken gewesen, da sie den Überlebenden mit ihren Steinknütteln den Schädel einschlagen oder sie mit ihren vergifteten Pfeilen erschießen. Dergleichen Metzeleien werden dann regelmäßig mit einem kannibalischen Fest beschlossen. Ein Nettes liebenswürdiges Volk Watson was? Wenn dieser Kerl ganz nach eigenem Gutdünken hätte handeln können, würde die Geschichte noch eine viel grässlichere Wendung genommen haben. Ich denke, dass selbst wie die Sachen jetzt liegen, Jonathan Small viel darum gäbe, wenn er seine Hilfe nicht in Anspruch genommen hätte. Wie mag er nur zu dem absonderlichen Gefährten gekommen sein? Darüber weiß ich nichts. Da Small jedoch von den Andamanen kommt, so ist es gerade kein Wunder, dass dieser Insulaner ihn begleitet. Aber Botzen, Sie sehen aus, als wären Sie halbtot vor Müdigkeit. Legen Sie sich aufs Sofa und ich will versuchen, Sie einzuschläfern. Er nahm seine Violine aus der Ecke und fing an, während ich mich behaglich ausstreckte, eine leise träumerische Melodie zu spielen, ohne Zweifel nach eigener Eingebung, denn er besaß eine Gesicht und das Auf- und Niedergleiten seines Bogens, dann schien ich dahin zu schweben auf sanften Tonwellen, bis ich im Traumlande ankam, wo Mary Morstons liebes Gesicht auf mich herniederblickte. Neuntes Kapitel Unwillkommener Stillstand Erst spät am Nachmittag erwachte ich, neu gestärkt und erfrischt. Sherlock Holmes saß noch immer auf dem selben Platze. Er hatte jedoch die Violine beiseite gelegt und sich in ein Buch vertieft. Als ich eine Bewegung machte, sah er auf, seine Miene war düster und unruhig. Wie fest Sie geschlafen haben, sagte er, ich fürchtete schon, unsere Stimmen würden Sie wecken. Ich habe nichts gehört, sind neue Nachrichten gekommen? Leider nein, ich erwarte um diese Zeit schon Bestimmtes und bin sehr enttäuscht. Beginnt zwar eben hier, um Bericht abzustatten, er sagt, dass keine Spur von dem Boot zu finden sei. Mich ärgert dies Hindernis um so mehr, als jede Stunde von Wichtigkeit ist. Könnte ich nichts tun? Ich bin jetzt vollkommen ausgeruht und bereit zu jeder nächtlichen Unternehmung. Nein, uns bleibt nichts übrig als zu warten. Wenn wir das Haus verlassen, könnte die Botschaft in unsere Abwesenheit einlaufen und eine Verzögerung entstehen. Tun Sie, was Sie wollen, aber ich muss auf Wache bleiben. Dann möchte ich in Camberwell Frau Cecilie Forrester besuchen. Sie bat gestern darum. Frau Forrester, fragte Holmes mit bedeutsamem Lächeln. Je, nun natürlich auch Frau Morstan. Die Damen waren auf den weiteren Verlauf der Sache gespannt. Erzählen Sie ihnen nur nicht so viel, sagte Holmes. Auf eine Frau darf man sich niemals verlassen, selbst auf die Beste nicht. Ich nahm mir nicht die Zeit, diese abscheulichen Ansicht zu widersprechen. In ein bis zwei Stunden bin ich wieder da, rief ich. Ganz recht, viel Vergnügen, aber halt, wenn Sie sowieso auf die andere Seite des Flusses gehen, könnten Sie wohl den Tobi zurückbringen, höchstwahrscheinlich werden wir ihn nicht mehr brauchen. So nahm ich denn unseren Köter mit und lieferte ihn unter Beifügung einer halben Guinea an den alten Sherman in der Pinchinstraße ab. In Camberwell fand ich Fräulein Morstan etwas angegriffen von den Abenteuern der verflossenen Nacht, aber sehr begierig, die neuen Nachrichten zu hören. Ich erzählte den Damen alles, was wir getan, behielt jedoch die schrecklichsten Einzelheiten für mich. So erwähnte ich zwar Schotos Tod, aber nicht die genaue Art und Weise, wie derselbe erfolgt war. Immerhin blieb noch genug des Seltsamen, um sie in Staunen und Verwunderung zu setzen. Ein vollkommener Roman, rief Frau Forrester, eine um ihr recht betrogene Dame, ein Schatz von einer Letzteren vertreten die Stelle des feurigen Drachen oder des schlimmen Grafen. Und zwei fahrende Ritter als Beifahrer, rückte Volleyn Morsten hinzu, indem sie mir freundlich zulächelte. Aber Mary, wie können Sie nur so ruhig sein, ihr ganzes Geschick hängt ja von dem glücklichen Ausgang der Sache ab. Stellen Sie sich nur vor, was es heißt, reich zu sein und die Welt zu seinen Füßen zu haben. Mit innerlicher Freude nahm ich wahr, dass diese verlockende Aussicht sie keineswegs aus ihrer Ruhe brachte. Sie warf nur ihren edlen Kopf zurück, als handle es sich um etwas, woran sie wenig Interesse habe. Ich mache mir nur Sorge um Thaddeus Schulto, sagte sie, um weiter nichts. Er hat sich von Anfang an sehr gütig und ehrenhaft Erst gegen Abend verließ ich Camberwell und es war ganz dunkel, als ich unser Haus erreichte. Buch und Pfeife meines Gefährten lagen neben seinem Stuhl, aber er selbst war verschwunden. »Herr Holmes ist wohl ausgegangen?« fragte ich Frau Hudson, welche kamen, um die Läden zu schließen. »Nein, Herr Doktor, er ist in seinem Zimmer, wissen Sie, fuhr sie mit Als sie weg waren, ist er immerfort auf und abgegangen, bis mir ganz wirr im Kopf war, von den unaufhörlichen Tritten über mir. Dann hörte ich ihn mit sich selbst sprechen, und so oft die Glocke ging, war er draußen an der Treppe und rief, was gibt's, Frau Hudson? Jetzt ist er in seinem Zimmer und hat die Türe ins Schloss geworfen, aber ich hat er mich mit einem Blick angesehen, dass ich gar nicht weiß, wie ich nur aus dem Zimmer gekommen bin. Sie beunruhigen sich ohne Ursache, Frau Hudson, antwortete ich. Ich habe ihn schon öfter so gesehen. Er hat jetzt gerade eine Angelegenheit im Kopf, die ihn ruhelos macht. Ich versuchte, unserer guten Wirtin gegenüber sorglos zu erscheinen, aber mir selbst war unbehaglich zumute, wenn ich die lange Nacht hindurch von Zeit zu Zeit den dumpfen Ton seines Schrittes hörte. Ich wusste nur zu gut, wie sehr sein lebhafter Geist sich gegen diese gezwungene Untätigkeit empörte. Beim Frühstück sah er abgearbeitet aus, ein kleiner Fleck auf seiner Wange glühte in fieberhafter Röte. Sie richten sich zugrunde, Freund, bemerkte ich, auch in der Nacht haben sie sich keine Ruhe gegönnt. Ich konnte nicht schlafen. Dieses verdammte Rätsel zehrt an mir. Es ist zu toll, durch ein so jämmerliches Hindernis gehemmt zu werden, wenn alles andere schon überwunden war. Ich kenne die Leute, kenne das Boot, weiß alles und kann doch keine Nachricht bekommen. Ich habe noch andere Kräfte in Bewegung gesetzt, habe alle Mittel gebraucht, die ich werde bald zu dem Schluss kommen, dass sie das Fahrzeug angebohrt und versenkt haben, aber auch diese Annahme ist nicht stichhaltig. Oder dass Frau Smith uns auf eine falsche Fährte gewiesen hat? Nein, ich denke, das brauchen wir nicht in Betracht zu ziehen. Es gibt wirklich ein Dampfboot, das ihrer Beschreibung entspricht, so viel habe ich morgen selbst auf und suche nach den Männern statt nach dem Boot, aber hoffentlich erhalten wir noch zuvor Nachricht. Es blieb indessen alles still, weder durch Wiggins noch von anderer Seite erfuhren wir das geringste. In den Zeitungen wurde das Trauerspiel von Norwood viel besprochen, die meisten Artikel schienen dem unglücklichen Tadeus Schulto feindlich gesinnt, etwas Neues erfuhren wir jedoch daraus nicht, außer dass am nächsten Tage eine Gerichtsverhandlung stattfinden werde. Abends ging ich nach Camberwell, um die Damen von unserem Misserfolg zu unterrichten und fand bei meiner Rückkehr Holmes mürrisch und niedergeschlagen. Er war sehr wortkarg und beschäftigte sich mit einer schwierigen chemischen Analyse. Nach vielem Erhitzen von Retorten und Destillieren von Dämpfen entwickelte sich endlich ein Geruch, der mich aus dem Zimmer trieb. Bis Stunden konnte ich ihn unter seinen Kolben und Flaschen hantieren hören. Offenbar machte er sich noch immer, mit seinem übelriechenden Experiment zu schaffen. Bei Tagesanbruch erwachte ich plötzlich und sah zu meiner Verwunderung Holmes in Matrosenkleidung vor meinem Bette stehen. Er trug eine derbe wollene Jacke und einen groben roten Schal um den Hals. Ich gehe zum Fluss hinunter, Watson. Ich habe erst hin und her überlegt und finde keinen anderen mit Ihnen kommen, sagte ich. Nein, Sie nützen mir viel mehr, wenn Sie hierbleiben, als mein Stellvertreter. Ich gehe sehr ungern, denn es ist durchaus nicht unmöglich, dass im Lauf des Tages eine Botschaft kommt, obgleich Wiggins gestern Abend so entmutigt war. Ich bitte Sie, alle Zuschriften und Telegramme zu öffnen und nach Ihrer Einsicht zu handeln, wenn irgendetwas Neues einläuft. Kann ich mich auf Sie verlassen? Versteht sich? Ich fürchte, es wird nicht angehen, dass Sie mir schreiben, da ich selber nicht sagen kann, wohin. Wenn ich Glück habe, bleibe ich vielleicht nicht lange aus. Irgendetwas muss ich ermitteln, ehe ich zurückkomme. Bis zur Frühstücksstunde hatte ich noch nichts von ihm gehört. Im Standard fand ich indessen einen neuen Artikel über die Angelegenheit, welcher lautete »Das Trauerspiel von Norwood scheint sich viel verwickelter und geheimnisvoller zu gestalten, als wir ursprünglich glaubten. Neuere Zeugnisse haben bewiesen, dass Thaddeus Scholto ganz unbeteiligt an der Sache ist. Er, sowohl als die Haushälterin vor Burnstone, sind gestern Abend aus der Haft entlassen worden. Die Polizei soll jedoch den wirklichen Verbrechern auf der Spur sein. Athelney Jones von Scotland Yard verfolgt dieselben mit seinem bekannten Eifer und Scharfsinn. Weitere Gefangennamen werden jeden Augenblick erwartet. Also Freund Scholto ist jedenfalls in Sicherheit, dachte ich, das ist ja höchst befriedigend. Ich bin begierig, was es mit der neuen Spur auf sich hat. Fast scheint mir dies die hergebrachte Redensart, so oft die Polizei eine Dummheit begeht. Eben wollte ich die Zeitung beiseite legen, als mein Auge auf folgende Anzeige fiel. Vermisst! Der Bootsmann Mordecai Smith und sein Sohn Jim verließen vorigen Dienstag ungefähr um drei Uhr morgens Smiths Werft in dem Dampfboot Aurora, schwarz mit zwei roten Streifen, Schlot schwarz mit weißem Rundreif. Wer über das Verbleiben des besagten Mordecai Smith und der Aurora Nachricht bringen kann, entweder an Frau Smith selbst oder nach der Bakerstraße 221 B erhält die Summe von 5 Pfund Stirling ausbezahlt. Bakerstraße bewies das zur Genüge. Die Maßregel schien mir sehr sinnreich, denn die Flüchtlinge konnten die Anzeige lesen, ohne mehr darin zu sehen, als die natürliche Angst einer Frau um ihren verschwundenen Mann. Der Tag wurde mir sehr lang. So oft es an der Tür klopfte oder ein eiliger Schritt die Straße entlang kam, dachte ich, es müsse entweder Holmes selbst sein oder meines Gefährten auf einem Irrtum, konnte er nicht in einer großen Selbsttäuschung befangen sein und seine Theorie auf falscher Grundlage aufgebaut haben? Die schärfsten Verstandes Menschen täuschen sich ja zuweilen, gerade weil sie die einfachere Lösung eines Rätsels verschmäht nach schwierigen und verwickelten Erklärungen suchen. Am Nachmittag gegen drei Uhr wurde stark an der Glocke gezogen. Im Hausflur ward eine befehlende Stimme laut und zu meiner großen Überraschung trat niemand Geringeres als Athelny Jones zu mir ins Zimmer. Sein Gesichtsausdruck war niedergeschlagen und seine Haltung gedrückt, ja, fast demütig. »Guten Tag, Herr Doktor!« sagte er. »Hobes ist nicht zu Hause, wie ich höre?« »Nein, auch weiß ich nicht, wann er zurück sein wird, aber vielleicht möchten Sie ihn erwarten, bitte setzen Sie sich und versuchen Sie eine von diesen Zigarren?« »Danke, das will ich tun«, sagte er, sich die Stirne mit einem rotseidenen Taschentuch trocknend. »Vielleicht ist Ihnen ein Glas Whisky mit Sodawasser gefällig?« »Ein halbes Glas, wenn ich bitten darf. Man braucht eine Erquickung, wenn man sich bei der Hitze so quälen und abplagen muss wie ich. Erinnern Sie sich noch an meine Auffassung des Norwood-Falles? Jawohl, Sie haben uns Bewegung zu ziehen. Ich hatte mein Netz fest um Herrn Schulto gesponnen, als er mir plötzlich durch die Maschen ging. Er konnte ein Alibi beweisen. Von der Zeit an, dass er seines Bruders Zimmer verließ, hatten verschiedene Zeugen ihn nicht aus den Augen verloren. So konnte er es nicht gewesen sein, der über Dächer und durch Falltüren geklettert war. Es ist ein sehr dunkler Fall und mein Ruf steht auf dem Spiele. Da würde ich es nicht ungern sehen, wenn mir jemand ein wenig zu Hilfe käme. Und wer wäre dieser jemand? Ihr Freund Sherlock Holmes ist ein wunderbarer Mann, fuhr er mit seiner heiseren Stimme vertraulich fort. Ihm tut es keiner gleich. Über jeden Fall, den er untersucht, weiß er Licht zu verbreiten. Seine Methode ist nicht regelgerecht und sein Urteil etwas zu rasch. Aber im Ganzen hätte er, glaube ich, einen tüchtigen Beamten abgeben können. Das sage ich jedem, der es hören will. Heute früh habe ich ein Telegramm von ihm erhalten. Er scheint in der Schulto Angelegenheit eine Fährte gefunden zu haben. Hier ist die Depesche. Sie war in Poplar um zwölf Uhr aufgegeben und lautete »Gehen Sie sogleich nach der Bakerstraße. Wenn ich nicht da bin, erwarten Sie mich. Bin den Scholtoräubern auf der Spur. Sie können uns heute Nacht begleiten, wenn Sie den Fang mitmachen wollen. Das klingt gut. Er ist offenbar wieder im rechten Fahrwasser, sagte ich. Also hatte er auch die Richtung verloren? rief Jones mit sichtlicher Befriedigung. Ja, selbst die Besten werden zuweilen aus dem Sattel geworfen. Möglich, dass auch dies wieder nur ein blinder Lärm ist, aber meine Pflicht als Polizeibeamter zwingt mich, keine Gelegenheit zu versäumen. Doch da kommt jemand herauf, vielleicht ist er selbst. Man hörte einen schweren Tritt auf der Treppe und ein starkes Schnaufen und Keuchen, wie von jemand, dem das Atemholen recht sauer fällt. Ein oder zweimal blieb er stehen, als könne er nicht weiter. Endlich aber hatte er die Türe erreicht und trat ein. Es war ein alter Mann in Matrosentracht. Die dicke Wolljacke trug er am Hals fest zugeknüpft. Sein Rücken war gekrümmt, seine Knie zitterten. Auf den Knotenstock gestützt stand er da und rang nach Atem, wobei sich ihm die Schultern vor Anstrengung hoben. Der bunte Schal, den er um Hals und Kinn gewickelt hatte, verbarg sein Gesicht, so, dass wenig mehr davon zu sehen war, als ein paar scharfe dunkle Augen, die unter buschigen weißen Brauen hervorblickten und ein langer weißer Backenbart. Im Ganzen machte er den Eindruck eines wackeren alten Seemannes, der in Armut geraten war. Was wollt ihr, mein Freund? fragte ich. Er schaute sich langsam und bedächtig um. Ist Herr Sherlock Holmes zu Hause? Nein, aber ich bin sein Stellvertreter und werde jede Botschaft ausrichten, die ihr für ihn habt. Ihm selbst habe ich sie zu bestellen, aber ich sag euch ja, dass ich ihn vertrete, bezieht es sich auf Mordecai Smiths Boot? Ja, ich weiß just, wo es liegt, ich weiß auch, wo die Kerls sind, hinter denen er her ist, und ich weiß, wo der Schatz ist, ich weiß alles. Dann sagt es mir, und ich will es ihn wissen lassen. Ich muss es ihm selbst bestellen, wiederholte er mit dem trotzigen Eigensinn alter Leute. Gut, denn so müßt er auf ihn warten. Warten? Ich soll wohl gar hier den ganzen Tag verlieren? Irgendwem zuliebe? Wenn Herr Holmes nicht hier ist, so muss Herr Holmes eben alles allein herausfinden. Ich traue euch beiden nicht recht und sage kein Wort. Er schlürfte nach der Tür, aber Jones kam ihm zuvor. Wartet ein wenig, guter Freund, sagte er. Ihr habt wichtige Nachrichten und ihr dürft nicht davon gehen. Wir werden euch hier behalten, ihr mögt wollen oder nicht, bis unser Freund heimkommt. Der alte Mann nahm einen kleinen Anlauf nach der Tür, aber da Athelny Jones seinen breiten Rücken dagegen stemmte, erkannte er die Nutzlosigkeit jedes Widerstandes. Eine schöne Behandlung, schrie er mit dem Stock auf den Boden stampfend. Ich komme, den Herrn zu besuchen und ihr zwei, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, packt mich und verfahrt mit mir auf solche Manier. Es soll euer Schaden nicht sein, sagte ich. Wir werden euch den Verlust eurer Zeit vergüten, setzt euch dort auf Sofa, ihr werdet nicht lang zu warten brauchen. Er kam verdrießlich zurück und setzte sich, den Kopf in die Hand stützend, während Jones und ich unsere Zigarren weiter rauchten und das Gespräch wieder aufnahmen. Plötzlich aber erscholl dicht neben uns Holmes Stimme. Ihr könnt mir wohl auch eine Zigarre anbieten, sollte ich meinen. Wir schreckten beide von unseren Stühlen »Wo ist denn aber der alte Mann?« »Hier ist der alte Mann!« sagte er und hielt einen Haufen weißen Haares in die Höhe. »Hier ist er, Perücke, Bart, Augenbrauen, alles. Ich habe meine Maske wohl für ziemlich gut gehalten, doch dachte ich nicht, dass sie eine solche Probe bestehen könnte. »Ach, Sie Spaßvogel!« rief Jones voll Ergötzen. »Was für einen Schauspieler würden Sie abgegeben haben. Das war der richtige Greisenhusten und diese zittrigen Beine sind allein zehn Pfund Sterling die Woche wert. Die blitzenden Augen kamen mir aber doch bekannt vor. Sie wären nicht so leichten Kaufes wieder von uns losgekommen, wie Sie Verkleidung den Kriegspfad betreten. Sie haben mein Telegram erhalten? Ja, deshalb bin ich hier. Nun, was für Fortschritte haben Sie denn gemacht? Ganz und gar keine. Ich habe zwei Gefangene freilassen müssen und es gibt weder Zeugen noch Beweise gegen die anderen zwei. Lassen Sie es gut sein. Wir werden Ihnen bald zwei neue dafür liefern, wenn Sie sich meinen Anordnungen fügen wollen. Den Ruhm mögen Sie hernach meinetwegen davontragen, aber Sie müssen zu Werke gehen, wie ich es Ihnen vorschreibe. Einverstanden? Vollständig! Wenn Sie mir nur die Kerle herbeischaffen! Gut denn, erstens brauche ich ein schnelles Polizeidampfboot, das um sieben Uhr an der Westminster Treppe sein muss. Das lässt sich leicht machen, dort herum liegt immer eins, aber ich kann der Sicherheit wegen telefonieren. Ferner muss ich zwei stämmige Leute haben für den Fall des Widerstandes. Zwei bis drei sollten im Boot sein. Was sonst noch? Wenn wir die Männer festnehmen, werden wir auch den Schatz haben. Es würde meinem Freunde ihr gewisses Vergnügen machen, den Kasten der jungen Dame zu bringen, welcher die Hälfte des Inhalts rechtmäßig zukommt. Sie soll die erste sein, die ihn öffnet, nicht wahr, Wurzen. Es würde mir eine große Freude sein. drücken müssen. Nachher muss der Schatz natürlich dem Polizeiamt übergeben werden, bis nach der gerichtlichen Untersuchung. Gewiss, das lässt sich leicht machen. Mir liegt aber noch ein anderer Punkt am Herzen. Es würde mich besonders interessieren, die ganze Geschichte von Jonathan Smalls eigenen Lippen zu hören. Es ist meine Liebhaberei, wie Sie wissen, schwierige Kriminalfälle bis ins Einzelne auszuarbeiten. Ich hoffe, man wird nichts dagegen einwenden, dass ich eine Privatunterredung mit ihm habe, entweder hier in meinem Zimmer oder sonst wo, wenn er nur ausreichend bewacht ist. Nun, Sie haben die Sache völlig in der Hand. Ich besitze noch nicht einmal einen Beweis von der Existenz dieses Jonathan Small. Wenn Sie ihn fangen können, wüsste ich nicht, wer Ihrer Unterredung mit ihm ein Hindernis in den Weg legen bereit. Ich habe Austern und ein paar Birkhühner besorgt, auch eine feine Sorte Weißwein. Sie sollen meinen wirtschaftlichen Talenten ihre Anerkennung zollen, Watson. Zehntes Kapitel Das Ende des Insulaners Unser Mahl war ein sehr heiteres. Holmes befand sich in vortrefflicher Stimmung. Ich habe ihn nie so glänzend in der Unterhaltung gesehen. Er sprach über die verschiedenartigsten Gegenstände, über Passionsspiele, mittelalterliche Töpferarbeit, berühmte Violinen, den Buddhismus von Ceylon und die Kriegsschiffe der Zukunft, so eingehend, als hätte er aus jedem ein spezielles Studium gemacht. Sein guter Humor bildete den größten Gegensatz zu der düsteren Niedergeschlagenheit der vorhergehenden Tage. Jones erwies sich als liebenswürdiger Gesellschafter und genoss sein Mahl mit der Miene eines Feinschmeckers. Mich selbst erregte der Gedanke, dass wir uns dem Ende unserer Aufgabe näherten, auf das Angenehmste und ich ließ mich durch Holmes Heiterkeit fortreißen. Keiner von uns machte auch nur eine Anspielung auf den Grund unseres Beisammenseins. Als der Tisch abgeräumt war, sah Holmes nach der Uhr und füllte drei Gläser mit Portwein. Ein Glas auf das glückliche Gelingen unserer kleinen Expedition. Und nun ist es hohe Zeit aufzubrechen. Haben Sie eine Pistole, Watson? Nur den alten Revolver in meinem Pult. Nehmen Sie ihn ja mit. Es ist gut, auf alles vorbereitet zu sein. Die Droschke steht vor der Tür. Ich habe sie auf halb sieben bestellt. An licken. Woran lässt sich erkennen, dass dies ein Polizeiboot ist? fragte er. An der grünen Lampe auf der Seite? Dann schaffen Sie sie fort. Die kleine Veränderung war bald gemacht. Wir bestiegen das Boot und die Seile wurden gelöst. Jones, Holmes und ich saßen auf dem Hinterdeck. Ein Mann war am Steuerruder, ein anderer bediente die Maschine und zwei stämmige Polizeibeamte standen auf dem Vorderteil. Wohin? fragte Jones. Nach dem Tower. Sagt Ihnen, dass Sie gegenüber Jakobsons Werft halten. Unser Fahrzeug war augenscheinlich ein sehr schnelles. Die langen Reihen beladener Kähne, an denen wir vorüberschossen, schienen uns stillzustehen. Holmes lächelte vor Zufriedenheit, als wir einen Flusstdampfer überholten und hinter uns zurückließen. Wenn es so weiter geht, sollte uns, denke ich, nichts Das meine ich auch, und es gibt gewiss nicht viele Boote, die es uns zuvortun werden. Wir müssen es mit der Aurora aufnehmen, die als ein Schnellsegler bekannt ist. Das wird nicht leicht sein. Nun lassen Sie sich aber erzählen, wie es mir ergangen ist, Watson. Um mich von meinem Ärger über das Hindernis zu zerstreuen, das uns im Wege lag, hatte ich mich, wie Sie wissen, Recht. Nachdem mir das Experiment mit dem Kohlenwasserstoff gelungen war, kehrte ich zu unserem Schulte Problem zurück und dachte die ganze Geschichte von Neuem durch. Meine Jungen hatten Strom aufwärts und abwärts gesucht, ohne Erfolg. Das Boot war an keinem Landeplatz, an keiner Werft und auch nicht zurückgekommen. Da sie es versenkt haben sollten, hielt ich für unwahrscheinlich. Ich traute dem Small einen gewissen Grad von Schlauheit zu, die hatte er bewiesen bei seiner fortgesetzten Wacht über Pondicherry Lodge. Er mußte während seines Aufenthalts in London irgendein geheimes Versteck gehabt haben, das er gewiss nicht aufgeben würde, ohne erst sicher zu sein, dass er den Zufluchtsort entbehren könne. Besonders mußte ihm daran liegen, seinen Kameraden vor allen Blicken zu verbergen, denn mochte er ihn zu stutzen, wie er wollte, seine Erscheinung blieb höchst auffallend. Die beiden waren aus ihrem Schlupfwinkel unter dem Deckmantel der Dunkelheit aufgebrochen und mußten wünschen, ihn vor Tagesanbruch wieder zu erreichen. Nun war es nach der Angabe der Frau Smith drei Uhr vorbei, als sie das Boot bekamen. Eine Stunde später wurde es ganz hell und viele Leute waren schon auf den Füßen. Daraus folgerte ich, dass sie nicht weit gefahren sein könnten. Sie bezahlten den Smith gut dafür, dass er reinen Mund hielt, legten einstweilen Beschlag auf sein Boot bis zur schließlichen Flucht und eilten mit dem Schatz in ihr Versteck. In einer späteren Nacht konnten sie dann unter dem Schutz der Dunkelheit nach irgendeinem Schiff bei Gravesend oder in den Downs abdampfen, wo sie ohne Zweifel schon ihre Überfahrt nach den Kolonien oder Amerika vorbereitet hatten. Aber das Boot, das haben sie doch nicht in ihr Versteck genommen. Ich versuchte mich an Smalls Stelle zu setzen und die Sache zu betrachten, wie ein Mann von seiner Urteilskraft es tun Schiffszimmermann übergeben, mit der Weisung, irgendeine unbedeutende Ausbesserung daran vorzunehmen, der hätte es in seinen Schuppen oder Bauhof bringen lassen und auf diese Art wirklich verborgen, während man es nach Bedarf in ein paar Stunden wieder haben konnte. Das scheint allerdings einfach. Eben diese allereinfachsten Dinge sind es, die so leicht übersehen werden. Es kam auf einen Versuch an. Als Matrose verkleidet, durchforschte ich alle Schiffsbauhöfe den Fluss entlang. Fünfzehnmal war es vergeblich, aber beim sechzehnten Jakobson erfuhr ich, dass die Aurora ihnen vor zwei Tagen von einem Mann, einem Stelzfuß, übergeben worden wäre, zur Ausbesserung des Steuers. Aber das Steuerruder ist heil und ganz, sagte der Werkführer. Die dort ist's mit den roten Streifen. Es traf sich merkwürdig, dass ich gerade in dem Augenblick Mordecai Smith zu Gesicht bekam, den verschwundenen Eigentümer des Dampfboots. Er war stark angetrunken und brüllte selbst seinen Namen und den Namen seines Bootes heraus, sonst hätte ich ihn schwerlich erkannt. Ich brauch die Aurora heut Abend um acht Uhr, rief er, wohl zu merken, Punkt acht Uhr. Ich hab zwei Herren, die auf mich warten. Sie hatten ihn offenbar gut bezahlt, denn er war sehr freigebig mit dem Dann ging ich auf den Bauhof zurück und stellte einen Jungen aus meiner Bande, den ich unterwegs traf, als Wache auf. Er soll uns vom Ufer aus mit seinem Taschentuch zuwehen, wenn die Aurora abdampft. Wir bleiben mit unserem Fahrzeug abseits im Fluss liegen, und es müsste sonderbar zugehen, wenn es uns nicht gelänge, die Männer, den Schatz, kurz, alles zu fangen. Händen gewesen, so hätte ich eine Anzahl Polizisten in die Nähe postiert, um sie festzunehmen, sobald sie zum Vorschein gekommen wären. Die hätten lange warten können, glauben sie es mir. Small ist ein geriebener Kerl. Er würde erst einen Spion vorausgeschickt haben, und sobald er argwohn schöpfte, sich abermals eine Woche still verhalten. Aber den Mordecai hätten sie doch festnehmen und benutzen können, ihren Versteck aufzufinden, sagte ich. Das hielt ich für verlorene Mühe. Ich möchte wetten, dass Smith gar nicht weiß, wo sie sich aufhalten. Warum sollte er danach fragen, solange er Schnaps und gute Bezahlung hat? Sie schicken ihm nur die Botschaft, wenn sie brauchen. Ich habe alles wohl erwogen, und auf meine Weise wird es am besten gehen. Während dieses Gesprächs war unser Boot unter einer Themsebrücke nach der anderen dahingeschossen. Als wir an der City vorbeikamen, vergoldeten die letzten Strahlen der Sonne das Kreuz auf dem St. Paulskirchturm. Als wir den Tower erreichten, herrschte bereits Dämmerlicht. Das dort ist Jakobsons Schiffsbauhof, sagte Holmes auf ein Gewirr von Masten und Segeln deutend. Wir wollen hier langsam auf- und abkreuzen unter der Deckung jener leichter Boote. Er nahm ein Nachtfernglas aus der Tasche und spähte nach dem Ufer hin. Ich sehe meine Wache auf dem Posten, aber sie gibt kein Zeichen. So lassen Sie uns doch eine Strecke weit den Fluss hinunter fahren und auf die Aurora warten, sagte Jones eifrig. Wir waren jetzt alle in Aufregung, selbst die Polizisten und die Heizer, die doch fahren, erwiderte Holmes. Vor diesem Punkt aus sehen wir den Eingang der Werft, uns dagegen können sie kaum gewahr werden. Es wird eine klare Nacht, wir haben Licht genug und müssen vorerst bleiben, wo wir sind. Schauen Sie noch einmal dort hinüber, flattert da nicht was Weißes? Ja, ist Ihr Junge mit dem Taschentuch, ich kann ihn deutlich sehen. Ja, und da ist auch die Aurora, rief Holmes, sie schießt davon in Teufelseile, fahrt drauf los, Bootsmann, so schnell ihr könnt, hinter dem Dampfer her, mit dem gelben Licht, es wäre doch wahrhaftig zu toll, wenn er uns am Ende durch ginge. Von uns ungesehen war die Aurora durch einige kleine Fahrzeuge gedeckt aus der Werft in den Fluß geglitten. Jetzt flog sie stromabwärts, nahe am Ufer hin, mit furchtbarer Geschwindigkeit. Jones sah ihr ernsthaft nach und schüttelte den Kopf. Das geht sehr schnell, ich zweifle, ob wir sie einholen. Wir müssen, wir müssen, rief Holmes, die Zähne zusammenbeißend, schürt das Feuer, ihr Heizer, das Boot muss sein Äußerstes tun, sollten wir auch verbrennen, haben müssen wir sie. In rasender Eile ging es jetzt hinter der Aurora her. Die Kesselfeuerung prasselte, die mächtigen Maschinen ächzten und stöhnten wie ein großes metallenes Herz. Der scharfe Schnabel unseres Dampfers durchschnitt den stillen Fluß, das rechts und links zwei große Wogen dahin rollten. Mit jedem Herzschlag der Maschinen sprang und bebte das Boot wie ein lebendiges Wesen. Eine große gelbe Laterne an unserem Bug warf einen langen flackernden Lichtstrahl vor uns her. Geradeaus sahen wir die Aurora wie einen dunklen Fleck, und das Gekräusel des weißen Schaums hinter ihr zeugte von der Schnelligkeit ihres Laufs. Wir schossen an Kähnen, Dampfern, Handelsschiffen vorbei, hinter dem einen Fort und um das andere herum. Stimmen riefen uns an aus der Dunkelheit, aber immer raste die Aurora vorwärts und wir immer hinterher. »Mehr Kohlen, ihr Leute, mehr Kohlen!« schrie Holmes in den Maschinenraum hinunter, während ihm die schreckliche Glut ins erhitzte Gesicht schlug. »Wir brauchen allen Dampf, der sich irgend beschaffen lässt!« »Ich meine, wir kommen etwas näher!« sagte Jones, die Aurora scharf im Auge behaltend. »Ganz gewiss!« rief ich. »In ein paar Minuten haben wir sie erreicht!« In dem Augenblick wollte jedoch unser böses Geschick, dass ein Buxierdampfer mit drei Kähnen im Schlepptau uns in die Quere kam. Nur durch eine rasche Bewegung des Steuers konnten wir den Zusammenstoß vermeiden. Wir mussten den Schlepper umgehen, und als wir wieder in unserer Bahn waren, hatte die Aurora an 200 Meter Vorsprung gewonnen. Indessen war sie noch immer gut in Sicht. Die neblige, unsichere Dämmerung ging in eine klare, sternhelle Nacht über. Unsere Dampfkessel taten ihr Äußerstes, und das gebrechliche Fahrzeug bebte und krachte, während es mit wilder Gewalt vorwärts getrieben wurde. Wir waren an den West-India-Docs vorbei, hatten die lange Krümmung bei Deptford hinter uns, und jetzt ging's wieder gerade aus. Der dunkle Fleck vor uns enthüllte sich immer deutlicher als die schlanke Aurora. Jones richtete unsere Leuchte auf sie, sodass wir die Gestalten auf ihrem Deck unterscheiden konnten. Ein Mann saß im Hinterteil einen schwarzen Gegenstand auf den Knien, über den er sich niederbeugte. Neben ihm lag eine dunkle Masse, welche wie eine Neufundland-Docge aussah. Der Junge hielt das Steuer, und im roten Schein des Dampfkessels sah ich den alten Smith stehen, bis zum Gürtel nackt und aus allen Kräften Kohlen schaufelnd. Sie mochten sich anfangs gefragt haben, ob wir sie wirklich verfolgten, aber jetzt, da wir unablässig auf ihrer Fährte blieben, konnten sie nicht mehr im Zweifel darüber sein. Bei Greenwich waren wir ungefähr 300 Schritt hinter ihnen, bei Blackwall konnten es nicht mehr als 250 sein. Ich habe manches Tier gehetzt in aller Herren Länder während meines wechselvollen Lebens, aber niemals hat ein Sport mich in so wilde Aufregung versetzt, als diese wahnsinnige Menschenjagd auf dem Temse-Fluß. Beständig näherten wir uns ihnen, einen Meter nach dem anderen. In der Stille der Nacht konnten wir das Stöhnen und Klappern ihrer Maschinen hören. Der Mann auf dem Hinterdeck kauerte am Boden und bewegte die Arme, als verrichte er eine Arbeit. Von Zeit zu Zeit sah er auf, wie um mit den Blicken die Entfernung zu messen, die uns noch trennte. Näher und näher kamen wir, Jones schrie, sie möchten anhalten, jetzt waren wir nur noch vier Bootslängen hinter ihnen, beide Boote flogen in furchtbarer Eile dahin. Bei unserem Anruf sprang der Mann am Steuer in die Höhe, stieß wilde Flüche aus und schüttelte seine geballten Fäuste gegen uns. Er war ein mittelgroßer, kräftiger Mann, und wie er so breitbeinig dastand, sich im Gleichgewicht haltend, konnte ich sehen, dass er an seinem linken Bein vom Knie an einen hölzernen Stelzfuß trug. Als seine schrille, zornige Stimme erschallte, entstand in der dunklen Masse auf dem Deck eine Bewegung. Es dehnte und streckte sich, bis ein kleiner, schwarzer Mann dastand, der kleinste, den ich jemals gesehen hatte, mit einem großen, unförmigen Kopf, den eine Menge wirres, zerzaustes Haar bedeckte. Holmes hatte schon seinen Revolver gespannt, und ich ergriff schnell den meinigen bei dem Anblick dieses wilden, missgestalteten Geschöpfs. Er war in eine Art Mantel oder dunkle Decke gehüllt, die nur sein Gesicht freiließ, aber das Gesicht musste einen im Schlaf verfolgen, nie habe ich Züge gesehen, die so sehr den Stempel tierischer Grausamkeit trugen. Seine kleinen Augen glühten und brannten in dunklem Feuer. Aus seinen dicken Lippen starrten die Zähne hervor, mit denen er klapperte und uns angrinste in bestialischer Wut. »Geben Sie Feuer, sobald er die Hand hebt!« sagte Holmes ruhig. Wir waren nur noch eine Bootslänge entfernt, fast berührten wir unsere Beute. Ich sehe die beiden noch vor mir im Lichte unserer Laterne, den weißen Mann mit dem Stelzfuß, wie er seine Flüche zu uns herüberschleuderte und den teuflischen Zwerg mit den großen gelben knirschenden Zähnen und dem scheußlichen Gesicht. Es war gut, dass wir ihn so deutlich sehen konnten, denn jetzt zog er unter seiner Umhüllung ein kurzes rundes Stück Holz hervor, wie ein Schullineal, und setzte es an die Lippen. Unsere Pistolen gingen gleichzeitig los. Er taumelte, warf die Arme in die Höhe, gab einen keuchenden Ton von sich und fiel über Bord in den Strom. Noch einmal sah ich den Blick seiner giftigen, drohenden Wasserschaums. Im selben Augenblick warf sich der Stelzfuß auf das Steuerruder, drückte es nieder, und sein Boot flog dem südlichen Ufer zu. Wir schossen daran vorbei, wendeten jedoch sofort um. Es war schon dicht am Lande, gerade an einer recht wilden und wüsten Stelle, wo das Mondlicht auf weiten Sumpfstrecken glitzerte, mit Pfützen stehenden Wassers und Schichten einer faulenden Vegetation. Mit einem dumpfen Stoß lief das Boot auf das sumpfige Ufer, das Vorderteil in der Luft, die Hinterseite im Wasser. Der Flüchtling sprang heraus, aber sein Stelzfuß sank augenblicklich der ganzen Länge nach in den durchweichten Boden, vergeblich all seine Anstrengung sich zu befreien, nicht einen Schritt konnte er vor- oder rückwärts machen. Er brüllte vor ohnmächtiger Wut und stieß verzweifelt mit dem anderen Fuß in den Schlamm, aber sein Ringen bohrte den hölzernen Stumpf nur noch tiefer in den zähen Ufergrund. Als wir neben der Aurora beilegten, war er so fest eingeankert, dass wir nur mit Hilfe eines Taus, welches ihm über die Schultern geworfen wurde, imstande waren, ihn wie einen Riesenfisch über unseren Schiffsrand zu heben und zu ziehen. Die beiden Smith, Vater und Sohn, saßen mürrisch in ihrem Boot, doch kamen sie ganz demütig zu uns an Bord, als es ihnen befohlen wurde. Die Aurora selbst machten wir flott und befestigten sie hinten an unserem Boot. Eine starke eiserne Kiste indischer Arbeit stand auf dem Deck, das war ohne Frage dieselbe, die den verhängnisvollen Schatz der Schotos enthielt. Der Schlüssel fehlte, aber sie war von beträchtlichem Gewicht. So brachten wir sie denn vorsichtig in unsere kleine Kajüte. Während wir langsam stromaufwärts dampften, wendeten wir unsere Leuchten nach allen Seiten, aber nirgends war eine Spur von dem Insulaner zu entdecken. Die Gebeine dieses an unseren Ufern so fremdartigen Gastes liegen wohl tief auf dem Boden der Themse in irgendeinem dunklen Morast. Sehen Sie da, sagte Holmes auf das hölzerne Gangbrett deutend, wir haben unsere Pistolen gerade noch rechtzeitig abgefeuert. Und wirklich, dicht hinter der Stelle, auf der wir gestanden hatten, steckte einer der mörderischen Dorne, die wir losschossen. Holmes lächelte nur und zuckte die Achseln, aber ich gestehe, dass mir schauderte bei dem Gedanken an den grässlichen Tod, dem wir in dieser Nacht nur knapp entgangen waren. Elftes Kapitel Der große Agrarschatz Unser Gefangener saß in der Kajüte, dem eisernen Kasten gegenüber, den zu erlangen er so viel getan und so lange gewartet hatte. Es war ein sonnenverbrannter Bursche mit ein paar frechen Augen, ein Netzwerk von Linien und Furchen zog sich über sein ganzes Mahagoni-farbenes Gesicht, das von einem harten Leben in freier Luft zeugte. Das auffallend vorstehende bärtige Kinn bezeichnete ihn als einen Menschen, der nicht leicht von einmal gefassten Vorsätzen abzubringen war. Er mochte ungefähr fünfzig Jahre alt sein, denn seine schwarzen, krausen Haare waren stark mit Grau gemischt. Sein Gesicht war in der Ruhe nicht abstoßend, obgleich die dichten Brauen und das trotzige Kinn ihm im Zorn einen grässlichen Ausdruck geben konnten, wie ich kürzlich gesehen hatte. Die gefesselten Hände im Schoß, den Kopf auf die Brust gesenkt, saß er da und blickte mit den scharfen, funkelnden Augen unverwandt nach der Kiste, welche der Anlass aller seiner Missetaten gewesen war. Es schien mir, als spräche mehr Kummer als Ärger aus seinen starren, verschlossenen Minen. Einmal bemerkte ich sogar einen Schimmer von Humor in seinen Augen, als er zu mir aufblickte. »Hören Sie, Jonathan Small«, sagte Holmes, indem er sich eine Zigarre anzündete, »es tut mir leid, dass es dazu hat kommen müssen.« »Mir auch, Herr«, erwiderte er frei heraus. »Doch glaube ich nicht, dass man mich wegen der Geschichte hängen kann. Ich schwöre Ihnen, hoch und heilig, dass ich keine Hand gegen Herrn Schulte aufgehoben habe. Es war der kleine Höllenhund Tonga, der einen von seinen verfluchten Pfeilen auf ihn schoss. Meine Schuld ist's nicht, Herr, im Gegenteil. Mir hat's so viel Kummer gemacht, als wenn es mein Blutsverwandter gewesen wäre. Ich schlug den kleinen Teufel tüchtig mit dem Tauende dafür, aber es war einmal geschehen und ich konnte's nicht wieder ungeschehen machen. »Da habt ihr eine Zigarre, Small«, sagte Holmes. »Tut auch einen Zuck aus meiner Flasche, denn ihr seid sehr durchnäßt. Wie konntet ihr nur erwarten, dass ein so kleiner, schwacher Mensch wie dieser schwarze Herrn Schulte überwältigen und festhalten würde, während ihr an dem Strick heraufklettert?« »Sie scheinen ja die Sache so genau zu wissen, als wenn Sie dabei gewesen wären, Herr. Die Wahrheit zu gestehen, hatte ich gehofft, das Zimmer frei zu finden. Ich kannte die Gewohnheiten des Hauses ziemlich gut und wußte, dass Herr Schulte um die Zeit zum Abendessen hinunterzugehen pflegte. Ich werde kein Geheimnis aus der Angelegenheit machen, denn der einfache Sachverhalt spricht am besten zu meiner Verteidigung. Wenn es den alten Major getroffen hätte, so würde ich mit leichtem Herzen den Kopf in die Schlinge gesteckt haben. Ich hätte ihn so gleichmütig totgestochen, wie ich hier diese Zigarre rauche. Aber es ist verflucht bitter, daß ich wegen des jungen Schulte transportiert werden soll, mit dem ich nie irgendeinen Zwist gehabt habe.« »Ihr steht unter Aufsicht des Herrn Nathaniel Jones von Scotland Yard. Er wird euch in meine Wohnung bringen, und ich erwarte einen wahrheitsgetreuen Bericht über die ganze Sache von euch. Wenn ihr erst euer Gewissen befreit habt, hoffe ich, euch nützlich sein zu können. Ich glaube, ich kann beweisen, daß das Gift ungeheuer schnell wirkt und der Mann tot war, ehe ihr noch das Zimmer betreten hattet.« »Das war so, Herr. In meinem Leben habe ich keinen solchen Schreck gehabt, als wie ich durchs Fenster stieg und das verzerrte, grinsende Gesicht mich anstarrte. Halbtot würde ich den Tonga dafür geschlagen haben, wenn er sich nicht davon gemacht hätte. In der Eile hat er seinen Knüttel zurückgelassen und auch einige von den Bolzen, wie er mir sagte. Wahrscheinlich hat Ihnen das auf die Spur geholfen. Wie Sie die aber festhalten konnten, geht über mein Verständnis. Ich hege deswegen keine Feindschaft gegen Sie, aber es scheint ein närrisches Geschick, fügte er mit bitterem Lächeln hinzu, daß ich bei meinem gerechten Anspruch auf eine halbe Million die erste Hälfte meines Lebens beim Bau eines Wasserdamms in den Andamanen zugebracht habe und die andere Hälfte wahrscheinlich beim Graben von Abzugskanälen in Dartmoor verbringen werde. Das war ein böser Tag für mich, als meine Augen zuerst den Kaufmann Ahmed erblickten und ich mit dem Agrarschatz zu tun bekam, der stets nur ein Fluch für seinen Besitzer gewesen ist. Ihm brachte er den Tod, Maja Schulto stürzte er in Sünde und Angst und für mich bedeutete er lebenslange Sklaverei. In diesem Augenblick steckte Jones sein breites Gesicht nebst seinen stämmigen Schultern in die Kajütentür. Just wie eine Familiengruppe, bemerkte er. Geben Sie mir einen Schluck aus der Flasche, Holmes. Nun, ich denke, wir können uns alle gratulieren. Schade, daß wir den anderen nicht lebendig bekommen haben, aber uns blieb keine Wahl. Na, Holmes, Sie werden zugeben, daß die Sache an einem Haar hing mit Mühe und Not, haben wir sie bewältigt. Ende gut, alles gut. Aber ich hatte sicherlich nicht gedacht, daß die Aurora ein solcher Schnellsegler wäre. Smith sagte, daß sie einer der schnellsten Dampfer auf dem Flusse ist und hätte er nur noch einen Mann zu Hilfe bei der Maschine gehabt, so würden wir sie nicht eingeholt haben. Er schwört, daß er nichts von der Norwood-Geschichte weiß. Er ahnt nichts davon, rief unser Gefangener. Ich wählte sein Boot, weil ich hörte, daß es so schnell fährt. Wir haben ihm nichts gesagt, aber bezahlten ihn gut und versprachen ihm noch eine ordentliche Summe, wenn wir unser Schiff, die Esmeralda, die nach Brasilien bestimmt ist, in Graves End erreichten. Gut, hat er kein Unrecht getan, so wird ihm nichts Unrechtes geschehen. Wenn wir auch flink sind, unsere Leute einzufangen, so sind wir nicht so eilig, sie zu verurteilen. Es war belustigend zu beobachten, wie Jones schon anfing, sich aufgrund der Gefangennahme ein wichtiges Ansehen zu geben. An dem leisen Lächeln, das in Holmes Zügen spielte, sah ich, daß die Rede an ihm nicht verloren gewesen war. Wir werden sogleich an der Warhol-Brücke sein, sagte Jones. Dort können Sie mit der Schatzkiste landen, Doktor. Ich brauche Ihnen kaum zu sagen, daß ich eine große Verantwortlichkeit auf mich nehme, indem ich das gestatte. Es ist gänzlich gegen die Ordnung, aber natürlich bleibt es dabei, weil es einmal verabredet ist. Indessen halte ich es für meine Pflicht, Ihnen einen Beamten mitzugeben, da Sie einen so kostbaren Gegenstand in den Händen haben. Sie nehmen doch eine Droschke. Ja, ich werde fahren. Sehr schade, daß kein Schlüssel vorhanden ist und wir nicht erst ein Inventarium machen können. Sie werden den Kasten aufbrechen, müssen. Wo ist denn der Schlüssel, guter Freund? Auf dem Grund des Flusses, sagte Smallcourt. Hm, die unnütze Mühe hättet Ihr uns ersparen können. Wir haben Arbeit genug mit Euch gehabt. Ich brauche Sie wohl nicht besonders zu bitten, Herr Doktor, recht vorsichtig zu sein. Bringen Sie die Kiste dann nur in Ihre Wohnung nach der Bakerstraße. Sie finden uns dort auf dem Wege zum Polizeiamt. Bei Warhol wurde ich mit meiner eisernen Kassette an Land gesetzt. Ein freundlicher Polizist begleitete mich. Nach einer viertelstündigen Fahrt erreichten wir Frau Forresters Wohnung. Die Dienerin schien erstaunt über einen so späten Besuch. Frau Forrester befand sich in einer Abendgesellschaft und wurde erst spät zurückerwartet. Fräulein Morstan war jedoch zu Hause. Ich traf sie im Wohnzimmer, wohin ich mich mit der Kiste im Arm begab. Den gefälligen Beamten hatte ich in der Droschke zurückgelassen. Sie saß am offenen Fenster in einen duftigen weißen Stoff gekleidet, der nur am Hals und Gürtel durch etwas Rotes belebt war. Das gedämpfte Licht einer Lampe fiel auf sie, spielte in ihren ernsten, sanften Zügen und gab den reichen Flechten ihres üppigen Haares einen förmlich metallischen Glanz. Sie hatte sich in den Stuhl zurückgelehnt und in ihrer ganzen Gestalt und Haltung prägte sich tiefe Schwermut aus. Beim Schall meiner Schritte sprang sie doch auf, und ein helles Rot der Überraschung und Freude färbte ihre bleichen Wangen. »Als ich einen wagen Vorfahren hörte,« sagte sie, »glaubte ich, es sei Frau Forrester, die so früh heimkäme. Dass Sie es sein könnten, hätte ich mir nicht träumen lassen. Was für eine Nachricht bringen Sie mir?« »Ich bringe Ihnen etwas, das mehr wert ist als alle Nachrichten der Welt,« sagte ich den Kasten auf den Tisch niedersetzend, in lebhaftem, heiteren Ton, obgleich mir das Herz in der Brust schwer war. »Ich bringe Ihnen ein großes Vermögen.« Sie sah nach der eisernen Kiste hin. »Ist das denn der Schatz?« fragte sie kühl. »Ja, das ist der große Agraschatz. Die Hälfte davon kommt Ihnen zu, die andere Hälfte gehört Thaddeus Scholto. Jedes von Ihnen wird ein paar hunderttausend haben. Denken Sie nur, eine Jahreseinnahme von zehntausend Pfund Stirling. Es wird wenige junge Damen in England geben, die reicher sind. Ist das nicht herrlich?« »Ich mag wohl meine Freude etwas zu stark aufgetragen haben, oder hatte sie einen hohlen Klang in meinen Glückwünschen entdeckt?« Ihre Augenbrauen hoben sich leise, und sie blickte mich forschend an. »Wenn ich dies Vermögen erhalte, so danke ich es Ihnen.« »Nein, nein,« antwortete ich, »nicht mir, sondern meinem Freunde Sherlock Holmes. Mit allem guten Willen von der Welt hätte ich die Lösung nicht finden können, die selbst sein Genie hart auf die Probe gestellt hat. Noch im letzten Augenblick hätten wir um ein Haar alles verloren. Bitte setzen Sie sich und erzählen Sie mir, Herr Doktor.« Ich berichtete kurz, was sich zugetragen hatte, seit ich sie zuletzt gesehen, Holmes' neue Methode, die Entdeckung der Aurora, die Beteiligung von Arthurney Jones an unserer nächtlichen Expedition und die wilde Jagd auf der Themse. Sie horchte mit geöffneten Lippen und glänzenden Augen der Schilderung unserer Abenteuer. Als ich von dem Bolzen sprach, dem wir mit genauer Not entgangen waren, ward sie so bleich, als sei sie einer Ohnmacht nahe. »Es ist nichts,« sagte sie, als ich nach einem Glas Wasser griff. »Ich bin ganz wohl. Mich erschreckte es nur zu hören, dass ich meine Freunde einer so grässlichen Gefahr ausgesetzt habe. Das ist nun alles vorüber. Ich werde Ihnen keine so düsteren Einzelheiten mehr erzählen. Wir wollen uns zu etwas Heiterem wenden. Hier ist der Schatz. Was könnte erfreulicher sein? Mir ist erlaubt worden, ihn mit herzubringen, da ich glaubte, es würde Ihnen lieb sein, wenn Sie die Erste wären, die ihn betrachtet. »Natürlich würde mich das aufs Höchste interessieren,« sagte sie, doch klang keine Begierde aus den Worten. Mir schien, sie wollte sich nur nicht gleichgültig gegen einen Preis zeigen, den zu gewinnen, wir uns so viel Anstrengung hatten, kosten lassen. »Ein hübscher Kasten,« sagte sie, sich über denselben beugend. »Vermutlich indische Arbeit?« »Ja, es ist Metallarbeit, wie sie in Benares gemacht wird.« »Und so schwer,« rief sie aus, indem sie versuchte, ihn zu heben. »Der Kasten allein muss schon von Wert sein. Wo ist der Schlüssel?« Small hat ihn in die Themse geworfen. »Ich muss mir Frau Forresters Schüreisen borgen.« Vorne an dem Kasten befand sich eine schwere, breite Haspe mit dem Bild eines sitzenden Buddha. Ich schob die Spitze des Eisens darunter, es als Hebel gebrauchend. Der Versuch glückte. Die Haspe sprang mit einem lauten Knall auf und zitternd vor Erregung schlug ich den Deckel zurück. Wer schildert aber unser Erstaunen? Der Kasten war leer. Kein Wunder, dass er so schwer wog. Die Eisenwände ringsherum waren fast zolldick und augenscheinlich so massiv und gut gearbeitet, um Dinge von hohem Wert darin aufzubewahren. Aber nicht ein Krümel noch Brocken von Metall und Edelstein lag darin. Er war, wie gesagt, vollständig leer. »Der Schatz ist verloren,« sagte Fräulein Morsten ruhig. Als ich diese Worte hörte und ihre Bedeutung begriff, atmete ich erleichtert auf. Ich hatte nicht gewußt, wie schwer dieser Agraschatz mich niederdrückte, bis mir die Last jetzt von der Seele genommen ward. Es war ohne Zweifel eigensüchtig, unredlich, sündhafter, aber ich hatte kein anderes Gefühl, als dass die goldene Scheidewand zwischen uns gefallen war. »Gott sei Dank!« rief ich aus tiefstem Herzensgrund. Ein Lächeln flog über ihre Züge. Sie sah mich fragend an. »Warum sagen Sie das?« »Weil Sie wieder in meinem Bereich sind,« versetzte ich ihre Hand ergreifend, die sie mir nicht entzog. »Weil ich Sie liebe, Mary, so innig, wie jemals ein Weib geliebt worden ist, weil dieser Schatz, diese Reichtümer, mir die Lippen versiegelten. Nun, Sie fort sind, darf ich Ihnen meine Liebe gestehen, und deshalb sage ich »Gott sei Dank!« »Dann sage ich auch Gott sei Dank!« flüsterte sie, während ich sie in meine Arme schloss. Mochte jener große Schatz immerhin verloren sein, ich wusste an dem Abend, dass ich einen weit größeren Schatz gewonnen hatte. Zwölftes Kapitel Jonathan Smalls Seltsame Geschichte Mein Polizeibeamter in der Droschke war wirklich ein geduldiger Mann, denn die Zeit, bis ich wiederkam, muss ihm lang geworden sein. Sein Gesicht verfinsterte sich bedeutend, als ich ihm den leeren Kasten zeigte. »Was? Unser Lohn zum Henker?« sagte er missmutig. »Wo kein Geld ist, gibt's keine Bezahlung. Diese Nachtfahrt hätte uns jedem eine halbe Guinea eingebracht, Sam Brown und mir, wenn der Schatz nicht fort wäre.« »Taddeus Scholter ist ein reicher Mann,« beruhigte ich ihn. »Er wird sorgen, dass eure Mühe belohnt wird, mit oder ohne Schatz.« Aber der Polizist schüttelte den Kopf. »Ein schlechtes Geschäft,« wiederholte er. »Herr Athelny Jones wird das auch finden. Sein Vorgefühl erwies sich als richtig. Der Geheimpolizist machte ein bestürztes Gesicht, als ich in der Bakerstraße ankam und nur den leeren Kasten mitbrachte. Sie waren soeben erst angelangt, Holmes, der Gefangene und er, denn sie hatten ihren Plan geändert und sich schon auf dem Wege bei einem Polizeiamt gemeldet. Mein Gefährte lag mit gleichgültiger Miene im Armstuhl, während Small ihm stumpfsinnig gegenüber saß, sein hölzernes Bein über das Gesunde geschlagen. Beim Anblick der leeren Kiste lachte er laut auf. »Was habt ihr getan, Small?« sagte Jones grimmig. »Ja. Ich habe es alles ins Wasser geworfen, damit es euch nicht in die Hände fällt,« schrie er triumphierend. »Es ist mein Schatz, und weil ich ihn nicht behalten kann, habe ich dafür gesorgt, dass ihn niemand bekommt. Es hat kein Mensch auf der Welt ein Recht daran, ausgenommen drei Männer, die in den Andermahnen als Sträflinge sind, und ich, jetzt weiß ich, dass ich niemals in den Besitz des Schatzes gelangen kann, und sie auch nicht. Was ich getan habe, geschah gerade so gut für sie wie für mich selber. Meine Kameraden hätten den Schatz auch lieber in die Temse geworfen, als ihn der Verwandtschaft oder Freundschaft des Majors Scholto oder Morstens überlassen, das weiß ich. Nicht um sie reich zu machen, sind wir dem Achmed zu Leibe gegangen. Sucht nur den Schatz, wo der Schlüssel und der kleine Tonga ist. Sobald ich sah, dass euer Boot uns fangen musste, tat ich die Beute an einen sicheren Platz. Für die Fahrt bekommt ihr keinen Lohn. »Ihr bedrückt uns, Small,« sagte Jones streng. »Wenn ihr den Schatz in der Temse versenken wolltet, wär's doch leichter gewesen, ihn auf einmal mit der Kiste ins Wasser zu werfen.« »Leichter für mich zu werfen und leichter für euch zu finden,« antwortete er mit einem schlauen Seitenblick. »Der Mann, der klug genug war, meiner Fährte zu folgen, ist klug genug, eine eiserne Kiste vom Grund des Flusses zu holen. Nun die Juwelen verstreut sind, über fünf Meilen und mehr, möchte es ein saures Stück Arbeit sein. Freilich schnitt mir's ins Herz, es zu tun. Fast wahnsinnig war ich, als ihr näher kamt, aber was hilft es, sich zu grämen. Es ist mit mir im Leben aufwärts gegangen und abwärts gegangen, aber ich habe gelernt, nicht zu heulen, wenn die Milch verschüttet war.« »Es handelt sich hier um eine sehr ernsthafte Sache, Small,« sagte der Detektiv. »Wenn ihr der Gerechtigkeit beigestanden hättet, statt ihr hinderlich zu sein, so wäre euch das vor Gericht zugute gekommen.« »Eine schöne Gerechtigkeit,« höhnte der Ex-Sträfling, »wessen Fang war es, wenn nicht unserer, ist das Gerechtigkeit, dass ich die Beute denen überlassen soll, die gar keinen Anspruch haben.« »Seht dagegen, wie ich sie erworben habe.« »Zwanzig Jahre in der sumpfigen Fiebergegend, den Tag über bei der Arbeit unter dem Mangrovenbaum, die Nacht hindurch fest eingeschlossen in den kotigen Sträflingshütten, von Moskitos zerbissen, von Fieber gemartert, angeschrien von jedem schwarzen Aufseher, dem seine Lust war, den weißen Mann zu quälen.« »Under solchen Umständen habe ich mir den Agrarschatz verdient. Und solchen Preis soll ich gezahlt haben, nur damit ein anderer den Lohn genießen mag. Lieber will ich zwanzigmal hängen oder einen von Tongas Bolzen im Fell haben, als in der Sträflingszelle leben und fühlen, dass ein anderer Mensch es sich im Palast wohlsein lässt mit dem Gelde, das von rechts wegen mir gehören sollte.« Small hatte seine stoische Maske fallen lassen und sprudelte diese Worte mit wilder Wut hervor, während seine Augen flammten und seine Handschellen bei der leidenschaftlichen Bewegung klirrten. Als ich den Mann so voll Zorn und Ingrimm sah, begriff ich erst, wie wohl begründet das Entsetzen gewesen war, welches Major Schulto packte, als er als erstes erfuhr, dass der betrogene Sträfling seine Spur gefunden hatte. »Ihr vergesst, dass wir von alledem nichts wissen,« sagte Holmes ruhig. »Wir kennen Eure Geschichte nicht und können also nicht beurteilen, ob das Recht ursprünglich auf Eurer Seite gewesen ist.« »Ich weiß wohl, Herr, daß Sie es sind, dem ich diese Armbänder verdanke,« antwortete Small. »Aber Sie haben mich anständig behandelt, und ich hege kein Groll gegen Sie, es ist alles offen und in der Ordnung zugegangen. Ich habe nicht den Wunsch, mit meiner Geschichte zurückzuhalten, wenn Sie sie hören wollen. Was ich Ihnen sage, ist die reinste Wahrheit, jedes Wort bei Gott. Schönen Dank. Sie können mir das Glas hier zur Hand setzen. Ich will mir die Lippen anfeuchten, wenn mir der Mund trocken wird.« »Ich bin aus Worcestershire gebürtig, bei Persho ist meine Heimat. Dort müssen noch heutigen Tage Smalls die Menge leben, und ich dachte oft daran, mich mal nach ihnen umzusehen, aber ich habe der Familie nie viel Ehre gemacht, und da war ich im Zweifel, ob sie sich sehr freuen würden, mich wiederzusehen.« Es waren lauter rechtschaffene, kirchliche Leute, kleine Gutspächter, wohl bekannt und geachtet im Lande, während ich immer für eine Art Herumtreiber galt. Ich habe ihnen jedoch bald keine Ungelegenheiten mehr gemacht, denn, als ich 18 Jahre alt war, geriet ich in einen Handel mit einer Dirne und konnte nicht anders wieder heraus, als dass ich der Königin Handgeld nahm und bei den Buffs in das dritte Regiment eintrat, das just nach Indien aufbrach. Mir war es aber nicht bestimmt, lange bei den Soldaten zu bleiben. Ich hatte eben den Gänsemarsch und das Hantieren mit dem Gewehr gelernt, als ich verrückt genug war, im Ganges baden zu gehen. Zu meinem Glück war einer der besten Schwimmer im Regiment, John Holder, der Sergeant unserer Kompanie, zur selben Zeit auch im Wasser. Ein Krokodil packte mich, als ich gerade mitten im Fluß war, und rasierte mir das linke Bein so glatt ab, wie es nur ein Feldschirr hätte tun können, dicht unter dem Knie. Der Schreck und der Blutverlust hatten mich ohnmächtig gemacht, und ich wäre ertrunken, wenn Holder mich nicht ergriffen und ans Land gebracht hätte. Fünf Monate habe ich im Spital gelegen, und wie ich endlich imstande war, mit diesem hölzernen Stelzbein an meinen Stummel geschnallt herauszuhinken, war ich als Invalide aus der Armee gestrichen und unfähig zu irgendeiner ordentlichen Beschäftigung. Einen schlimmeren Streich hätte mir das Schicksal nicht spielen können. Ich war ein unnützer Krüppel und noch nicht einmal zwanzig Jahre alt. Indessen erwies sich mein Missgeschick als ein verkappter Segen. Ein Mann namens Abel White, der sich in dortiger Gegend als Indigo-Pflanzer niedergelassen hatte, suchte einen Aufseher, der seine Kulis überwachte und zur Arbeit anhalten sollte. Er war zufällig ein Freund unseres Hauptmanns, der mir seit meinem Missgeschick wohl wollte. Um es kurz zu machen, der Hauptmann empfahl mich für das Amt und da die Arbeit größtenteils zu Pferde betrieben wurde, so war mein Bein kein Hindernis, denn mit dem Knie konnte ich mich noch gut im Sattel halten. Ich musste über die Plantagen reiten, ein Auge auf die Leute haben, während sie arbeiteten und die lässigen Anzeigen. Der Lohn war gut, ich erhielt ein behagliches Quartier und im Ganzen wäre ich's wohl zufrieden gewesen, den Rest meines Lebens bei diesem Indigo-Pflanzer zu bleiben. Herr White war ein freundlicher Mann und ist oft in meiner kleinen Baracke eingekehrt, eine Pfeife mit mir zu rauchen, denn da draußen schlagen die Herzen der weißen Leute wärmer füreinander als hierzulande. Mir ist aber niemals lange hintereinander gut gegangen. Ganz plötzlich, ohne dass man sich's irgend versehen konnte, brach die große Meuterei über uns herein. Eben noch lag Indien scheinbar so still und friedlich da, wie Surrey und Kent. Im nächsten Augenblick waren zweihunderttausend schwarze Teufel losgebrochen und das Land war die vollständige Hölle. Sie wissen das alles aus den Zeitungen, meine Herren, viel besser als ich wahrscheinlich, denn lesen ist nicht meine Sache. Ich weiß nur, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Unsere Pflanzungen waren in Mutra, einem Ort nahe an der Grenze der nordwestlichen Provinzen. Nacht für Nacht sahen wir den ganzen Himmel erleuchtet von den brennenden Bungalows und tagtäglich zogen Europäer mit Weibern und Kindern durch unsere Besitzung auf dem Weg nach Agra, wo die nächsten Truppen standen. Abel White war ein hartnäckiger Mann. Er hatte sich's in den Kopf gesetzt, dass man die Gefahr übertreibe und meinte, die Sache würde so plötzlich, wie sie angefangen, auch wieder zu Ende gehen. Da saß er auf seiner Veranda, trank seinen Whisky, rauchte Zigarren dazu, während die Gegend ringsumher in Flammen stand. Natürlich hielten wir bei ihm aus, ich und Dawson, der zusammen mit seinem Weibe die Rechnungen und die Wirtschaft besorgte. Nun, eines schönen Tages kam der Krach. Ich war auf einer entfernten Plantage gewesen und ritt abends langsam heim. Da fiel mir ein seltsames Bündel in die Augen, das am Rand des steilen Ufers lag. Ich ritt hinunter, um zu sehen, was es sein könnte, und es überlief mich kalt bis ins Herz hinein. Es war Dawsons Frau, in Stücke gerissen und von den Schakals und Präriehunden halb aufgezehrt. Eine Strecke Wegs davon lag Dawson selber auf dem Gesicht, den abgeschossenen Revolver noch in der Hand und vor ihm vier tote Sepoys, alle auf einem Haufen. Ich hielt an, zweifelnd, wohin ich mich jetzt wenden sollte, da sah ich eine dicke Rauchwolke aus Abel White's Bungalow aufsteigen und die Flammen brachen gerade zum Dache heraus. Nun wußte ich, dass ich meinem Brotherrn nichts mehr nützen könne und nur mein eigenes Leben vergeudete, wenn ich mich in die Geschichte mischte. Von der Stelle, auf der ich stand, konnte ich die brüllenden schwarzen Teufel zu Hunderten in ihren roten Uniformröcken um das brennende Haus tanzen sehen. Einige zeigten nach mir und ein paar Kugeln pfiffen an meinem Kopf vorüber, da ritt ich auf und davon, quer durch die Reisfelder und erreichte spätabends glücklich die Mauern von Agra. Es zeigte sich aber bald, dass dort ebenso wenig Sicherheit zu finden war. Der Aufruhr tobte im ganzen Land, wo sich die Engländer in kleinen Banden sammeln konnten, da wehrten sie sich, soweit ihre Kugeln reichten. Überall sonst waren sie hilflose Flüchtlinge. Es war ein Streit von Millionen gegen Hunderte und alle diese Leute, Fußvolk, Reiter und Schützen, gegen die wir fuchten, waren unsere eigenen auserlesenen Truppen, die wir gedrillt und gelehrt hatten, unsere Waffen zu führen und unsere Hornsignale zu blasen. Das war noch das Grausamste. In Agra stand das dritte Regiment der bengalischen Füsiliere, eine Abteilung SIGS, zwei Eskadronskavallerie und eine Batterie Artillerie. Ein Freiwilligen Kor von Kaufleuten und Handlungsgehilfen war gebildet worden, dem schloss ich mich an, mitsamt meinem hölzernen Bein. Zu Anfang Juli zogen wir gegen die Rebellen bei Sagunge und schlugen sie eine Zeit lang zurück, aber das Pulver ging uns aus, und wir mussten uns in die Stadt Agra zurückziehen. Von allen Seiten trafen die schlimmsten Nachrichten ein. Sie können auf der Karte sehen, dass wir just in der Mitte des Aufstands waren. Lacknow liegt wohl mehr als hundert Meilen nach Osten und Kornpor ungefähr ebenso weit nach Süden. Aus allen Himmels Gegenden aber hörte man von nichts als Martern Mord und Gewalttätigkeiten. Die Stadt Agra ist ein großer Ort. Es wimmelt da von Glaubenseiferern und wilden Teufels Anbetern aller Sorten. Unsere Handvoll Leute wäre verloren gewesen in den engen winkeligen Straßen, deshalb hielt es unser Führer für Geraten über den Fluss zu setzen und seine Stellung in der alten Festung von Agra zu nehmen. Das ist der sonderbarste Ort, den ich je gesehen habe und von ungeheurem Umfang. Viele Morgenlandes, sollte ich meinen, müssen innerhalb seiner Mauern liegen. Unsere Garnison quartierte sich in dem neueren Teil ein, Weiber, Kinder, Vorräte und alles Übrige. Der alte Teil der Festung war aber noch viel geräumiger. Da gab es gewundene Gänge, große Hallen und lange Korridore, die sich miteinander kreuzten und so verschlungen waren, dass man sich leicht darin verirren konnte. Es kam auch selten ein Mensch dorthin und nur Skorpione und Tausendfüßler hausten in jenen Räumen. Die Vorderseite der Festung bespülte der Fluß und diente ihr zum Schutz. Aber die vielen Tore auf den Seiten und hinten mussten natürlich bewacht werden, und zwar im alten Teil so gut wie in dem neueren, wo unsere Truppen im Quartier lagen. Wir hatten kaum Mannschaft genug, um die Ecken des Gebäudes zu besetzen und die Geschütze zu bedienen, es war daher unmöglich eine starke Wache an jedem der zahllosen Tore aufzustellen. Die Hauptwache war also mitten in der Festung eingerichtet und jedes Tor der Aufsicht eines weißen Mannes nebst zwei oder drei Eingeborenen übergeben. Ich erhielt Befehl, mit zwei Sicks während gewisser Stunden in der Nacht eine kleine abgelegene Tür auf der Südwestseite der Festung zu bewachen. Wenn irgendetwas Verdächtiges auftauchte, sollte ich meine Moskete abfeuern, worauf dann sogleich von der Hauptwache Hilfe herbeikommen würde. Ob diese im Fall eines Angriffs aber noch rechtzeitig eintreffen konnte, schien mir sehr zweifelhaft, denn die Hauptwache war gute zweihundert Schritt entfernt und viele Säle und Irrgänge lagen dazwischen. Ich war übrigens nicht wenig stolz, als mir dies kleine Kommando übertragen wurde, da ich doch nur ein Rekrut war und noch dazu ein Hinkebein. Zwei Nächte bezog ich den Wachposten mit den beiden Söhnen des Pentschabs. Es waren große, wild aussehende Burschen, Mahomed Singh und Abdullah Khan hießen sie, beides alte Kriegsleute, die bei Chiljan Wallah gegen uns gefochten hatten. Sie sprachen ziemlich gut Englisch, aber ich konnte wenig aus ihnen herauskriegen. Sie zogen es vor, die ganze Nacht beisammen zu stehen und ihr wunderliches Fluss und nach den blitzenden Lichtern der großen Stadt hinüber. Der Trommelschlag, das Gerassel des Tamtams und das Gejohle und Geheul der Rebellen, die von Opium und Schnaps betrunken waren, erinnerten uns die ganze Nacht über an unseren gefährlichen Nachbar jenseits des Flusses. Alle zwei Stunden pflegte ein Offizier, der die Nachtwache hatte, bei sämtlichen Posten die Runde zu machen, um sich zu überzeugen, dass alles in Ordnung sei. Die dritte Nacht meiner Wache war finster und regnerisch, es war kein Vergnügen, bei solchem Wetter eine Stunde nach der anderen am Tor zu stehen, ich versuchte immer wieder meine Six zum Sprechen zu bringen, aber mit wenig Erfolg. Um zwei Uhr morgens kam die Runde vorbei, das unterbrach doch wenigstens die Langeweile der Nacht, anzustreichen. Im nächsten Augenblick fielen beide über mich her. Der eine ergriff mein Gewehr und zielte nach meinem Kopf, während der andere mir ein großes Messer an die Kehle setzte und mit grimmiger Miene schwor, er würde mir es in den Leib stoßen, wenn ich auch nur ein Glied rührte. Mein erster Gedanke war, dass die Kerle mit den Rebellen unter einer Kornpor. Bei dem Gedanken öffnete ich schon den Mund, um einen Hilferuf auszustoßen, und wenn es mein letzter wäre. Der Mann, der mich festhielt, schien zu erraten, was in mir vorging, denn er flüsterte mir rasch zu, mach keinen Lärm, die Festung ist nicht in Gefahr, hier, diesseits vom Fluss gibt's keine Rebellen. Es klang, als ob er die Wahrheit spräche, dass ich ein toter Mann war, sobald ich losschrie, konnte ich in des Kerls schwarzen Augen lesen, so schwieg ich denn und wartete ab, was sie von mir wollten. Hört mir zu, Sahib, sagte Abdullah Khan, der größere und wildere von beiden, entweder ihr tut jetzt ruhig mit, oder wir müssen euch für immer still machen. Die Sache ist viel zu wichtig, als dass wir uns lange besinnen könnten. Ihr müsst euch uns mit Leib und Seele ergeben bei eurem Eid auf das Christenkreuz, oder wir werfen euren Leichnam diese Nacht in den Festungsgraben und gehen über zu unseren Brüdern in der Rebellen Armee. Einen Mittelweg gibt's nicht. Was wählt ihr, Tod oder Leben? Ihr habt nur drei Minuten Bedenkzeit, denn alles muss geschehen sein, ehe die Runde wieder kommt. Wie kann ich mich entscheiden, versetzte ich, bevor ich weiß, was ihr von mir verlangt? Das eine sage ich euch, wenn es die Sicherheit des Platzes gefährdet, will ich nichts damit zu tun haben, dann mögt ihr mich mit eurem Messer abfertigen, nur zu. Mit der Festung hat es nichts zu schaffen, sagte er, wir fordern nur von euch, dass ihr reich werden sollt, das ist ja, wozu alle eure Landsleute hier herüber kommen, wenn ihr mit uns gemeinsame Sache macht, so schwören wir euch auf dies blanke Messer und bei dem dreifachen Eid, den kein Sick jemals gebrochen hat, dass ihr euren gerechten Anteil von der Beute haben sollt. Ein Viertel des Schatzes soll euer sein, damit seid ihr geschehen kann. So wollt ihr schwören, bei den Gebeinen eures Vaters, bei der Ehre eurer Mutter und bei dem Kreuz eures Glaubens gegen uns keine Hand zu erheben und kein Wort zu verraten, weder jetzt noch später. Das will ich schwören, versetzte ich, wenn ihr nichts gegen die Festung vorhabt. Dann schwören wir, ich und mein Kamerad, dass ihr den vierten Anteil haben. Wir können euch die Geschichte erzählen, während wir hier warten. Stell du dich ans Tor, Mahomet Singh, und gib uns ein Zeichen, wenn sie kommen. Ich weiß, dass ein Schwur den Fremden bindet, und wir uns auf euch verlassen können, Sahib. Wäret ihr ein verlogener Hindu, so hättet ihr bei allen Göttern in ihren falschen Tempeln schwören können, euer Blut denn, was ich euch zu sagen habe. In den nördlichen Provinzen lebt ein Raja, der große Reichtümer besitzt, obgleich sein Land nur klein ist. Viel ist von seinem Vater auf ihn gekommen, und mehr noch hat er selbst zusammen gebracht, denn er ist von gemeiner Natur und häuft sein Gold auf, statt es zu gebrauchen. Als die Unruhen ausbrachen, wollte er mit dem Löwenfreund sein und mit dem Tiger, mit dem Sepoi und mit dem Engländer. Bald schien es ihm jedoch, dass es mit dem weißen Manne zu Ende gehe, denn man hörte im ganzen Land nur von der Niederlage und dem Tode der Europäer. Der Nase aber war vorsichtig, er machte seine Pläne so, dass ihm, was auch immer kommen mochte, wenigstens die Hälfte von seinen Reichtümern bleiben mußte. Alles Gold und Silber behielt er in den Gewölben seines Palastes, aber die kostbarsten Steine und seltensten Perlen, die er hatte, tat er in einen eisernen Kasten, den er einem vertrauten Diener übergab. Dieser soll nun als Kaufmann verkleidet den Schatz nach der Festung von Agra bringen, um ihn dort zu verwahren, bis wieder Ruhe im Land ist. Siegen dann die Rebellen, so behält er sein Gold, bekommen die Engländer die Oberhand, so hat er seine Juwelen gerettet. Nachdem er so seine Schätze geteilt hat, trat er der Sache der Sepoys bei, weil sie an seinen Grenzen stark waren. Dadurch aber, das seht ihr wohl ein, Sahib, wurde seine Habe das rechtmäßige Eigentum derjenigen, die ihrer Fahne treu geblieben sind. Jener angebliche Kaufmann, der unter dem Namen Ahmet reist, befindet sich nun in der Stadt Agra und wünscht, in die Festung zu gelangen. Er hat meinen Stiefbruder Dost Akbar, der sein Geheimnis kennt, als Reisegefährten bei sich. Dost Akbar hat versprochen, ihn diese Nacht nach einem Seitentor der Festung zu führen und hat das Unsrige für seinen Zweck ausgewählt. Hier werden Mohammed Singh und ich ihn erwarten. Der Platz ist einsam und niemand weiß von seinem Kommen. Die Welt wird nichts mehr von dem Kaufmann Ahmet hören, aber der große Schatz des Raja wird unter uns geteilt. Was sagt ihr dazu, Sahib? In Worcestershire gilt das Leben eines Menschen für heilig und unantastbar, aber sieht man die Sachen ganz anders an, wenn ringsum Feuer und Mord wütet und man's gewohnt geworden ist, dem Tode an allen Kaufmann lebte oder starb, fiel für mich gar nicht ins Gewicht. Während Abdullah sprach, hatte sich mein Herz dem Schatz zugewandt, und ich dachte, was ich wohl in der alten Heimat damit tun könnte, wie meine Leute staunen würden, wenn ihr tun nicht gut mit den Taschen voll Goldstücken wieder käme. Ich war daher schon mit mir eins. Der Sigg aber, dem es scheinen mochte, als könnte ich nicht zum Entschluss kommen, drang immer mehr in mich. Bedenkt, Sahib, sagte er, wenn dieser Mann dem Kommandanten in die Hände fällt, wird er gehängt oder erschossen, und die Regierung steckt seine Juwelen ein, so dass kein Mensch dadurch nur um eine Rupie reicher wird. Nun, wenn wir ihn greifen, warum sollten wir nicht das weitere besorgen? Die Juwelen sind bei uns ebenso gut aufgehoben als in den Koffern der Regierung. Der Schatz ist groß genug, um uns alle zu reichen Herren und Häuptlingen zu machen. Niemand kann etwas von der Sache erfahren, denn wir sind hier von der ganzen Welt abgeschlossen. Alles steht so günstig wie möglich für unseren Zweck. Darum heraus mit der Sprache, Sahib, wollt ihr mittun, oder müssen wir euch als unseren Feind ansehen? Ich bin euer mit Leib und Seele, sagte ich. Das ist gut, rief er und gab mir mein Gewehr zurück. Ihr seht, dass wir euch trauen. Ihr werdet euer Wort halten und wir brechen das unsere Genicht. Jetzt brauchen wir nur noch auf meinen Bruder und den Kaufmann zu warten. Weiß denn euer Bruder, was ihr tun wollt? fragte ich. Der ganze Plan stammt von ihm. Er hat ihn ausgedacht. Jetzt wollen wir ans Tor gehen und mit Maumil Zing die Wache teilen. Der Regen strömte herab, denn wir waren gerade am Anfang der nassen Jahreszeit. Schwarze, schwere Wolken bedeckten den Himmel, und es war nicht leicht, auch nur einen Steinwurf weit zu sehen. Dicht vor unserem Tor befand sich ein tiefer Graben, dessen Wasser jedoch an verschiedenen Stellen fast eingetrocknet war, sodass man leicht hinüberkommen konnte. Mir war recht sonderbar zumute, während ich mit den beiden wilden Sigs dastand und auf den Mann wartete, der seinem Tod entgegenging. Plötzlich sah ich jenseits des Festungsgrabens eine Blendlaterne, sie verschwand zwischen den Erdhügeln und erschien dann wieder, sich langsam auf uns zubewegend. Da sind sie, rief ich. Ruft ihn an, Sahib, wie gewöhnlich, flüsterte Abdullah, gebt ihm keine Ursache zur Furcht, schickt uns mit ihm hinein, wir tun das Übrige, während ihr hier wache steht. Haltet die Laterne bereit, damit wir sicher sein können, dass es der rechte Mann ist. Das Licht drüben hatte sich flimmernd genährt, bald anhaltend, bald vorwärts schreitend, bis ich zwei dunkle Gestalten am anderen Ufer erkennen konnte. Ich ließ sie den abschüssigen Rand des Grabens herunterklettern, durch den Schlamm warten und halb nach dem Tor aufklimmen, ehe ich sie anrief. »Wer da?« rief ich mit gedämpfter Stimme. »Gut Freunds«, kam die Antwort. Ich deckte meine Laterne auf, ein greller Lichtstrahl ergoß sich über sie. Der erste war ein riesengroßer Säck mit einem schwarzen Bart, der ihm beinahe bis zur Leibbinde hinunter ging, der andere ein kleiner fetter runder Kerl, der einen gelben Turban trug und ein Bündel im Arm, das in ein Tuch gewickelt war. Er schien vor Angst am ganzen Körper zu zittern, seine Hände zuckten, als hätte er das Fieber und er drehte den Kopf mit den zwei kleinen glitzernden Augen bald rechts, bald links wie eine Maus, wenn sie sich aus ihrem Loch wagt. Es überlief mich kalt bei dem Gedanken, dass er getötet werden sollte, aber ich erinnerte mich an den Schatz und mein Herz wurde hart wie ein Fels. Als er mein weißes Gesicht sah, stieß er einen Freudenschrei aus und rannte auf mich zu. »Beschützt mich, Sahib, suchen, man hat mich beraubt, geschlagen, beschimpft, weil ich ein Freund der ostindischen Kompanie gewesen bin. Gesegnet sei diese Nacht, die mir Schutz und Rettung bringt, mir und meinem Armen Besitztum. »Was tragt ihr in dem Bündel?« fragte ich. »Einen eisernen Kasten,« antwortete er, der ein paar kleine Familienstücke enthält. Für andere haben sie keinen Wert, aber mir würde es leid sein, sie zu verlieren. »Übrigens bin ich kein Bettler, ich kann euch belohnen, junger Sahib, und auch euren Gouverneur, wenn er mir ein Obdach gewährt, wie ich wünsche.« Ich wagte nicht länger, mit dem Mann zu sprechen. Je mehr ich sein geängstigtes Gesicht sah, umso schwerer schien's mir, ihn mit kaltem Blut umzubringen. Es war am besten schnell, ein Ende zu machen. »Bringt ihn auf die Hauptwache«, befahl ich. Die beiden Sicks traten rechts und links neben ihn, der Rieseschritt hinter ihm drein, so marschierten sie durch den dunklen Torweg. Es war wohl nie ein Mensch so dicht vom Tode umgeben, ich blieb mit der Laterne am Tor und lauschte dem gleichmäßigen Hallen ihrer Schritte durch die einsamen Gange. Plötzlich hörte ich dieses Geräusch nicht mehr, stattdessen vernahm ich Stimmen eine Handgemenge und den Schall zu, und ich hörte ein lautes Ächzen und Keuchen. Rasch drehte ich die Laterne nach dem langen Durchgang hin, und da kam auch schon der kleine dicke Mann gerannt wie der Wind, eine blutige Schmache quer über das Gesicht, dicht hinter ihm aber mit dem Sprung eines Tigers folgte der große schwarzbärtige Sick, ein blitzendes Messer in der Hand. Nie habe ich Aber der Gedanke an den Schatz machte mich wieder hart wie Stein. Als er mir vorbeirasen wollte, warf ich ihm mein Gewehr zwischen die Beine, und er überschlug sich zweimal wie ein geschossenes Kaninchen. Ehe er sich aufrappeln konnte, war der Sick über ihm und grub ihm das Messer in die Seite. Keinen Seufzer stieß der Mann mehr aus. Er zuckte mit keinem Muskel, so lag er da, wie gefallen er war. Sie sehen, meine Herren, dass ich mein Versprechen halte. Ich erzähle ihnen die Geschichte genau, wie sie sich zugetragen, und ich beschönige nichts zu meinen Gunsten. Small hielt inne und langte mit den gefesselten Händen nach dem Glase Whisky und Wasser, das Holmes für ihn gemischt hatte. Ich muss gestehen, dass mir der Mann den tiefsten Abscheu einflößte. Er hatte so kaltblütig teilgenommen an dem Mordgeschäft und sprach jetzt davon in so ruhigem, fast leichtfertigem Ton. Keine Strafe schien mir zu hart für ihn, auf Mitgefühl meinerseits durfte er wenigstens nicht rechnen. Sherlock Holmes und Jones saßen mit den Händen auf den Knien ganz vertieft in ihr Interesse für den Bericht, doch drückten ihre Minen und Wesen fuhr er fort. Das war natürlich alles sehr schlecht, doch möchte ich wohl wissen, ob viele an meiner Stelle den Beuteanteil ausgeschlagen hätten, um sich dafür die Kehle abschneiden zu lassen. Außerdem galt es mein Leben oder seines. Wenn ihm die Rettung gelang, so kam die ganze Geschichte ans Licht und ich wurde wahrscheinlich standrechtlich erschossen. Man machte in solchen Zeiten nicht allzu viel Federlesens. Fahrt fort mit eurem Bericht, sagte Holmes kurz. Nun also. Wir trugen ihn durch das Tor, Abdullah Akbar und ich. Der kleine Mann war merkwürdig schwer von Gewicht. Mohammed Singh blieb als Wache zurück. Wir brachten ihn an einen Ort, den die Sik schon vorbereitet hatten. Durch einen langen gewundenen Korridor ging es in eine große Halle, wo Stücke des verfallenen Mauerwerks zerbröckelt umherlagen. Der Erdboden war an einer Stelle eingesunken und bildete ein natürliches Grab. Da hinein legten wir den Kaufmann Ahmed und überdeckten ihn mit losen Backsteinen. Dann kehrten wir zu dem Schatz zurück. Er lag noch, wo er ihn hatte fallen lassen, als er zuerst angegriffen wurde. Der Kasten war derselbe, der jetzt da offen auf ihrem Tisch steht. Ein Schlüssel hing an dem Metallgriff oben, mit einer seidenen Schnur befestigt. Wir öffneten ihn, und das Licht der Laterne glänzte auf einer Sammlung von Edelsteinen, wie ich sie vielleicht aus Beschreibungen kannte und im Traum gesehen hatte, aber nie in Wirklichkeit. Ihr Glanz blendete unsere Augen. Als wir uns an dem Anblick gesättigt hatten, nahmen wir sie alle heraus und machten große Mogul genannt, von denen man sagte, dass er der zweitgrößte Stein der Welt sei. Dann kamen siebenundneunzig sehr schöne Smaragde, hundertundsiebzig Grubine, auch die Kleinen mitgezählt, nun folgten vierzig Karfunkel, zweihundertundzehn Saphire, einundsechzig Achatsteine, ferner Berülle, Onyxe, Turkise in Mengen und andere Edelsteine, deren Namen ich zurzeit nicht einmal wusste, erst später bin ich besser damit vertraut worden. Auch etwa dreihundert schöne Perlen waren in dem Kasten, zwölf davon in einen großen Kranz gefasst. Letztere müssen übrigens herausgenommen worden sein, ich fand sie nicht mehr vor, als ich wieder in den Besitz des Kastens gelangte. Nachdem wir die Schätze Ehemnistreu zu bewahren, wir kamen überein, die Beute an einen sicheren Platz zu verstecken, bis das Land wieder in Ruhe sein würde, und sie erst dann unter uns zu teilen. Edelsteine von solchem Wert bei sich zu tragen, wäre damals gefährlich gewesen und hätte gewiß Verdacht erregt. Einen besonderen Raum, um sie sicher unterzubringen, gab's in der Festung nicht. Wir mussten daher den Kasten nach derselben Halle schaffen, wo wir die Leiche begraben hatten. In der am besten erhaltenen Mauer machten wir ein Loch, verbargen unseren Schatz und fügten dann die herausgenommenen Steine wieder ein. Wir bezeichneten die Stelle genau, und am nächsten Tage machte ich vier Pläne, einen für jeden von uns, und setzte das Zeichen der Vier darunter, denn wir hatten geschworen, füreinander einzustehen wie ein Mann, keiner sollte einen Vorteil vor dem anderen voraus haben. Den Eid, das schwöre ich und lege die Hand aufs Herz, habe ich niemals gebrochen. Sie kennen den Verlauf der indischen Meuterei, meine Herren, nachdem Wilson Deli genommen und Sir Colin Lucknow entsetzt hatte, war der Widerstand gebrochen. Frische Truppen strömten herzu, und Rana Sahib entkam über die Grenze. Ein Detachement unter Hauptmann Greethet nahm Agra ein und vertrieb die Sepois. Der Friede kehrte ins Land zurück, und wir vier fingen an zu hoffen, dass die Zeit nicht fern wäre, da wir uns sicher mit der geteilten Beute aus dem Staube machen konnten. Ein Augenblick aber vernichtete all unsere Pläne. Wir wurden als die Mörder des Kaufmanns Ahmed festgenommen. Das kam so. Als der Raja dem Ahmed seine Juwelen übergab, tat er es, weil er wusste, dass es ein zuverlässiger Mann sei. Aber im Osten sind die Leute misstrauisch. Was tut der Raja also? Er stellte einen zweiten, noch zuverlässigeren Diener an, um bei dem ersten den Spion zu spielen. Der zweite Mann ließ den Ahmed nicht aus den Augen und folgte ihm wie sein Schatten. In jener Nacht ging er ihm nach und sah ihn in dem Tor Weg verschwinden. Natürlich glaubte er, Ahmed habe Zuflucht in der Festung gefunden, als er sich aber am nächsten Tag selbst dort Einlass verschaffte, konnte er keine Spur von Ahmed finden. Das schien ihm so merkwürdig, dass er mit einem Feldwebel davon sprach und bald kam es dem Kommandanten zu Ohren. Er befahl sogleich eine gründliche Nachsuchung zu halten und der Leichnam wurde entdeckt. Gerade als wir uns ganz sicher glaubten, wurden wir alle vier ergriffen, des Mordes angeklagt und vor Gericht gebracht. Drei von uns hatten in jener Nacht die Torwache gehabt, der vierte war in Gesellschaft des Ermordeten gesehen worden. Von den Juwelen kam bei dem Verhör nicht ein Wort heraus, denn der Raja war abgesetzt und aus Indien vertrieben worden. Es hatte daher niemand ein Interesse daran. Der Mord wurde jedoch klar erwiesen und es bestand kein Zweifel, dass wir alle vier daran beteiligt sein mussten. Die dreißig wurden zu lebenslänglicher Zwangsarbeit und ich zum Tode verurteilt. Doch ward mein Urteilsspruch später umgeändert, ich erhielt die gleiche Strafe wie die anderen. Wir befanden uns in einer sonderbaren Lage, alle vier schleppten wir die Ketten am Bein und hatten blutwenig Aussicht, jemals wieder loszukommen, und doch waren wir keinen Gebrauch davon machen. Während die herrlichsten Glücksgüter für uns bereit lagen und nur darauf warteten, von uns aufgehoben zu werden, wussten wir uns Puff und Tritt von dem jüngsten Laffen gefallen lassen, mussten Reis essen, Wasser trinken und harte Arbeit tun. Es fraß mir das Herz ab und hätte mich toll machen können, aber ich war immer ziemlich standhaft und so bezwang ich mich und wartete auf eine günstige Gelegenheit. Endlich schien sie mir gekommen. Ich wurde von Agra nach Madras transportiert und von da nach der Blair Insel in den Andamanen. Dort waren nur wenige weiße Sträflinge und da ich mich von Anfang an gut aufgeführt hatte, erhielt ich bald eine bevorzugte Stellung. Mir wurde eine Hütte in Hopetown angewiesen und ich war so ziemlich mir selbst überlassen. Es ist ein Elender vom Fieber heimgesuchter Ort am Abhang des Mount Harriet, wo das Stück Land aufhörte, das wir gelichtet hatten, hausten die wilden eingeborenen Kannibalen, die bei der ersten besten Gelegenheit bereit waren, einen von ihren vergifteten Pfeilen auf uns abzuschießen. Wir waren bei den Erdarbeiten, Grabenleitungen, Jammpflanzungen und einem Dutzend anderer Dinge den Tag über hinreichend beschäftigt, aber am Abend hatten wir etwas Zeit für uns frei. Unter anderem lernte ich auch für den Doktor Arzneien bereiten und schnappte dies und jenes von seinen Kenntnissen auf. Dabei passte ich immer auf eine Gelegenheit zur Flucht, allein die Insel ist viele hundert Meilen von jedem anderen Land entfernt und in jenen Meeren weht so gut wie kein Wind, da war es fast und die anderen Offiziere pflegten abends in seiner Wohnung zusammen zu kommen und Karten zu spielen. Die Apotheke, in der ich meine Arzneien bereitete, stieß an das Wohnzimmer, durch ein kleines Fenster sah man hinein. Oft, wenn mir einsam zumute war, löschte ich die Lampe in der Apotheke aus und konnte dann das Gespräch hören und dem Kartenspiel an dem kleinen Fenster stehend zusehen. Leutnant Bromby Brown, die das Kommando über die eingeborenen Truppen hatten, ferner der Doktor selbst und zwei oder drei Gefängnisbeamte, eine sehr gemütliche kleine Gesellschaft. Etwas fiel mir aber dabei auf, nämlich die Offiziere verloren immer und die Zivilisten gewannen. Das soll durchaus nicht heißen, dass irgendetwas Ungehöriges geschah, ich spielt und Übung macht den Meister, die anderen aber spielten nur zum Zeitvertreib und warfen ihre Karten gleichgültig hin, wie es gerade kam. Einen Abend nach dem anderen standen die Offiziere als ärmere Leute vom Spieltisch auf, und je ärmer sie wurden, desto begieriger waren sie auf das Spiel. Major Scholto erging es am schlimmsten, er pflegte zuerst in Banknoten und Gold zu zahlen, aber bald stellte er Wechsel aus, und zwar auf große Summen. Manchmal gewann er eine Weile, wie um ihm Mut zu machen, und dann kehrte das Glück sich wieder mehr als gegen ihn. Den ganzen Tag irrte er umher finster wie eine Gewitterwolke und legte sich weit mehr aufs Trinken, als ihm gut war. Eines Abends verlor er noch mehr als sonst. Ich saß gerade in meiner Hütte, als er mit dem Hauptmann Morstan auf dem Wege nach ihrem Quartier daherkam. Die beiden waren Busenfreunde und unzertrennlich. Der Major schien ganz rasend über seine Verluste. Es ist aus mit mir, Morstan, sagte er. Ich muss den Abschied nehmen, ich bin zugrunde gerichtet. Unsinn, alter Kamerad, sagte der André ihm auf die Schulter klopfend. Ich habe auch einen bösen Hieb bekommen, aber das war alles, was ich hören konnte, aber es ging mir im Kopf umher. Ein nahm ich die Gelegenheit wahr, ihn anzureden. Ich möchte Sie um Ihren Rat ersuchen, Herr Major, sagte ich. Was gibt's Maul? fragte er die Zigarre aus dem Munde nehmend. Ich wollte Sie etwas fragen, Herr Major, wer ist wohl die richtige Person, an die ein versteckter Schatz übergeben werden sollte? Ich weiß, wo eine halbe Million verborgen liegt, und da ich selbst keinen Gebrauch davon machen kann, so dachte ich, es wäre eigentlich das Beste, den Schatz der betreffenden Behörde zu übergeben, es wäre doch möglich, dass man mir meine Strafzeit dafür abkürzt. Eine halbe Million Maul, stieß er mit offenem Mund hervor. Dabei sah er mich scharf an, ob das mein Ernst sein könnte. Gewiss, Herr, die Juwelen und die Perlen liegen da, bereit für jedermann. Das Merkwürdigste dabei ist doch, dass der wirkliche Eigentümer ausgewiesen und geächtet ist und kein Besitzrecht mehr geltend machen kann, so dass der Schatz dem gehört, welcher zuerst kommt. Der Regierung, Small, der Regierung, stammelte er, aber es wollte ihm schwer über die Lippen und mir war es so gut wie gewiß, dass ich ihn in den Händen hatte. Sie was euch geräuen könnte, Small, lasst mich erst das Nähere hören, teilt mir den Sachverhalt mit. Ich erzählte ihm die ganze Geschichte mit kleinen Abänderungen, so dass er den Versteck nicht ausfindig machen konnte. Als ich fertig war, blieb er stockstill und stand in tiefen Gedanken da. Ich konnte am Zucken seiner Lippen sehen, wie es in ihm arbeitete. Das ist eine sehr wichtige Sache, Small, sagte er endlich. Ihr müsst nicht ein Wort davon gegen irgendjemand äußern. Wir sprechen bald weiter davon. Zwei Abende nachher kamen er und sein Freund Hauptmann Morstan in der Stille der Nacht mit einer Laterne in meine Hütte. Ich möchte, Small, dass Hauptmann Morstan hier die Geschichte aus eurem eigenen Munde hört, sagte er. Ich wiederholte, was ich ihm berichtet hatte. Mir klingt es nicht Ganz unwahrscheinlich bemerkte er, was meinst du Morstan, sollte man der Sache näher treten? Der Hauptmann nickte. Hört einmal Small, sagte der Major, mein Freund hier und ich haben es miteinander besprochen, und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass euer Geheimnis die Regierung im Grunde gar nichts angeht, sondern eure Privatangelegenheit ist, bei der ihr natürlich das Recht habt, nach eurem Ermessen zu wenn wir über die Bedingungen einig werden können. Er bemühte sich, in kühlem, gleichgültigem Ton zu sprechen, aber seine Augen glänzten vor Aufregung und Begierde. Je, nun, was das anbetrifft, meine Herren, erwiderte ich äußerlich ruhig, aber innerlich nicht weniger erregt als sie, es gibt nur einen Vertrag, den ein Mann in meiner Lage machen kann. Ich verlange von ihnen, dass sie uns zur Freiheit verhelfen, meinen drei Kameraden und mir. Dann werden wir sie in unseren Bund aufnehmen und ihnen ein Fünftel zusprechen, das sie unter sich teilen können. Hm, sagte er, ein Fünftel, das ist nicht sehr verlockend. Es würden 50.000 Pfund auf jeden von ihnen kommen. Aber wie sollen wir euch freimachen? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, was ihr verlangt. Ganz und gar nicht, erwiderte ich. Ich habe es mir bis auf die kleinsten Einzelheiten ausgedacht. Das einzige Hindernis unserer Flucht ist, dass wir kein passendes Boot für die Reise erlangen können und keinen Mundvorrat, der lange genug ausreicht. In Kalkutta oder Madras gibt es kleine Segelboote und Schaluppen in Menge, die sehr gut für unseren Zweck passen würden. Schaffen Sie uns ein Fahrzeug, wie wir es brauchen hierher, lassen Sie uns bei Nacht an Bord gehen und setzen Sie uns irgendwo an der indischen Küste ab, dann ist Ihr Teil des Vertrages erfüllt. Wenn es sich nur um einen handelte, sagte er, keiner oder alle, antwortete ich, wir haben es geschworen, wir vier müssen immer zusammen handeln. Du siehst Morstan, sagte er, Small ist ein Mann von Wort, er lässt nicht von seinen Freunden, ich denke, wir können ihm trauen. Es ist ein unsauberes Geschäft, erwiderte der andere, aber du hast ganz recht, das Geld kommt uns sehr gelegen, um unsere Offiziers Patent zu retten. Nun gut, Small, sagte der Major, wir wollen euch so viel wie möglich entgegenkommen, vor allem müssen wir aber natürlich die Wahrheit eurer Geschichte prüfen, sagt mir, wo der Kasten versteckt ist, ich werde Urlaub nehmen und bei der nächsten monatlichen Ablösung nach Indien hinüberfahren, um die Sache zu untersuchen. Nicht so schnell, versetzte ich, und wurde kühler, je mehr er sich erhitzte. Ich muss erst die Zustimmung meiner drei Kameraden haben, ich sagte ich, sie gehören zu mir und wir halten fest zusammen. Kurz und gut, es kam zu einer zweiten Zusammenkunft, bei welcher Mohammed Singh, Abdul Khan und Dost Akbar alle zugegen waren. Die ganze Sache wurde nochmals durchgesprochen und schließlich gelangten wir zu einem Einverständnis. Jeder der beiden Offiziere sollte einen Plan der Festung erhalten, in welcher der Platz in der Mauer bezeichnet war, wo der Schatz verborgen lag. Major Scholto sollte nach Indien gehen, um unsere Angaben zu prüfen, den Kasten aber an Ort und Stelle lassen. Nachdem er dann eine kleine Schaluppe mit dem nötigen Reisebedarf versehen hatte, sollte er sie nach der Ruttland-Insel schicken, wo wir an Bord gehen würden. Er selbst sollte hierauf wieder seinen Dienst antreten. Hauptmann Morstan dagegen um Urlaub bitten. Mit ihm wollten wir in Agrar mit den feierlichsten schwüren, die der Menschengeist erdenken und die Lippen aussprechen können. Ich saß die ganze Nacht auf mit Tinte und Papier und als es tagte, hatte ich zwei Pläne fertig unterschrieben mit dem Zeichen der Vier und Abdullas Akbars Maumids und meinem Namen. Aber die lange Geschichte ermüdet sie gewiss meine Herren und sie brennen darauf, mich sicher hinter Schloss und Riegel zu haben. Ich will so kurz machen, wie ich kann. Der Schurke Scholto machte sich nach Indien auf, kam aber niemals zurück. Hauptmann Morstan zeigte mir sehr bald nachher seinen Namen auf der Passagierliste eines Postdampfers. Sein Onkel war gestorben und hatte ihm ein Vermögen hinterlassen. Trotzdem konnte er so niederträchtig sein, fünf Männer auf schändliche Weise zu betrügen. Morstan ging kurz darauf nach Agra und fand, wie wir erwarteten, dass der Schatz wirklich fort war. Der Spitzbube hatte alles gestohlen, ohne eine einzige der Bedingungen zu erfüllen, unter welchen wir ihm das Geheimnis anvertraut hatten. Von dem Tage an lebte ich nur noch, um Rache zu nehmen. Ich dachte daran bei Tage und zehrte davon bei Nacht. Es wurde war zu entkommen, Scholto aufzuspüren, die Hand an seiner Kehle zu haben. Selbst der Agraschatz trat bei mir in den Hintergrund gegen den Durst, mich an Scholto zu rächen. Was ich mir im Leben vornehme, habe ich noch immer durchgesetzt, aber diesmal vergingen mühselige Jahre, ehe meine Zeit kam. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich einige medizinische Kenntnisse gesammelt habe. Eines Tages nun, totkrank war und sich nach einem einsamen Platz geschleppt hatte, um zu sterben. Er war zwar giftig wie eine junge Schlange, aber ich machte mich doch ans Werk und nach ein paar Monaten hatte ich ihn richtig wieder auf die Beine gebracht. Seitdem faßte er eine Art Zuneigung zu mir. Er wollte nicht in seine Wälder zurück, sondern lungerte immer um meine Hütte herum. Ich hatte Als ich sah, dass er mir ergeben war und alles tun würde mir zu dienen, schien mir die Gelegenheit zur Flucht gekommen. Ich verabredete alles mit ihm. In einer bestimmten Nacht sollte er sein Boot an eine alte Werft bringen, die längst nicht mehr bewacht wurde, und mich dort aufnehmen. Auch trug ich ihm auf, mehrere Kürbisflaschen mit Wasser eine gute Menge Jams, Kokosnüsse und süße Kartoffeln einzuladen. Der kleine Tonga war zuverlässig und treu. Einen ergebneren Genossen hat kein Mensch je gehabt. Er traf zu bestimmten Zeit mit seinem Boot ein, und ehe eine Stunde verging, waren wir weit draußen im Meer. Tonga hatte seine ganze irdische Habe mitgenommen, seine Waffen und seine Götzen. Aus dem langen Spieß von Bambusrohr, den radewohl umher, am elften Tage endlich war uns das Glück günstig. Wir wurden von einem Handelsschiff aufgenommen, das mit einer Ladung malayischer Pilger von Singapur nach Jida fuhr. Es war eine wunderliche Gesellschaft, und wir fanden uns bald unter ihnen zurecht, Tonga und ich. Eine sehr gute Eigenschaft hatten sie, sie ließen uns zufrieden und stellten keine Fragen. Wenn ich ihnen alle meine Abenteuer erzählen sollte, die mein kleiner Kamerad und ich durchgemacht haben, so würden sie es mir nicht danken, denn ich würde kein Ende finden, bis die Sonne wieder aufgeht. Wir schweiften weit in der Welt umher, immer kam etwas dazwischen, was uns hinderte, London zu erreichen, die ganze Zeit über habe ich meinen Zweck nie aus den Augen verloren. In jeder Nacht träumte ich von Scholto. Wohl hundertmal habe ich ihn im Schlaf umgebracht. Endlich vor etwa drei bis vier Jahren gelangt mir nach England. Ich fand Scholtos Aufenthaltsort ohne große Schwierigkeiten und machte mich sogleich daran, zu entdecken, ob er den Schatz zur Gelde gemacht hatte oder nicht. Ich befreundete mich mit einem Manne, der mir helfen konnte. Seinen Namen nenne ich nicht, denn ich will niemand ins Unglück bringen. Von ihm erfuhr ich, Scholto die Juwel noch hatte und versuchte nun auf mancherlei Weise in des Majors Nähe zu gelangen, aber er war schlau und hielt immer zwei Boxer zu seiner Bewachung, außer seinen beiden Söhnen und dem indischen Diener. Eines Tages aber wurde mir gemeldet, dass er im Sterben läge. So gleich eilte ich nach einsteigen und es mit allen dreien aufnehmen, als ich sah, wie seine Kinnlade herunterfiel. Nun wüsste ich, dass es aus mit ihm war. Noch in derselben Nacht drang ich jedoch in sein Zimmer und durchsuchte seine Papiere, um irgendeinen Nachweis zu finden, wo er den Schatz verborgen habe, aber alles forschen war umsonst und voll Hass und Bitterkeit im Herzen ging ich wieder davon. Vorher aber schrieb ich noch das Zeichen der vier auf ein Blatt, wie es auf dem Plan gewesen war, und steckte es ihm an die Brust, damit er es mit ins Grab nehmen sollte, dies Zeichen der vier Männer, die er bestohlen und betrogen hatte. Eine Zeit lang gewannen wir unseren Unterhalt dadurch, dass ich den armen kleinen Tonga auf Messen und in Schauboden Arbeit, was ich unterdessen in Pondicherry Lodge zutrug, wurde mir getreulich berichtet. Ein paar Jahre lang geschah gar nichts Neues, außer, dass überall nach dem Schatz gesucht wurde. Endlich aber kam die Nachricht, auf die ich so lange gewartet hatte. Der Schatz war gefunden. Er war im Giebel des Hauses im chemischen Laboratorium des Herrn Bartholomeus Scholto. Aber wie sollte ich mit meinem hölzernen Bein welche Stunde Bartholomeus Scholto zur Nacht speiste. Da konnte mir Tonga behilflich sein. Er musste sich einen langen Strick um den Leib winden, und da er klettern konnte wie eine Katze, war für ihn der Weg über das Dach eine Leichtigkeit. Herr Scholto war aber leider noch in dem Zimmer zu seinem Unheil. Tonga dachte, er hätte etwas Kluges getan, dass er seinen Bolzen auf ihn kleinen blutdürstigen Kobalt fluchte. Ich ließ nun zuerst den Juwelenkasten am Seil hinunter und glitt dann selbst hinab, nachdem ich das Zeichen der Vier auf den Tisch gelegt, zum Beweis, dass die Juwelen endlich in die Hände ihrer rechtmäßigen Besitzer zurückgelangt seien. Tonga zog den Strick wieder in die Höhe, verschloss das Fenster und machte sich auf dem selben Wege davon, den er gekommen war. Wie es uns weiter erging, wissen sie bereits. Ich hatte die Bootsleute über die Geschwindigkeit von Smiths Dampfboot Aurora sprechen hören und dachte dies Fahrzeug bei unserer Flucht zu benutzen. Dem alten Smith versprach ich eine ansehnliche Summe, wenn er uns sicher zu unserem Schiff brachte, von dem Geheimnis erfuhr er jedoch nichts. Ich erzähle ihnen das alles, und wie unschuldig ich an dem Tode seines Sohnes bin. Ein sehr merkwürdiger Bericht, sagte Sherlock Holmes, als ihr hattet ein eigenes Seil mitgebracht, das wußte ich nicht. Sag mir nur, wie es kam, dass Tonga noch einen Bolzen aus dem Boot nach uns hat schießen können. Ich hoffte doch, er hätte sie alle verloren. Freilich, Herr, alle bis auf einen, der gerade in sein Blasrohr steckte. Ha, natürlich, rief mein Gefährte, daran hatte ich nicht gedacht. Jetzt wurde Athelny Jones ungeduldig. Ich habe Ihnen den Willen getan, Holmes, sagte er. Es ist aber hohe Zeit, dass wir unseren Erzähler in sicheres Gewahrsam bringen. Die Droschke wartet noch, und unten sind zwei Polizisten. Vielen Dank für Ihren Beistand. Natürlich werden Sie bei dem Verhör zugegen sein müssen. Einstweilen gute Nacht. Gute Nacht, meine Herren, sagte Jonathan Small. Geht nur voraus, Small, dass ich euch im Auge behalten kann. Das waren die letzten Worte des vorsichtigen Jones, als sie das Zimmer verließen. Schluss Also das ist nun das Ende unseres kleinen Dramas, bemerkte ich, nachdem wir einige Zeit schweigend unsere Zigarren geraucht hatten. Ich fürchte, es wird die letzte Untersuchung sein, bei der ich Gelegenheit habe, ihre Methoden zu studieren. Fraulein Morstan hat mir die Ehre erwiesen, mich als künftigen Gatten anzunehmen. Holmes ächzte kläglich auf. Das habe ich gefürchtet, sagte er. Ich kann Ihnen wirklich nicht gratulieren. Ich war ein wenig verletzt. Haben Sie irgendeine Ursache mit meiner Wahl unzufrieden zu sein? Durchaus nicht, im Gegenteil. Ich denke, sie ist eine der liebenswürdigsten jungen Damen, die ich jemals getroffen habe. Auch wäre sie bei der Art von Arbeit, die wir eben durchgemacht haben, vortrefflich zu gebrauchen. Sie besitzt ein entschiedenes Talent in der Richtung. Hätte sie sonst wohl den Agrarplan von allen anderen Papieren ihres Vaters sorgfältig aufbewahrt? Aber die Liebe ist ein Ding voll Gemütsbewegungen und alles, was gefühlvoll ist, steht der ruhigen, gesunden Vernunft entgegen, die ich über alles schätze. Ich selbst würde niemals heiraten aus Furcht, mein klares Urteil zu beeinträchtigen. Ich hoffe, sagte ich lachend, dass mein Urteilsvermögen die Probe überleben wird. Aber sie sehen angegriffen aus, Holmes. Ja, die Reaktion hat sich schon eingestellt. Ich werde die nächste Woche hindurch so schlaff sein wie ein Waschlappen. Sonderbar, sagte ich, wie bei ihnen die Zustände wechseln. Auf Perioden von beispielloser Tatkraft und Ausdauer folgen Anfälle, die man bei einem anderen Menschen Trägheit nennen würde. Ganz recht, versetzte er, in mir steckt eben das Material zu einem faulen Nichtsnutz und zugleich zu einem ganz aufgeweckten tüchtigen Kerl. Ich denke oft an die Worte des alten Goethe. Schade, dass die Natur nur einen Menschen aus dir schuf, denn zum würdigen Mann war und zum Schelmen der Stoff. Aber um noch einmal auf die Norwood Angelegenheit zurückzukommen, Sie sehen, dass Small, wie ich vorausschaute, einen Verbündeten im Hause gehabt hat. Das kann niemand anderer sein als Lallrao, der Hausmeister. So hat denn wirklich Jones die unbestrittene Ehre, einen Fisch bei seinem großen Fischzug ganz allein gefangen zu haben. Der Lohn ist sehr ungerecht verteilt, bemerkte ich. Sie haben alle Arbeit bei dem Geschäft getan. Ich bekomme eine liebe Frau, Jones trägt den Ruhm davon. Was bleibt für Sie? Für mich, sagte Sherlock Holmes, für mich bleibt noch die Kokainflasche. Und er streckte seine schmale weiße Hand danach aus.